einen wunderschönen guten tag hier bei uns auf dem kanal willkommen mein name ist steve bei mir ist der untote benjamin hallo und wir spielen heute für euch die telltale game serie the walking dead season one und auf geht's ja das ist ein bisschen geilen grafik style well i reckon you didn't do it okay was ja warum sagst du das ich war und die zeitklaft ab okay alles klar warum sagst du das hier sagt du lass mich raten was denn hier was ja das wusste nicht von mir Ich ziehe jetzt auf den Rückspiegel. Ah, wir stammen also aus Macon. Du stammst also aus Macon? Okay, ich versuche mal erstmal eine persönliche Bindung aufzubauen. Okay. Ich wollte immer ein Mörder-Kase arbeiten. Wie das Senatorial-Mass, das du dir selbst in verabschiedet hast. Mit all dem Respekt. Ein wirklicher Scham. Ah, die Polizei. Die ganze Familie war immer in der Drogenstelle in der Rückspiegel. Still da? Sure is. Good. Ich habe einen Freund hier an UGA. Geht ihr da lang? Okay. Also jedes Mal, wenn wir in den Spiegel an Ditchen irgendwie einen Dialog mit ihm starten. Okay. Willst du wissen, wie ich es sehe? Habe ich denn eine Wahl? Das hat er mitgekriegt. So. Irgendwann könnte es sein, dass du die falsche Frau verhätest. Wäre schon möglich. Oder seht ihr den falschen Mann geheiratet? Ich glaube, sie hat den falschen Mann geheiratet. Wir machen mal ein bisschen Tiefstapel erstmal. Jetzt haben wir schon ein paar Helikopter hier. Man, vielleicht war er unschuldig, was er hat das getan. Oh, hier, da, hey, hey. Straße, Straße. Mann, pass auf. So, wir waren nicht angeschnallt. Wir waren definitiv nicht angeschnallt, Alter. Okay. Okay, krass. Jeix, Alter. Oh, schön. Oder auch nicht? Oh. Das geht ab. Komm, man, bleib wach, Junge. Oh, scheiße. Ich glaube, den Korb hat zerwischt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. So, hier vorne haben wir noch ein Gewehr. Ja, warum hat er seine Waffe zu tun? Dreimal darfst du warten? Los, kick it. Bam, los, durchstehen! Dreimal darfst du warten. Komm mal raus. Ja, du musst mich raus. Achso, du musst W sagen, da oben steht er dran. Bewege dich jetzt mit der W-Taste vorwärts, Richtung Fenster. Ah, das ist ja auch so richtig geil, so Scherben durch, wunderbar. So stehe ich übrigens jeden Montag auf. Das ist das Bett. So. Wie wird er jetzt vor seiner... Oh Gott! Schmerz! So, okay. Ich wacke mal los. Ich will natürlich zum Gewehr kommen. Okay. Ich muss wissen, was ist mit Officer passiert, so. Ah, komm mal. Los. Der Officer wird, glaube ich, nicht mehr viel sagen können. Der Officer-Schatten ist da oben. Warum würdest du das ansehen? Und da hinten ist anscheinend noch... Du sollst das ansehen, du sollst das nehmen. Warum würdest du das ansehen? Ah, okay. Ausreden. Du hast so eine... Ah, okay. Ja, doch. Das ist Montag bei mir. Schuhe zu binden. Aber warum nimmt er das denn nicht mit? Da vorne ist doch die Munition. Ah, scheiße. Ja, nimm sie. Crapik. Obwohl, die wird leer sein, weil er sie verschossen hat. Oder? Das hört sich aber auch echt nicht gesund an. Nee, das hört sich nicht gut an. So, jetzt nimm ein Gewehr. Nimm das Gewehr. Brich hier nochmal die Knie. Oh, oh. Oh, schön. Na, ladet doch, bitte. Es wird leichter, mit diesen Kopf zu verbringen. Okay, also wir müssen erstmal die Handstellen loswerden. Verstehe. So, dann. Hin zum Kopf. Okay, Polizei ansehen. Okay. Oh, Schlüssel nehmen. Schlüssel, wunderbar. Die nehmen wir uns. Give it to me. Und aufschließen. So, ihr seht, komm. Irgendwie, das Spiel existiert nur aus Quicktime-Events. Oh, dramatisch. Ja, wer weiß. Nachher hat er Hunger oder so. Ja, tatsächlich, ähm. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich, ähm. Weil der Zombie... Fitt ging schnell. Oh, scheiße. Okay. Oh, scheiße. Ja, jetzt doch, dann wenigstens die... Die Schrotflinte. Was ist denn? Nimm sie, Mann. Nimm sie doch. Los, Mann. Nein. Die Zapp. Nimm sie. Komm. Und jetzt. Da kenn ich nichts. Da kenn ich nichts. Da haben wir keinen Gefangenen. Name Dave. Dave ist in der Haus. So. Wissen wir überhaupt, wie wir heißen? Ne. Shutgun, Charles. Hilfe! Geh, jemanden! Es ist hier. Es ist hier. Es ist hier. Oh Gott. Oh, no, 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 no. Ja, das hätte jetzt Lärm gemacht. Das war, glaube ich, nicht so gut. Ja. Ja, ist richtig. Oh Gott. Komm, ey. Los, Mann, hohe, weg. Oh, scheiße. Alle Feuer mit und tot. Oh Gott. Mann, steh auf, Junge. Die sind überall. Holzzaunen. Der wird nicht lange halten. Oh je, oh je, oh je. Oh Gott. Ah, das Ding wird auch noch vom Efeu zusammengehalten. Ja, die Zombies sind natürlich, wie man halt Zombies kennt, halt eher stumpfe, leere Hüllen, die nur fressen wollen und irgendwie durch tatsächlich Chirurg und Akustik geleitet werden. Falls jetzt mit Walking Dead nicht mehr Zeit. Hallo? Hallo? Ich weiß nicht, ob jemand aus dem Menü ist. Ist doch die Butze aus dem Menü. Kann ich das nehmen? Möchte ich den Blumentopf nehmen. Ach so. Hier können wir klopfen. Hier können wir klopfen. Also Höflichkeit gibt's noch, ja? Naja, also noch, noch, also es ist ja gerade, es eskaliert ja gerade. Hallo? Okay, soviel zur Höflichkeit. Naja, er klopft. Naja, er schlägt jetzt nicht die Scheibe ein. Öffne Glastür. Ja, bei den Amerikanern auch immer so eine ganz heiße Sache. Ne? Gerade als Fabian hier. Da sollte man sich nicht lang so mal verarzen. Eieieiei, das sieht aber auch nicht so gut aus hier. Okay. Malbuch. Schauen wir uns mal an. Oh, die Unicorn. Wie schön. Toll. Oh. Blut. Blut ist an der Flur. Das ist nicht gut. Oh Gott. Er ist schon Slapstick-Charakter. Also. So, jetzt gehen wir auf. Oh, Alter. Oh, je. So viel Schublin. So, komm, ich trinke erst mal einen Schluck Wasser. Ja, dann machen wir. Oh. Kapseln du hast. So, schön. Was haben wir da? Hallo, ich bin kein Einbrecher. Ich durchwühle trotzdem ein Haus. Oh. Ein Walkie-Talkie. Ich nehme heute wirklich alles mit. Ich nehme auch sonst alles mit. Wieso? Du hast aber auch jede Teppichkante heute mit. Ja, er ist halt nicht der Flinkist auf der Bene. Ja, so sehe ich richtig viel, was in der Schublade drin ist. Mach mal die obere zu. Toll. Kannst du nicht? Ja. Okay. Was war das? Ich glaube, die Mikrowelle. Essen ist fertig. Nichts. Ich hätte gedacht, das wäre der AB oder so. Ja, war auch ein bisschen. Die Marsh-Family. So, hoffentlich rutscht er jetzt nicht wieder aus. Wo ist denn? Ja, wo ist der Telefon? Da. Ah. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt anmache. Nicht, dass jetzt hier... Ach so. Aber komm, wo ist nur Fun. Weil wir ja so schnell sind. Als wenn da jetzt irgendwas wichtig für mich drauf ist. Das ist ja noch nicht mal dein Haus. Eben. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Hey, Diana. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel. So, we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight. So, we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine. And I promise, we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11.19pm. Clementine. Oh, my God. Finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. And they're not letting us leave. And aren't telling us anything about Atlanta. Please. Please. Just leave the city. And take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Yeah, then it's just... Message 3. Left at 6.51pm. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Oh, my God. Oh, krass. Das waren die Eltern. Oh, man. Also, Clementine ist das kleine Mädchen. Vielleicht auch das kleine Mädchen, was wir draußen gesehen haben. Oh? Oh, das vom Gerät. Hello? You need to be quiet. Okay. Okay. Oh, das ist so. Das ist einfach still. Ich bin kein Monster. Bist du okay? Are you okay? I'm okay. They tried to get me. But I'm hiding until my parents come home. Ja, und wo? Bestimmt im Baumhaus. Oder hinterm Schrank da. Oben. Sieht so verbarrikadiert aus. Wie heißt du? What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Ah, wir sind Lee. Okay. Äh, where... Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Can you see me? What the people... Is it Savannah? Are you dead too? Ja. Das war's? Das liegt jetzt nicht so gut. Quick time, Steve. Ja, okay, okay. Geh. Oh, Gott, Alter. Mann. Ey, sag mal. Hochdramatisch. Hammer-time. Jetzt wird sie doch... Nein, Mann. Oh. Entschuldige, bitte. Standbild? What? Come on! Gib mir doch mal die... Gib mir den Hammer! Oh! Na! Oh! Oh, wir finischt das! Ohohohoho! Okay. Gut, trotz der Comic-Grafik relativ explizit möchte ich meinen. Mann! Hallo da! Ja, das ist aber ein guter Start. Äh, weiß nicht, ich glaube schon. Äh, weiß nicht, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich denke so. Manchmal kommen sie zurück. Hast du einen getötet? Nein, aber sie werden oft getötet. Du hast alles selbst durch das? Ja, ich will meine Eltern jetzt nach Hause kommen. Hm. Ich denke, das könnte ein bisschen Zeit sein. Du weißt? Oh. Schau. Ich weiß nicht, was passiert. Aber ich schaue dich nach dem Endeffekt. Was sollten wir jetzt tun? Ja. Ja. Suche Hilfe. Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Ähm. Ja. Was wollen wir machen? Ja, ist ne gute Frage. Also, nachts draußen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Könnte, könnte Stress werden. Sag du was. Ähm. Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Erstes denke ich, im Dunkeln sehen wir ja nichts. Denn? Das kann man übrigens vermuten. Habe ich nur vorgelesen. Du hast dich für das sichere Tageslicht entschieden. Okay. Oh. Na ne, Clementinchen. Aber pass auf, wir fallen oft hin. Oh ja. Nein. Nein. Können wir rennen? Aber wir können einfach nur schneller humpeln, schön. Können wir uns nicht mal langsam verarzten oder so? Also, gibt's nicht irgendwie was, wo wir unser Verband oder sonstiges irgendwie besorgen können? Ähm. Ich guck mal, ob wir ne Art Inventar haben. Ne. Also, selbst wenn, wir haben noch nicht gefunden. Oh, was ist denn da draußen? Achso, die nehmen da ein Auto auseinander. Aber? Sieht zumindest so aus. Den Rechen nehmen? Den Rechen nehmen? Die Mama. Suck's. Hm. Es hat dich nicht. Was ist das Problem? Kann ich bleiben? Was? Ich will dich nicht alleine lassen. Hm. Nee. Ich will dich alleine lassen. Wieso? Mal ehrlich, die Eltern... Na ja. Die Klo-Uni-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di. Ich will dich jetzt raus aus? Weil du sollte so sein. Es sind alles über die ganze Zeit. Ich habe nichts wie diese Klobe seit der Stadt in der Stadt der Atleta nach. 15 Tonnen weiter. Ich bin Sean. Sean Green. Lee. Das ist Clementine. Ich bin Chet. Ich bin Chet mit ihr. Wir müssen nicht in den ÖPNVLs sein. Wie solltest du uns helfen, die Weg zu entfernen, und wir werden dich und deine Däute aus hier und nach meiner Familie ausfam. Es sollte sicher sein, dort. Ich bin kein Vater. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen, äh, gemerkt, was du gesagt hast und, äh, hat verstanden, was du gemeint hast, oder so was. So, nun aber schnell. Du schützt, gib alles, fall nicht hin. So, komm, weiter. So, nun schaffst du das. Ja, so ist gut. Ja, schieb. Rind aber, los, rinne den Truck. Hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Warum ist der Bildschirm so rot? Ist das immer noch, wenn wir verletzt sind? Weil wir uns immer noch nicht geheilt haben. Ja, tatsächlich ist ja natürlich, äh, haben sie ja nicht umsonst in der Serie mal gesagt so, sind die Großstädte, sind natürlich Todesfallen. Also, raus aus Land und da, wo wenig Leute sind, ne? Ah, okay. So, okay. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Okay. Yeah. Biting green us. Thank God, you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So, it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and chase yourself. Sean, run on in and chase yourself. Sean, run on in and chase yourself. You take a seat up on the porch and I'll see you in my hand. So, der freundliche Westen. Der mittlere Westen. So, das ist eine Mullbinde. Tut teuflisch weh. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? Mein Name ist Lee. It's Lee. Ich würde einfach mit offenen Karten spielen. Herschel? Das ist Herschel? Herschel? How did this happen? Okay. Kennt man den? Ich bin hingefallen. Autounvererung. Herschel ist tatsächlich eine wichtige Person aus der zweiten Staffel gewesen. Sah aber anders aus. Äh, was war die Frage? Einfach raus. Just, äh, out for a drive. Achso, warum du da so rumgefahren bist. Okay. Oh, da, 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 da. Ich bin, äh, aus. Ich bin, äh, aus. Du sagst, wir. Das ist alles. Ah. Ich bin, äh. Wir haben eine andere Displaced-Familie von drei, in der Karten, in der Karte. Ich bin, äh, äh, äh. Und die Kinder und ihre Eltern. Hey, Dad. So, I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Dein Sohn hat recht, äh, ich will mir nichts dafür sorgen, ja. Dein Sohn's right, you're gonna want to fortify it. All right, that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him, what you saw out there, man. Äh, überfahrende Mannen, das kriegt auf den Boden oder tote Menschen, die umherwandern. Six by a couple of dead people. Man muss wirklich schnell lesen. Do what you think you should. We got plenty of chores, as this. Nix mit, äh, schnellen Zeit. Wir haben, äh, schnellen Zeit, oder, äh. Tatsächlich ist jetzt so ein bisschen so, dass du fast schon intuitiv und schnell was klicken musst. Irgendwie so ein bisschen wie bei, äh, äh, Dark Picture. Ach so. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do there? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. Ich finde es schade, dass wir den Hörschel nicht wirklich der Serie so noch so ein bisschen nachgefunden haben. Ein bisschen älter und beglatschen. Ach so, der hat gar nicht so volles... Nö, er wirkt auch ein bisschen jünger und agiler als in der Serie. Okay. Aber halt ein wichtiger Charakter. Sehr sympathischer Charakter. Und es märts like shit. Kannst du doch nicht machen, du musst doch ein Vorbild sein, Mensch. Ich glaube, dass Explicit Lyric jetzt nicht unbedingt das größte Problem derzeit da ist. Aber ja, man sagt ein Vorbild. Ich liebe dich, Baby. Oh je, hier peinigt von Albträumen. Was ist uns denn nur widerfahren? Was haben wir getan? Tatsächlich habe ich immer bei diesen Ladesequenzen jetzt einen totalen Frame-Dop. Hey, komm! Okay. Oh, im Game ja nicht mehr. Oh, ich bin witzig. Well, du bist in eine Barne, little lady. Glücklich, dass du keine Spiders in deinem Haar hast. Aber ich glaube, dass dein Vater sie alle wegkirrt. Ich bin, äh, nicht ihr Vater. Name ist Lee. Ich bin Kenny. Dad, woher ist ein Offen? Da ist ein Trachter und alles. Wir müssen gehen, oder wir werden nicht hören. Das ist mein Junge, Ken Junior. Das ist mein Junge. Wir nennen ihn Duck, doch. Uh, 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 Duck? Ja, nichts überrascht ihm. Wie ein Wasser aus einem Duck, duißt du? Das ist ein Wichtiges Trachter, seitdem. Kein Verrückter. Aber, ehrlich gesagt, ich denke, es ist, dass er so dumm wie ein Bag of Hammers ist. Aber er macht es für ihn mit Enthusiasme. Die Worte ist, dass du auf der Weg nach Macon warst. Our Familie ist von dort. Well, Macon ist auf der Weg, und persönlich, ich würde mich für die Möglichkeit haben, von einem Mann, der kann ein paar Hände zusammenbrennen, wenn er muss. Klar, ich komme mit dir. Sure, wir werden zusammenbrennen. Es ist ein Plan, dann. Honey, Duck, das ist Lee. Und, uh, was ist die Frau's Name? Clementine. Clementine. Duck ist ein sehr... Hello, yo, yo. Thanks. Well, wir sollten uns arbeiten. Wir haben alle gesehen, was diese Dinge können da sein. So, die schneller wir diese Fence up, die besser. Ich will eine Fence. Yeah, well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. So, okay. So, Jojo ist auch mit dabei. Guck mal. Jojo, grüß dich. Hi. You know how to drive it? Sure, don't. I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill though. I'm good. Ein Traktor fahren. Trecker fahren. Trecker fahren. Duck, du kleiner, du kleiner Doofbrot. How are you doing, Duck? Good. I'm going to drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Sean's still working on that fence. Hey, Lee. Jan? Achso. Need a hand? That'd be great. If you could cut those two byes to length, that'd sure speed things up. No, but I'll do that with the left. Yeah, come. Listen. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Damn. No shit, damn. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kids' eyes and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, uh... Will man sowas beantworten? No, I don't know. I'll have to shoot one. I could shoot one. Maybe. Okay. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence belt. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Oh, man, I hope so, too. Maybe it's not too bad there. Man weiß es ja nicht, soll man ehrlich sein, soll man lügen? Was, ich meine... That's probably all I need to cut for now. Thanks. It's not too bad there. 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 Kenny, can I help? Need any help? No, I think I got it. Yeah. Do you need any help? What do you mean? Hey, I mean, in taking care of that little girl, you know what you're doing, you got kids of your own? Oh, genau. No kids would like one then, you know. Kenny hat was über dich erfahren. Ja, na, wir haben ja, was ist das jetzt vor? Ausgang. Na, Ausgang ist auch schön. Katja mit Doppel-A. Ah, was? Alter, na? Chat mit E&T? Bleibt ja mit Doppel-A. I thought he was kidnapping. I was on the fucker about two seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschels. But... We're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna phase us. Okay. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government start handing out shots, and the National Guard will do its thing. On the odd chance, things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman. Catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katja wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See you. Das sind ja immer die leckersten Fischstäbchen. So. Vielleicht noch hier mal eine Tomate mopsen? Lalalalala. Oder was ist das hier? Nee, du kannst noch mal in den Stall gehen, guck mal. Oder mal Herschel noch mal ansprechen. Bitte? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin dumm. Ich habe dich in die Liefe von der Nacht über die du mit in der Auto geholt. Und ehrlich gesagt, ich will nicht even wissen. Wie hast du aus Atlanta? Auf geht's. Ja, man. Ja, man. Ja, man ist so. Man kann so viele Leute sein. Ja, man kann so viele Leute sein. Wenn du 20 Jahre hergestellt hast, ist es so gut. Wenn du mir 20 Jahre alt bist, wenn du das alles so sagst, dass du so viel zu tun hast. Es war der Fall nicht im Plan. Es war in der Familie. Ich glaube, so war ich. Die Familie ist wichtig. Das ist alles, was wichtig ist. Habt ihr mit dem agreementiert? Absolut. Wo ist deine Familie jetzt? Eltern, Frau, Frau, Frau? Da steht ganz viele Fragen. Meine Eltern sind in Macon, mit meinem Bruder. Ich hoffe, sie sind gut. Aber jetzt hast du diese kleine Mädchen, die sich umgekehrt haben. Clementine, ist es? Hast du gerade auf sie geklappt? Die Familie ist wichtig. Ja, ich habe eine Hilfe in ihrer Haus. Hm. Kann ich dir ein paar Worte geben? Ja, okay. Sure. Ich weiß nicht, wer du bist oder was du gemacht hast. Mal sagen, dass Dinge nicht besser werden in der Stadt. Oder sie werden schlimmer bevor sie machen. Du musst auf die Honest von den Ständen sein, wenn du das machst. Und wenn diese gleiche Leute zu fragen werden, dann wirst du in Gefahr. Hm. Aber zumindest hast du den Grundsatz, zu hören, zu einem Mann, der dir Tipp zu geben. Schau! Ich geh! Ich bekomme meine Bruder! Was ist denn mit dem Traktor über den anderen gefahren? Oh Gott, was ist da los, Alter? Oh nein! Oh nein! Wirklich! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Wir müssen uns entscheiden! Wir müssen den Jungen retten! Oh nein! Komm! No, los! Hau auf da! Wass soll das! Der Gologie! Na klar, na klar, los. Oh scheiße, oh scheiße. Ah, fuck, oh nein. Ach, scheiße. Glaubt er aber doch nicht so? Er freut sich. Ich glaub, der gefällt ihm nicht. Ja, Herschels Sohn ist tot. Scheiße. Aber was, also wir mussten den Jungen retten, irgendwie. Ja, aber es ist ja auch sein Junge, ne? Also, wer ist, äh... Was sollt' man denn machen? Jetzt ist die Frage, hätten wir beide retten können? Nee. Du hast immer, also... Wie jemand von aus, du kannst dich beide retten, irgendwie. Weil du wirst bei diesen Spielen immer extrem oft vor Entscheidungen gestellt. Fiese Entscheidungen. Verdammt. Daraufhin muss ich mir jetzt erstmal Kekse holen, bin wieder da. Du hast den Jungen zu machen, wenn du es willst. Echt? Echt? Er wird die fressen und du willst die Kekse reinpfeifen? Wat? Wat? Stimmt ja nicht mit dir, Benni. Ja, jetzt haben wir auch Scheiße. Aber was sollte man denn machen? Oh, ey, sagt mir bitte, dass ihr euch auch so entschieden hättet. So, das fahrt anscheinend mit dem Benzin. Und ich glaube, das wird nicht die letzte beschissene Entscheidung sein, die wir hier gestellt werden. Zum Glück musst du ja diesmal entscheiden. Nein, 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 nein. Pst, pst, pst. Oh, was ist das? Ist doch nicht so clever, oder? Nein. 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 Wissen. Gelb! Ach, äh. Ist er klein? Okay. Die helfen uns? Ich glaube, aber nett von denen. Ist er klein? Die helfen uns. Ich glaube. Und du hast den anderen gerettet. Wie cool. Kleines. Und wir können nicht nur die Leute sterben. Wenn ich sage, dass die Tür nicht öffnet wird, dann meine ich es. Wir wissen nicht, wer diese Leute sind. Sie könnte gefährlich sein. Schmerz. Sie könnten sie auf uns gelegt. Wo ist deine Humanität? Wir haben Kinder mit uns. Ich sehe eine kleine Mädchen. Was ist das? Ich... ich muss schlafen. Ich gehe da wieder in eine Minute. Ich warte, dass du das würdest. Sie haben Kinder, Lilly. Diese Dinge außerhalb nicht. Vielleicht sollte man sie dann mit uns einladen. Sie haben etwas in der Gemeinde. Schmerz, Lilly. Sie müssen diese Leute kontrollieren. Carly und Clegg haben einfach rausgekommen. Ich gebe nicht auf die Flasche. Wir sind auf die Flasche. Sie ist nicht falsch. Sie haben einen Risiko genommen. Ja, wir haben es gemacht. Und wir haben es. Warum macht ihr das? Oh, hör mir. Pass auf, Clemmen auf. Der muss halt auf Blumen. Oh, er wurde nicht gewissen. Er war nicht gewissen. Wir müssen das jetzt enden. Es ist ein anderes Wissen. Was wird ihm groß, Alter? Nein, ich habe ihn ausgeliefert. Es gibt keine Beine. Er ist gut. Nichts, keine Leute. Wir haben es schon gesehen. Wir lassen jemanden mit einem Blumen bleiben, und wir werden alle beobachten. Hör auf. Wir müssen ihn wegziehen. Oder erhitzen ihn. Kenny! Stop ihn! Was machen wir mit diesem Mann? Dad, es ist nur ein Kind. Lilly, ich werde das machen. Aber dein Herz, Dad. Du musst dich aufhören. Wir werden diesen Kind auskennen. Wir werden diesen Kind auskennen. Hör auf. Das ist das, was ich denke. Jeder, schau auf. Niemand tut nichts. Hör auf, Lilly. Und du. Hör auf. Sie werden uns finden. Und sie werden hier rein kommen. Und nichts davon geht. Aber gerade jetzt. Wir werden hier mit einer dieser Dinge getrunken. Was zur Hölle bist du? Er hat gebetet. Das ist, wie du wohnst. Er hat nicht gebetet. Bitte stoppt das. Es tut ihn. Oh. Ich tut ihn. Ich tut ihn. Das ist mir auch gut. Komm, Alter. Nein. Nein, da drin. Nein, Mann. Mussten die das nicht wissen? Also, ob der jemand schlimm ist. Es ist nur ein Junge. Jetzt komm runter, Alter. Und dann werden sie drei. Es ist ein kleiner Junge. Ich denke, wir können ihn behandeln. Ein kleiner Junge? Es wird ein nicht kontrollierender Mann-eater. Es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Und wir werden ihn rauskuchen. Jetzt. Nichts. Es wird nicht mehr. Es wird nicht mehr. Es wird nicht mehr. Ich habe eine kleine Mädchen. Ich lasse mich hier auch. Es willst du nicht zu schützen? Es ist ein kleiner Junge. Also, komm schon. Du besser einen Plan haben, dass ich mich töne. Denn es ist mir. Ich bin bevor ich noch jemanden. ja was ja wo ist hin da? warum fällt der denn immer hin? warum fällt der denn immer hin? was ist denn los mit ihm? was wie? was soll ich tun? los du 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 los mal los so geschossen aber das wird alle anlocken scheiße dankeschön ja das war trotzdem nicht umschrauber oh es geht schlag auf schlag und unsere superkraft ist stolpern schlag die Mutti ja genau wo die armee kommt ich weiß ich weiß nicht dank Gott für was es ist wir haben fast sterb wegen dieser Scheiße das war schluss ja so ist es oder so ja und er wird jetzt zum zombie was ist mit ihm? bei dem ich versuchte ihn zu beruhigen das ist jetzt vielleicht ja nitroglycerin-pille? ja wir sind weg wir haben versucht in die pharmaze seitdem wir hier gekommen sind ok wie kommen wir da rein? durch das büro? wir schaffen das irgendwie wir kommen da irgendwie vielen Dank wir brauchen nitroglycerin-pille bitte komm da rein ich werde mich auf meinen Vater alle anderen sollten komforte und schauen was für etwas wir können hier ein bisschen ich denke dass diese Drogstor keine permanenten Lösung du bist genau das ist nicht genau Fort Knox was sagst du? wir brauchen so viel Gas wie möglich damit wir alle raus aus der Stadt machen schnell und ich gehe raus und hole Gas da ist ein Motel nicht zu weit von hier nach dem Ende der Peachtree ich arbeite nach dem und dann zurück was ich kann ist das jetzt quasi unsere eigene kleine Truppe? wahrscheinlich well it's gotta get done plus I'm quick and I know make it ah born and raised if you're gonna do that if you're gonna do that here's a walkie talkie if you get in the tight spot hopefully you won't need it cool Clementine's got the other one check in with her and get back here as soon as you can and you what's your name it's Lily my dad's Larry keep a good eye on these boys will work on getting you your medicine that's right and you you keep an eye on that front door you're our lookout Doug you got it Doug and I'm Carly okay Carly you'll shift in with Doug when he needs it for now get some rest you're a good shot and I'd like to keep it that way you got it boss now get him those pills so na gut dann schnell was haben wir hier noch was zu schnecken Energieriegel den nimm mal mit ich doch nicht erstmal über so'n corny so warte mal nochmal schnell gucken ich hoffe das läuft jetzt hier nicht auf Zeit oh nochmal erstmal ein schwarzer Brett gucken hmm schön 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 oh guck mal hier kannst du einen Doug anrufen einen Doug anrufen Doug ist doch da Doug ist da greeting cards Postkarte schnell schreiben ich war in einer Zombieapokalypse und alles was ich bekam war dieses lausige T-Shirt so ich dachte du machst jetzt ne Karte fertig für den für den Typen mit get well soon haha genau so haha schön so das ist nischs ja also wir müssen nur zurück in Fort Lauderdale wir machen unser verdammt hey Lee ich würde jetzt aber wirklich mal interessieren ob der kleine Junge nicht wirklich gebissen wurde ja das äh was ist der Plan ich denke es scheint ziemlich gefährlich da draußen also wir sollten uns warten um die Dinge zu entfernen du sagst deine Familie ist von hier in Macon das ist richtig das ist woher sind sie woher sind sie? woher sind sie? sie sind weg sie sind weg sie sind weg sie sind weg oh mein Gott du denkst du wie? wie? ich weiß nur wie? Kat, das ist nicht unsere business wir können duk duk wir sind Glück wir sind Glück wie ein Gott Ich habe schon mal einen Schokobillen geklappt. Kein Mann. Wie geht sie? So. Ich denke, sie ist gut. Sie ist ein schwerer Typ. Sie ist nur eine kleine Frau. Sie ist nur eine kleine Frau. Sie sagt, sie hat Tage über seine eigene Arbeit. Das ist richtig. Nicht nur eine kleine Frau kann das machen. Sind Sie alles gut? Wir sind einfach gut. Wie geht es dir, Doc? Wir haben alle viel durchgeführt. Lee, hast du eine Sekunde? So. Nein, jetzt kommt er um die Ecke mit. Und Doc ist doch gewissen worden. Oder er ist es. Wir haben nicht versucht, ihn zu retten. Das Blut ist an unseren Händen. Du weißt? Es ging alles sehr schnell. Wir haben den Jungen... Also wir wollten ja. Er ist ja weggerannt. Wir töten den Jungen. Wir könnten ihn zusammen schützen. Wir haben getan, was wir können. Schade Dinge passieren. Wir haben keine Wahl, die töten Sean. Manchmal musst du dich einfach entscheiden im Leben. Oder manchmal musst du dich einfach eine Entscheidung treffen, die eine Konsequenz mit sich zieht. Ich habe keine Wahl. Ich glaube... Aufmutter. Ich versuche es zu lassen. Ich versuche es zu lassen. Es ist einfach so... Wo ist das denn? Bup! Es ist ganz schlecht. So irgendwie... So! Oh, hier ist noch einer. Den nehmen wir auch. Ich schnappe mir alles hier. Alle Schokoriegel. Und dann nehmen wir zu Clementine. Denen gibst du ihr die alle, oder was? Na, ich geb ihr auf jeden Fall ein. Das steht ja mal fest. Mausi hier. Da. Gib mir ins Neues. Hi. Kann ich, äh... ...gib dir was? Ich bin okay. Vielleicht bin ich ein bisschen hungrig. Nein, das ist ja kein Problem. Komm mal her. Da hab ich doch was. Ähm... So, ähm... Are you okay? What? Ja, ja. Ich bin gut. Ich bin gut. Das ist gut. Ja, ich denke so. Ähm... Bein gut ist... gut. Das ist gut. 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 Das ist etwas Neues von Glenn. Nichts. Ist er okay? Ja. Ich denke so. Du machst einen guten Job. Wir sitzen dich. So. Hier haben wir uns zahlen. Bitte schön. Danke. Natürlich. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwie reinkommen. Was ist das hier? Ach, Geldautomat. War schön. Also... Wozu braucht man jetzt mal Geld? Ja. Zum Verbrennen, damit es warm wird. So, hier vorne lag noch was rum, glaub ich. Was ist das? Noch mal ein Schokoriegel oder was? Na ja, dann nehm ich alles mit. Alles. Du bist aber auch ein Schokoriegelsammler. Ich bin ein Schokoriegel, Steve. So, hier. Hör mal. Da ist da noch einer. Ich nehm sie alle mit. So. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hinten drin? Äh... Über den Typen da? Ne, raus oder? Also, müssen wir raus? Ich hoffe nicht, oder? Ne, ne, wir müssen irgendwie... Wie kann ich mit den Tresen und den... Achso, hier durch die Tür. Live inside. Ja, live inside. So. Ich mach mal ne Fünnmal Wetter, dass er jetzt hier wieder irgendwo ausrutscht. Da, die Bohnenkugel da. Da wird da drüber stolpern. Seht doch, komm. Womitain hat Clementine mit dabei. Das weiß ich nicht. Der Cat hat sie jetzt auch nicht mitgenommen. Also... Ich kann nicht. Ich kann nicht über sie hier denken. Oh Gott. Der Cat ist auf jeden Fall richtig geil. Meine Eltern? Gehört der Laden jetzt doch seine Eltern? Was? Okay. Krass. Hinterkasse. Die Tür führt zu der Backallee. Fürst Aid Kit. Oh. Schön. Fürst Aid Kit. Fürst Aid Kit. So. Glücklich ist es hier nichts, was ich hier brauche. Scheiße Bescheid. Euro Palette. Alle müssen trinken. So. Okay. Komm. Drum zur Seite. Oh. Ein Mysteriöser. Besenstieren fällt auf den Boden. Ach nee. Krücke. Was ist das? Das war mein Vater. Er hat sich hier an die Zeit an die Zeit. War er krank? Nein. Er war okay. Ich sah ihn mit dem Wupp-Shop-Lipters. Und der Cain hat dieses Ort besser als jeder Gartenkugel konnte. Und er wusste, wie er es kräftig aussieht. Wie du mit der Hand hast. Mein Vater hat es mir gegeben. Du bist so nett. Oh, diese Mucke ist wirklich... Sehr, sehr geil. Ach so. Du musst wahrscheinlich den Schrank hier wegbewegen, wa? Ja? Better get this door clear, huh? Can I help? Oh, das ist auch... Sure. Ein kleiner süßer Mausitzahn. Here we go. Watch your fingers in the drawers. Wie geht's dir? Ja, es ist nicht so schwer. Wie ist das mit alles draußen? Es ist nicht gut. Nein. Es ist nicht. Aber ich denke, es wird okay. Hast du Kinder? Nein. Du hast keine Familie? Lass uns dieses Ding wegschieben... Das ist nicht so. Sie spielen Sport? Ich spielen Soccer, aber ich wirklich nicht mag es. Ich bin auch nicht verrückt. Okay, ein bisschen weiter. Warum willst du nicht über deine Familie sprechen? Sie lieben dich? Ich bin kein schlechter Kerl. Ich habe ihn nur umgebracht. Oh Gott, was? Was? Ja, den Kopf. Ich glaube nicht, dass er den meint. Meine Eltern sprechen nicht mit mir, wenn ich in Probleme bin. Ich kann es nicht. Au! Oh nein, oh nein! Ich habe meinen Finger verletzt. Ist es schmerzend? Ein bisschen. Ich finde deinen Bandage. Jum, 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 jum. Ja, da liegt es doch. Jum. Bisschen nicht da oben. So, First I eat. Was ist das? Dad, komm mal den Fernseher. Fernseher. So. Sind es da auch noch? Erstmal Schubladen öffnen und gucken, bevor ich... Ja, ich habe die Fernbedienung. Es ist der Fernseher zu meinem Dads TV. Müssen wir jetzt den Fernsehen? Lee? Ja, ja. Entschuldigung, bitte. Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen und ich nicht da bin? They'll, uh, track us down. Don't worry. Ja. Okay. Aber wir sollten einen Blick aufhören. Ich habe meine Walkie-Talkie, in case sie so versuchen. Ja. Bleib bei mir bis dahin, okay? Haben wir nicht das andere mitgenommen? Ja, aber... Das kannst du halt erklären. Man muss es nicht sagen. Das ist doch... Soll ich jetzt erstmal den Fernseher anmachen? Nee, lieber nicht machen, dann macht Lärm oder was? Ich weiß es nicht. Ich würde es erstmal verarzen. Vielleicht kommt ja jetzt gerade meine Lieblingsserie. KB hört, dass Benni und Steve gerade streamen. Das würde mir jetzt gerne anschauen. Ja, man muss doch mal Prioritäten setzen. So. Äh. Ja, bin ich nicht aufgefasst. Was? Zieh ja einen Finger. Pfff. Was ist das? Das tut mir leid, wenn ich das mache. Ein bisschen. Nicht zu viel. Bist du sicher? Ja. Oh. Lass uns das Kettgeber jetzt aufhören. Ja, bitte. So. Und pusten. Ach, die kleine Maus. So. So. Jetzt ist es unbedingt den Fernseher anmachen, ja? Ja. Also, ich... Das ist was ich dachte. Wow. Was... Wozu zur Hölle kann ich diese Fernbedienung finden? Da ist ein Foto da oben. Geh das Foto. Oh, wir hatten noch einen Bruder anscheinend. Ah, der sieht aus, dass ein paar Arzt geworden ist, oder? Ja. Oh, Arzt oder Arzt. Das ist Lea. Findet irgendwas? Kommt, sieht doch immer her. Was? Das ist ein Foto der Familie. Das ist ein Foto der Familie. Das ist ein Foto der Familie, die in diesem Ort hat. Das könnte uns helfen, die die Chäden zu entfernen. Ich weiß, wer du bist. Du bist Lea Everett. Du bist ein Professor in Athens, der hat einen Staatsanwalt mit deinem Frau. Das ist deinem Frau. Das ist deinem Frau. Das ist ein Foto der Familie. Aber ich bin ein Reporter für W.A.B.E. in Atlanta. Ich habe mich auf diese Foto. Vielleicht bist du ein Foto. Aber ich weiß nicht. Frankly, das ist eine Foto, die in Ande kommt. Hm. Du sagst jemanden aus dem du bist? Oder dass du mit diesem Ort gehst? Der Welt ist endet da. Wer weiß, wer ich bin? Wenn du nicht, dass die Leute finden, dass du einen Grund auf dich verletzt hast, besonders wenn die Foto zerbrechen, du bist verrückt. Whatever. Du bist ein guter Mann. Und das letzte, was wir brauchen, ist drama. Du hast diese kleine Frau, die zu beachten. Und... Look, nicht mich falsch auf das. Ich will nicht. Gut. Denn wenn das länger dauert, als ein paar Tage, und du bist für die Gruppe, dann haben wir ein Problem. Ich höre dir. Ich werde es nur für mich behalten. Also, Antwort 2. Ja, ja. Wie kann ich dich vertrauen? Du kannst nicht, ich glaube. Aber du hast nicht viele andere Optionen. Wurde und ich sag mal, Aha. So. Okay. Mal probieren, durch die Tür durchzukommen? Ach... Ja. Na ja, wir brauchen ja noch die Pillen für den, für den blöden Typen da. Na ja, die finden wir hoffentlich nicht da drauf. Aber, ja, war ja schon eigentlich... Ich hab's ja schon gesagt, dass... Tja, wir schlossen das. Frage ist also, wo finden wir den Schlüssel? Vielleicht hier? Vielleicht am Stock? In so'n kleinen Reimfach? Wer weiß? Äh, einen Stock können wir aber nicht, glaube ich, anwählen, oder? Ne, ist Apotheke. Vielleicht hat ja eine kleine Maus ne Idee. Glaubst du, alles sind okay? Hast du von kleinem gehört? Wie geht's dem Finger? Ja, aus dem Finger. Es ist okay. Danke, dass du es fixierst. Aber ich werde weiter schauen. Okay. Will ich zurück in die Drogstelle mit mir? Okay. Lee? Ja? Du bist nicht schlecht, richtig? Ich, äh... Warum hast du mir das gefragt? Die Frau sagte, dass du jemanden hast. War das, weil er eine der Dinge versucht, dich zu essen? Es ist kompliziert. Manchmal passiert Dinge, oder... Du machst Dinge, und du kannst sie nicht erklären. Ich hab hier noch mehr Bock. Das hat er gesagt. Kannst du ja nicht bringen. Wie fehlt dir denn das Spiel bis jetzt, Benny? Ja, es geht. Also, es muss erstmal so'n bisschen... Es geht. Ja, es muss reinkommen. Moment, wir müssen die Stories kommen. Hey, Bear. Und, äh... Ich bin irgendwie in der Jamm hier. Äh, kleine Mädchen, wenn du da bist, kannst du dein Vater auf dem Telefon? Oder auf dem Talkie, oder was auch. Das ist Lee. Was ist das? Also, ich bin da in der Motor Inn, und... Ich bin... Stuck. Stuck? Ja, ich... Ich habe eine Chance, zu bekommen, mit der Gruppe. Und ein paar der Roaming haben mich zu spüren. Ich stehe hier, aber sie werden nicht verlassen. Was ist das? Glenn ist da in der Motor Inn. Hey, Glenn. Okay. 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 Ich muss mal so Glenn rausruhen jetzt. Das wird interessant. Ja, Problem ist aber, äh... Wir brauchen halt den Schlüssel. Den... Den doofen Schlüssel. Können wir den in die Toilette rein? Nee, gar nicht. So, was hast du hier? Kannst du... Was hast du hier? Kannst du... Kannst du... Das Radio. Ich kann es nicht zu arbeiten, doch. Hier, lass mich mal schauen. Boah, das wär so geil, wie sind denn der letzte Schlüssel drin gewesen. Schade. Ja, natürlich. Ja. Ja. Nein. Ich kann versuchen, etwas zu finden. Ja. Danke. Ich weiß gar nicht, was zu suchen. Was? Mit jemandem haben wir noch angesprochen, oder? Ja, nicht richtig, oder? Nichts, Glücklich. Willst du nach außen gehen und nach oben schauen? Ich bin noch nicht zufrieden. Nein, das Garten dort ist geöffnet. Wir können vor der Stärkung sein und sind gut. Ah, okay. So. Ja, wir müssen noch mal auf. Cool. Und wir werden es unterhalten. Wir müssen ihn nicht zurückbringen, mit irgendwelchen unnäßigen Geräusern. Entstanden. Jesus. Herrgames! Das ist doch schon sehr, was ich wille. Herrgames, Herrgames! 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 Ziegelsteine, was haben wir denn noch? Fernbedienung. Das ist nicht eigentlich die Vitamine, die ich nicht nur nehmen kann. Wir suchen hoch und hoch, bevor ihr hierher kamen. Wir waren mit dem alten Paar, wir waren zusammen mit uns. Bist du okay? Ich bin okay. Wenn die Schläge nicht in der Drogenstelle sind, denkst du, sie könnten hier sein? Wir leben jetzt in der Westen. Gehen und gehen weg ist eine wirkliche Möglichkeit. Genau. Raumhakt. Ach, zur Scheiße. Fernsehladen, ah. Ach so. Wir machen jetzt einen Eiertanz darum, irgendwie, dass der Knecht seine Nitroglycerinpillen kriegt. Der Penner, wohl gemerkt. Ich würde es nicht machen. Well, fucking done, dog. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Hä? I got a few of them to take notice. Super interessant. Aber nicht genug. Schade. Vielleicht noch ein bisschen lauter machen oder so? Okay. Baumarkt anschauen. Ich habe es, aber es war zu riskierend. Noch ein paar Leute kamen und sie haben versucht. Und was ist passiert? Ich glaube, sie sind die meisten, die du hier sehen, wandern. Okay. Shit. So. Also, wir haben noch das Schloss. Wo ist das jetzt? Bumserei da drüben. Oh. Was ist das? Nein. Das ist sein Bruder. Oh, shit. What? Do you know that guy? Das ist mein Bruder. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Das ist mein Bruder. 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 n-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m hmmch. Da, wir kommen auch nicht zurück, oder? Nee. Kommen wir nicht? Don't come back. Oder? Nee, sieht nicht so aus. Gehen wir wieder hinein, guck mal, da kannst du wieder reingehen. Weil dann kannst du nämlich mit dem Stock vom Opper oder vom Fadern einen Stein ranziehen. Gute Idee. Gute Idee. Und dann rüberschmeißen und dann Kombination suchen und keine Ahnung, Gott. Ich frage es, wie lange hält er da unten noch durch? Anscheinend eine halbe, dreiviertel Stunde Minimum. Aber du kannst den Stock ja gar nicht nehmen, oder? Nein, wahrscheinlich. Aber das wäre schön gewesen. Können wir denn irgendwas anderes nehmen? Da müssen wir vielleicht nochmal in Apotheke gucken, ob wir da irgendwas kriegen. Können wir nicht rein in Apotheke. Nee, ich meine jetzt in dem Vorraum. Gibt es da noch irgendwie Sachen, äh, ich weiß nicht, Stock, Radio, keine Ahnung, Antenne? Man könnte dann, ja, gut, man kann auch probieren, irgendwie zu sagen, okay, wir tauschen halt die Batterien aus der Fernbedienung. Die brauchen wir jetzt ja nicht mehr, weil die Fernseher sind an. Hier. Hier. Ich finde, ich habe etwas zu essen gefunden. Oh, äh, danke. Dankeschön. Du bist willkommen. Dankeschön. 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 Okay. Schade. Hast du mit denen eigentlich schon mal geredet hier währenddessen? Vielleicht haben die ja noch ein paar Infos. Wie geht's? Ich bin nicht sicher, ob ich dein Name habe. Es ist Lee. Lilly. Mein Vater ist Larry. Alle mit L. Okay. Ich war nur, was ich hatte früher. Jeder war. Ich war jetzt. Ich war das Herz wieder, und ich bin nicht zufrieden, um alles zu tun. Und die Vigilanz mit meinem Vater, das hat nicht geholfen. Das hat nicht geholfen. Das hat nicht geholfen. Aber er hat doch angefangen. Was ist doch von hier? Ich arbeite bei Warner Robbins, der Air Force Base. Ja, weiß ich. Pilot. Nein. Es ist nur mechanische Admin-Stuff. Ich arbeite mit ein paar Shitheads und Bürokraten all day. Manchmal ein Flugzeug, wenn ich glücklich bin. Du? Ich arbeite bei UGA. Was ist doch jemand hier, als ihr angekommen seid? War jemand hier, als ihr hier kamen? Nein. Dieses Ort war ziemlich geholfen. Wir haben ein paar Körper aus dem Offiz. Sind Sie okay? Ja. Ich bin gut. 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 Wir haben einen älteren Mann in der Offizie gefunden. Dad haben sie rausgebracht, um sie nicht wirklich sterben. Was denkst du über all das alles? Was ist das zu denken? Die Böden sind auf, um die Leute zu essen. Und um sie zu mehr... mehr von ihnen. Ich meine, Jesus. Wir müssen uns zusammenbleiben und durchführen. Was ist mit ihm? Er hat eine Schmerzung. Er nimmt Tablets Nitroglycerin sehr regelmäßig. Ich habe ein paar Schmerzungen gesehen, die er konnte nicht übernehmen, und er braucht nach dem Krankenhaus. Ja, das ist wirklich nicht eine Option. Ich versuche ihn nur zu halten. Ich versuche ihn nicht. Ich versuche ihn nicht zu halten. Er hat einen Schmerz. Ich versuche ihn auch nicht zu halten. Er hat einen Schmerz. Jetzt auch nicht. Ah, du weißt dich! Weiß ich nicht! Chat! Lieber Chat, ihr seid gefragt jetzt. Wir können uns entscheiden. Und du wählst die Wahl. Wir haben Kinder hier. Familie. Er und ich sind eine Familie. Ich versuche ihn nicht zu Hause. 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 Er ist nicht zu Hause. Wo ist ihre Mutter? Er ist sie? Savannah, glaube ich. Oh. Ihr seid nicht zusammen. Oh, nein. Ich bin ihr Vater. Ich habe sie in einer Haus, wenn ich aus der Atlantag. Sie hat sich selbst überleben. Ich bin bei ihr selbst. Ich denke, die Mädels Eltern haben das nicht geschafft. Oh. Ich habe eine Antwort auf die Antwort. Sie waren in Savannah. Sie war mit dem Sitter. Es war nicht gut. Well. Sie ist Glück, dich zu haben. Ich werde ihn zurückkommen. Das klingt gut. So. Hat uns aber trotzdem nicht weitergebracht. Wir kommen leider immer noch nicht aus dem Ding da raus. Also wir brauchen irgendetwas. Wir brauchen eine Kombination. Vielleicht das zweite Tagesmenü. So. Komm auch nicht dran vorbei. Also eine Kombination und irgendwas. Weiß ich nicht. Wo wir uns das Ding da vorziehen können. Den Stein holen können. Also Artok würde ich natürlich sagen. Irgendwie sowas findet man eigentlich hier. Sollte man meinen und nicht vorne. Aber. Aber da hast du ja auch nicht so viel Auswahl oder? Ja eben. Leider. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Tja. Stidi. Warten wir mal jetzt. So. Kannst du irgendwas grabbeln? Was war denn da jetzt rechts? Irgendwie bei den Fotos vielleicht noch irgendwas? Du hattest ja gerade rechts in die, in die. Hier ne? Ja. Eine Batterie. Ah. Was ist das für ein bestimmtes dicke Klobier? Und ich weiß noch wo eine war. Warte. Geh mal. Geh mal. Ja geh mal da lang. Richtung. Ja. Da unten. Jetzt unter deinen Füßen. Genau da. Zweite Batterie. So und dann. So und dann. So und dann. So und dann. Geh mal. So und dann. So und dann. Und wir müssen uns in drehen. Ah ist ja nicht richtig drin. Lol. Ach schön. Das ist doch Humor alter. So Antenne noch ausbauen. Oh die Antenne. Kannst du die nicht einfach. Also wenn die nicht abbrechen können und mitnehmen können zum Stein da rausholen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Vielleicht können wir das noch. Wer weiß. So. Over. Was? As the unknown affliction continues to spread unchecked. You fixed it. The estimated death toll continues to skyrocket. W-A-B-E urges you to stay indoors. And avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full... Uh, my producer is telling me we have to get off the air. Steve. It's okay. It's okay. You're a pretty good chap. Oh ne. It's okay. I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about five feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole. But, you know. Yeah. That you pretty heard it? That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kind of cute. In that parent's basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. Buzz? 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 No, we've seen you landed. How did you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. So. You ready to hit up? You got it. You? Yeah. Let's go. Yes. Hätte sie nicht eigentlich auch die Scheibe irgendwie... Na, pull. Machen wir ja auch Lärm. Weil... Was? Shit! Get down! Ich frag mal gleich, wenn ich die Wahl habe, die Waffe zu benutzen, soll ich sie benutzen? Das ist eine gute Frage. Ach, Glenn! Ich bin glücklich, dass du hier bist. Jesus, Glenn! Wo die sagt, immer Ballern. Oh, dann war das nicht so schwer. Können wir raus hier, bevor wir uns so erkennen? Nichts noch. Es ist ein Überzeuger nach oben oben. Kein Weg. Wir müssen jetzt gehen! Oh! Ouh! Wir wissen nicht, ob die jetzt hier bissen wurden. Das wird nicht gut ausgehen, Freunde, das geht nicht gut aus. Okay, das ist der Parkour. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du da vorbei willst. Schön, das ist aber toll. Na dann, äh... Okay. Ich kann jetzt höchstens oben rüber schauen. Okay. Ja, letztendlich zur Not muss ich halt try and ever probieren hier irgendwie. Ist da was drin? Und das mit Quick-Time, Steve. Das wird gut. Na, na. Bisschen Selbstvertrauen hier. Ne? Oh, Screwdriver! Ah, Scheibe einschlagen ist scheiße. Ah, Scheibe einschlagen ist scheiße. Kannst du vielleicht gucken, ob du von der anderen Seite rankommst? Oder von oben irgendwie? Sieht nicht gut aus. Da ist genau einer nach vorne. Okay. Guck mal, wenn er nach... Achso. Naja, achso. Dann schaut er was nach oben. Ne, wenn du nach oben guckst? Also wenn du den Fall nach oben nimmst? Wenn du auf die Ladefläche drohst? Ne, macht er die gleiche. Achso, okay. Okay. Also links und rechts ist... Ne, rechts und oben ist dasselbe, okay. Probieren wir mal eins ganz rechts. Nicht das hat... Schaut, bildet mal rein. Achso. Ah, warte mal. Vielleicht hätte man jetzt... Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber wenn... Wenn ich jetzt nach links drücke... Guck der denn auf... Ne. Jetzt hätte gedacht, kick doch die Ladefläche, aber macht er nicht. Was ist, wenn ich die Scheibe einwerfe, der kommt angekrochen und ich mit Schraubenzieher... Probier's! Mehr als sterben kann's ja nicht. Tja. Das... Das hört sich gut an. Das probieren wir jetzt. So. Den hau in die Scheibe. Das haben wir hier zum 8. Mal schon durchgeguckt. Ich denke ich hab ein ziemlich verdammte herausfordert, diese Leute sehr ruhig zu spüren. Jetzt müssen wir ne andern und zurückgehen. Na dann. Hey, Mann. Du hast ein bisschen prosed. Perf olla, das muss richtig weh tun. Okay, er will das nicht. Dann muss ich nochmal kurz zurück. Links neben der Mauer liegt was. Links neben der Mauer liegt was? Schreibt Jojo. Also dann geh ich wieder zurück zur Mauer. Links neben der Mauer. Oder meinst du das hier, hier hinten, also wenn du jetzt nach links rüber guckst? Also irgendwas? Nee, kannst du nicht. Oho! Danke Jojo. Ein Kissen! Sensationell, vielen Dank Jojo. Das ist wirklich nicht das, was ich in der Meinung habe. Auf zum Druck. Den Zombie mit dem Kissen ersticken! Meine Güte, ey. Oh wow, ein Kissen, ja? Jojojo. Ja, das ist der Kissen. Das ist ein Meißel in der Kissen. So, okay. Was sollst du mit dem tun? Das weiß ich nicht. Hast du keine Tricks, um in die Fahrzeuge zu kommen? Nicht ohne Kissen, oder ein paar Geräusche zu machen, und keine mit Pälen. Watt! Watt, willst du ein... was? Wie? Ne, ich wollte das Kissen vor die Scheibe machen, und dann... Stevie! Du nimmst das Kissen für den Zombie! Was, der andere vor der Mauer, oder was? Ne, hier am Auto! Genau den! Du darfst dich jetzt mal Kissen ersticken, oder was? Nein, Mensch! Schalldämpfer, hier, zack, ran da, und jetzt kommt sie mit der Pistole, und puff! Alter, das macht doch keinen Lärm, oder was? Nein, in der Story nicht! Ach, also, äh... Aber jetzt kannst du das Auto pushen! Bisschen unlogisch für mich jetzt! So, was haben wir denn hier? Das ist doch, weißt du doch, Filmlogik, Stevie, Filmlogik! Oh, erstmal der da aufreinen, ja okay, mhm, mhm! Wir machen sie ja gut! 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 Schau mal, wir gehen in die Ecke! Okay, mal zurück schauen! Weil ich weiß, was du mit der Zündkerze wahrscheinlich machen darfst! Oh Gott, nein! So! Ja, Multi, so doof, da muss man erstmal denken! Was denn? Das war großartig! Das war großartig! Das war großartig! Ja, komm hier ran! Nee, aber dafür kommen wir jetzt ans... äh... Fenster ran! Genau! Das macht mal jetzt nen Lärm, aber... Let me see the spark block! Warum? Richtig! Und jetzt ist einfach einschmeißen! Glück gehabt! Glück gehabt! So! Und hallo, wenn Dead or not! So ist... Was ist das so? Jetzt ist... Die Frage, können wir jetzt zurück zur Mauer und den Typen von hinten killen? Ja, klar! Auf jeden Fall! Oder hätten wir den Typen drüben, wo die Axt ist? Nee, den hast du jetzt erstmal so, ne? Jetzt nimmst du jetzt... jetzt gehst du hier links und machst erstmal hier, äh... Und dann schlechst du dich von... da an, an ihn an und machst von... ...hinten... ...den Stealth Kill... Ja, dann nehm ich nicht! Okay, dann guckst du nach da und machst da den Stealth Kill? Musst aber schnell sein! Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert! Nicht? Ich warte, um ihn zu näher zu kommen! Ich warte, um ihn zu näher zu kommen! Oh! Das war ein Ticken zu lange gewartet! Aber wir haben zum Glück einen guten Safepoint. Wenn nicht, kannst du es ja auch machen, dass du erstmal bei der Mauer drüber guckst, den anderen anlockst, um den erstmal auseinander zu klavüstern. Dann, ne? Einen nach dem anderen, so nach dem Motto. Ah, sehr gut Steve, sehr gut, sehr gut! Und Platsch! Okay! Und jetzt den anderen? Und? Nein! Noch nicht in die Brust, Mann! Okay, ins Auge geht auch! In der Kopf! Du musst immer machen! In der Kopf! Oh, aber jetzt hat wenigstens erstmal funktioniert! So, jetzt hau den wenigstens unter den Ticken noch! So, und jetzt haben wir auch den Schraubenzieher nicht mehr! Ja, aber dafür kannst du jetzt die Axt gehen! Hey, wo war dein Weck? In diesem eisbegrossigen Hohle! Holy shit! Das ist cool! Jetzt haben wir noch einen Scherzchen! Are you two done? So! Take these! That should help! Why don't you guys like behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you! Aha! Oh, was ist hier? Ja! Oh, was ist hier?! Ja! Ja. Ich hab keine Option hier abzubschlagen. Na los, komm, komm, komm. Na. Ab mit dem Kopf. So, jetzt ist die Uhr schon tot. Eine totale hohe Nummer, wahrscheinlich. Ihr könnt's hören, die ist hier ein bisschen. Und das Droh. So, macht das weg. Hallo in there. Wir sind hier, um Hilfe. Bitte, geh weg. Let's go, Leute. In einem Moment. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. She's in trouble. Miss, we're coming in. Coming in. Nimm die Axt und dann haust du noch den Satz raus. Here's Johnny. Ja, dass er keine Rückenschmerzen kriegt bei dem krummen Laufen, ja, das ist wirklich. Stop, just stop. I'm coming out. Okay, die kommen freiwillig. Oh, I hurt. Oh, God. I, I said, stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said, go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Glenn? I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. Okay, we'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. Ich würde sie jetzt auch nicht mitschleppen. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please. I don't want to be one of them. They're, they're satanisch. Was denn? Na, Waffe eben oder nicht Waffe eben? Also ich wäre nicht dafür. Ich würde dir einfach eher anbieten, den Kopf abzuschlagen. Also wir haben ja noch eine Axt. Ich lobe dich, dass du die Option hast, hier zu sagen, hey, hier köpft doch lieber deinen Freund. Und dich dann auch selbst. Ja, aber die Patronen sind doch viel zu wertvoll. Und vor allen Dingen viel zu laut. Außer sie sind natürlich wieder so ein cooles Kopfkissen. Wir können dich das selbst selbst machen. Dann mach es mir! Wir brauchen noch die Waffe, oder? Wir müssen gehen. Gib es mir, bitte! Das ist verrückt. Bitte, steig zurück. Es ist nur zwei Sekunden, nur eine Bolle. Und ich kann mit meiner Familie sein und es hilft mir gut. Miss. Zurück, bitte! Oh! Oh, shit! Oh, oh! Okay. Whoa, take it easy. We just want to help. You can't. Miss, just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... No, no, no! Das war laut. Let's get out of here. Hätten wir jetzt da oben noch irgendwas finden können in der Bumme? Weiß ich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt... Here they come! Genau, die Aufmerksamkeit. Get in! Bei dem Pizza-Bowry. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and... Well, yeah. We're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. So, wir haben eine Axt jetzt. Achso, jetzt wird sich quasi nach hinten, um die Tür einzuschlaschen, oder was? Ich denke, das wird nicht gehen. Aber wir können es probieren, aber ich... Das wird wieder so eine undurchdringbare Tür sein. Da kannst du mit keiner Axt oder keiner Dynamit starten. Nur mit dem passenden Schlüssel. Und der Pro. Na, schauen wir mal. Okay, jetzt haben wir eine Teiltür. Dann brauchen wir die Axt wahrscheinlich, um den Stein nach vorne zu ziehen, oder so. Und dann mit dem Stein quasi das Glas einzuschmeißen, damit wir an den Links da rankommen, um den Schlüssel zu holen. Oder? Das wäre jetzt auch meine Theorie. Schauen wir mal, ob es funktioniert. So. Dirk. Wie geht's? So, lieber Chad, sagt mir noch weiter, wie euch das Spiel, bis jetzt so ihr fällt. Alter, warum denn? Mann. Ah, das ist doch. Okay. Okay. Okay, du brauchst einen Code. Bezüglich. 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 So. Okay, dann mach mal die Tür auf. Nee. Dann mach's doch noch nicht ganz auf. Alter, so ein Stück reicht doch. Kann ich mal schon wieder auffräsen. So. So, und jetzt. In die Scheibe. Brim da. Fäfer rüber, das Ding. Mal gucken, ob es so weit werfen kann. Wahrscheinlich nicht. So, sehr schön. Oh, Fernsehen. Oh, wenn jetzt tief läuft. So. Now it's time. So, jetzt. Hin zu den Frutti-Typen hier. Schauen wir mal. Tja, na denn. Nimm's mal deinen Bruder. Befreie ihn, Mann. Erlöse ihn. Pssst. Schreie doch nicht rum, Mann. Komm, zieht jetzt durch. Erlöse deinen Brudermann. Halt, ich wollte gerade sagen, Halt, es bringt nichts, Mann. Oh, also, oh, komm jetzt doch nicht. Oh. Okay. Gott. Aber Jojo, da gebe ich dir recht. Aber ich gebe Jojo recht. Jojo schreibt gerade, warum labern die immer so viel und lassen sich so Zeit? Ich würde echt einfach mal hin und machen. Dann ist Familie und so, aber das ist doch so gefährlich. Das ist geil. Erst durch Schreien haben sie sich umgedreht. Satin. So, wie halten, wie machen die das jetzt wieder zu? Weil die können auch einfach raufziehen. Also, Schloss ist ja nicht mehr da. Ja, das ist eben das Problem. Ja, das Ding ist jetzt nicht mehr zu. Mann, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Das ist alles, was wichtig ist. Jetzt können wir die Pillen holen. Ich habe die Schlüsse. Ich habe die Schlüsse. Gott, du bist großartig. Lass uns da rein gehen. Und jetzt sagt ihr einfach, nein, wir gehen da nicht rein. Zeit, die Apotheke zu öffnen. Schlüssel passen nicht. Nein! So, bin ich... Oh, nein. Shit. Ja. Wir müssen hurry. Ja, hinten. Wieso denn? Wenn ich von hinten mit der Richtung... Ich rieche mal nicht auf, aber da rieche ich mal auf. Oh, ein Schraubenzieher. Tja, nur nicht im Kopf, nur in der Schulter. Den holen wir uns. Den holen wir uns? Ja, da setzen wir uns unseren ganzen Werkzeugkasten zusammen. Oh. Wäre eigentlich mal so... so geile Collectibles für so ein Spiel irgendwie so, ne? So nachher die Netze. mach den eigenen Bau... den eigenen Werkzeugkasten. Fanger, Hammer. Alle. Schraubenzieher. Recht lange. Scheiß, Dreck, Alter. Duck. Komm, wir haben Zeit, um zu gehen. Ich werde den Auto zurückbekommen. Mach es schnell. Ich muss meinen Vater rauskommen. Ich habe keine Planung auf Dilly Dallion. Hör, du hast Duck in das Büro und verbring den Typen hinter mir. Glan, wenn du hörst mir in die Alley starten, starten die Leute rauskommen. Du hast es. Dug, Carly und Lee, du kannst unsere Gefängnissen bleiben bis dahin. Und Lee, ich sollte das Axe in case ich in den Augen auf dem Weg zu meinem Auto. Hier geht's. Die Tür ist nicht mehr verletzend. Schraubenzieher. Du drei, geh auf es. Ich werde zurück, schnell wie ich kann. Schraubenzieher. 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 bitte hurry. Nop! If we don't make it through this, you should know that I think you're a great guy. We will make it through this! Doug, if we don't make it through this, you should know! Oh, hey! I should know what? You said I should know! Oh, fuck it! Are you sure of that? No, no! Hey, it's eh the whole time loud, so I can't touch it. 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 Did you find anything? Nothing! We know it's over! Go! No! 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 Holt! Oh door! Oh door! Oh door! Holst die Tür, ihr Perleding! Romans, verse 2 Zack, die Brücke! Und die kleine Holzbrücke, die sollte jetzt heißen oder was? Oh nein! Darkman! Nein! Wen, wen sollen wir retten? Wen sollen wir retten? Die mit der Pistole! Wen sollen wir retten? Mit der Pistole! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, das war wohl mit Duck! Let's go! Ja, das war wohl mit Duck! No! They... You gotta move! Huh! Nimm den Schraubenzieher! 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 Alter, das soll nicht sein! Ernst! Nicht sein scheiß Ernst, Alter! Oh komm, los, komm hoch, Mann! Bester Buddy ever! Nimm den Schraubenzieher! Und dem hast du noch die Tabletten geholt. Verstehst du? Haben wir die denn noch gekriegt? Also, dem würde ich jetzt nix zu sterben lassen. Kann man hier angehen? So, jetzt sind wir wieder zum Hotel wieder, zum Hotel wieder zurück. Und Steven hat den Schraubenzieher liegen gelassen. Ich hab's, ich hab's gesehen. Die guten. Wer denn jetzt mitnehmen soll? Können oder was? Wenn du so, dann kann ich mich nicht mehr. Aber in England, Atlanta wurde aufgeschlossen, dass sie bei einem Tag und Reiden. Und dann ist das mal, wenn du den Schraubenzieher auslöst hat? Ja, ich hab's gesehen. Aber ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Und du hast mir einfach nur das. Ich hab's gesehen, dass ich dich alleine verabschiede, wenn ich dich allein für 5 Minuten bin. Ich weiß, was es wichtig ist, dass du dich vorst. Scheiße. Ja. Hey, Glenn. Ich denke, ich muss gehen. Zu Atlanta? Ja, ich habe Freunde da. Und ich kann nicht hier sein, dass sie in dieser Stadt sind. Es klingt, dass niemand weiß, was da passiert ist. Als wir ein paar Tage vorgezogen haben, könnte man auch weggehen. Ich muss meine Chancen nehmen. Alles, was wir haben, würde sich verloren, wenn ich dich allein für fünf Minuten verlassen würde. Es ist nicht so wichtig, dass wir die Dinge verlassen. Es ist nicht so, dass wir viel zu Beginn haben. Es ist so, dass wir zu Beginn haben. Ich erinnere mich, als ich überrascht habe, und ich sagte, »Oh, das ist alles, was du tun musst.« Du musst tun, was du tun musst. Ja, also, irgendwie, letztendlich muss ja natürlich halt die Storyline weitergehen. Also, Glenn wird definitiv die Gruppe verlassen. Okay. Und das weißt du jetzt schon vorher? Ja. Ja, na, weil Glenn halt ein Bestandteil der Serie ist, quasi. Und nicht bei denen bleibt jetzt hier. Selbst wenn du jetzt sagen, es ist eine falsche Entscheidung, wird er wahrscheinlich trotzdem gehen. Okay. Moody hat übrigens auch noch geschrieben, auf deine Frage, von wegen, wie es dem Chat so weit gefällt. Du musst tun, was du tun musst. Und ich muss das tun. Ich respektiere dich. Ihr seid sicher. Wir werden versuchen. Riespizza. Riespizza. Hey, kid. stub良orees call back da. Thankslage für mich da. Leuk, wir brauchen dasselbe. Ja, ich宗 Ciao. Und damit habe ich fast auf diesem Ding auch drauf gemacht. Oh,inyin. Ich sollte hier ein bisschenастворW Ibizahammer- Sie ordinern freuen. Boche. Ja. Es geht zu dir. Ja. Und vor dem immer hier所 existier maps, das Ihr Segen rob interes. Ich glaube, das stimmt. Ja, du bist, du bist, du bist. Du bist, du bist, du bist. Danke. Du hast es. Du hast es. Du hast es. Ich habe es gesehen. Du hast es nicht mehr beantre, die wir denken. Es war so toll. Du hast es so viel. Du hast es nur ein bisschen. Alles wir haben, wird sich verloren, wenn ich dich für fünf Minuten verletze. Wie geht's dir? Ich bin okay. Du weißt. Ich glaube, ja. Ich kann nicht mehr Gedanken über Dug. Wir könnten ihn nicht beschädigen, hätten wir? Ich glaube nicht. Es passiert ziemlich schnell. Ich weiß, es ist dumm. Wir haben uns gerade gesehen. Und er war so ein... Es ist nur, dass ich ihn gefühlt habe. Ich bin sicher, dass er dich auch gefühlt hat. Du hast es besser. Ich würde lieber alleine sein, glaube ich. Ich verstehe. Warte. Leigh? Was ist es? Wie wählst du dich? Wir beide brauchten dich. Du hast mich. Es ist nicht so großartig. Es ist nicht so großartig. Es ist nicht so großartig. Du hast eine Pistole, deswegen habe ich es gemacht. Was? Aber du hast mir erst geholfen. Ja. Das ist richtig. Ich wünsche mir, dass wir beide es geschafft haben. Ich auch, Carly. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Oh Mann, guck mal das. Der Dumerron hatte diese Minigun auf seinem Schulter. Es ist alles wie Pow 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 Pow. Ich habe einen Superdinosaurier in den Toast. Aber du weißt was? Er war nicht. Oh, und dann? Hey Duck. Willst du es für einen Moment kühlen? Okay. Entschuldigung. Es ist nicht so, dass wir viel zu beginnen haben. Entschuldigung. Es gibt nicht viele Kinder hier. Nein. Es ist nicht das. Es ist... Ich wurde wieder getroffen. Ich war da, aber... Ich falle. Und mein Walkie-Talkie wurde zerbrochen. Glenn hatte den anderen. Es ist nur ein Walkie-Talkie. Es war wahrscheinlich nicht viel zu Beginn. Es war nicht nur ein Walkie-Talkie. Ich weiß, es macht keinen Sinn. Aber es ist wie ich mit meiner Mutter und meinem Vater gesprochen habe. Und jetzt sind sie weg. Es ist weg. Vielleicht können wir dir einen anderen finden. Ich glaube, ich werde diesen einen halten lassen. Ich glaube. Lee. Komm hier für einen Moment. Hm. Lass mich mit dem reden. Oh Mann, komm mal wieder. Oh Mann, komm mal wieder. Was willst du von dir? Du möchtest meine Tochter? Was? Ja. Sie haben ihre Vater versucht mich zu töten. Na ja, er hat das gemacht, weil er weiß, dass Lee Everett ein Vergebung ist. Und so will alle anderen, wenn du sie näher gehst. Du hörst mich? Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß nicht was passiert. Aber wenn irgendwas passiert, dass meine Tochter oder die kleine Frau mit dir mit dir passiert... Ich weiß nicht, wie ich das mache. Du hörst deinen Einen. Du hörst deinen Einen. Hey, Lee? Hast du einen zweiten? Ich erinnere mich, als ich sie aufhörte, ich sagte, dass du sie verhörst. Aber sind wir in der Theorapie-Gruppe hier? Mein Vater wäre tot, wenn es nicht für dich wäre. Du kannst nicht so sein. Du bist nur ein Mensch. Ich weiß nicht. Wir sind Glück, dass du dich haben. Ich hoffe, dass das so ist, dass wir gewinnen. Ich auch. Diese Motoren ist ziemlich verständig. Wir blocken die Entrennungen mit einigen Autos, und behalten jemanden auf die Beine. Wir können hier bleiben bis die Militär durch. Ich eigentlich mit dem Plan. Ich auch. Wir haben die Bede, wir haben Wasser, und, das wichtigste, wir haben Licht. Es gibt die Schmerzen, die zu Hause. Ja, du bist richtig. Du weißt, Leute, ich glaube, es wird alles gut sein. Schön. So viel dazu. Oh, das ist jetzt mal bei Walking Dead. Ich dachte, wir wären gut, wenn wir die Walkers überlebt. Ich dachte, wir wären gut, wenn wir die Walkers überlebt. Ich dachte, wir würden uns nicht mehr überlebt. Ich möchte, dass du das, okay? In case du oder Clementine beginnst fühlen zu fühlen. Du wirst mir nichts wissen, Carly. Wie geht's dir, Clementine? Ich bin wirklich hungry, Lee. Wir müssen Essen, Lee. Soon. Ich bin Andrew St. John. Wir sind von St. John Derry. Es ist schön. Ich habe nie zu bedanken, für die Walkers zu retten, von den Walkers, nach Herschel's Farm zu retten. Irgendwas kommt, Lee. Hier wird ein Krieg. Die Walkers nicht so viel wie die Bandits. You fucked with us! Now we're gonna take what we want! There's too many of them! Ah! 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 You never liked my death! We came back at the drugstore whenever we thought Teddy's kid was bit! You went out of your way to side against him! This isn't happening! No more! Please! No more! Please! Lee! Please! Ah, schön. Was ist bisher geschah? I know who you are. I got another good one for you! Who've been all by yourself through this? Yeah. I want my parents to come home now. And you. You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. You got it, boss. And I don't give a shit about what happens to you, but if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Oh man! Hehehe! Hehehehe. Spiray pass ich den die getroffenen entscheiden. Schön, ja. Drei Monate später Geht der gut los Geht der gleich gut los Geht der 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 gut los Ja, das war ja nun nicht unbedingt nur unser großer Freund. Echt, so einen kleinen Vogel? Das können wir machen. Ja, nicht für so einen kleinen Put-Vogel da. Sag mal, komisch geschrien. Kenny? Nein, Mann, Kenny! Kenny, willkommen! Halt durch, Mann! Dein Mächterbart wird dich beschützen. Oh, Mann, 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 Mann! Was ist das denn? Jesus Christ! Oh, shit! Nein, nein! Bitte nicht töten uns! Wir wollen nur unsere Lehrerinnen helfen! Wir werden weg, ich versuche! Lee! Ihr seid okay? Get it off! Get it off! Gott, dammit! Get it off me! Travis! Maybe they can help! These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that! What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? I don't know, Mann! It's okay. We're not gonna hurt you. Don't listen to me, Ben. Please, just let us go. We're not a threat to you. Kid, chill out. We'll try to help you, but you gotta shut the fuck up. Please, this is fucked up. We gotta help. Please. Ben, shut up! My dad was special forces. I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that you can leave us or whatever. I don't care. Please. Oh, ffff, ffff. Wo der ihr wisst? Bitten? No, I swear. Hurry, please. Hurry. Oh, nein. Nein. Lee, this trap has been altered. There's no release latch. What? Keine Entriegelung? Na toll. Oh, no. Okay, wir haben eine Axt, ne? Wir haben eine Axt. Ja, genau. Also, durch die Kette kommen wir nicht durch. Wir kommen durch die Kette nicht durch. Sorry. Ist krass, aber es ist... Ich hab keine Zeit, man. Seid so, wissen wir. Zieht durch! Sollte er dich angucken? Achso, ich muss ja hier, warte mal, hier. So. Sorry, Mann, Alter. Sorry. Doch, doch, doch. Nein, Mann, Alter. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ah! Oh! Oh, er ist doch nicht jetzt durch. Oh! Oh! Komm, oh, nein, Alter. Nein! Das ist doch nicht wahr. Ja, komm, jetzt. Hau den letzten... Oh, Gott, das ist so viele. Oh, durch die... Ja, wir haben David befreit. Er blutet in den Boden. Oh Mann, wo kommen die denn jetzt alle her plötzlich? So. Oh Mann, renn noch weg! Travis, renn! Oh ja, ein Stein, natürlich ein Stein. Warte, warte, warte! Nein, Mann! Ah, scheiße, Travis, Mann. Geht das schon mal gut los, ey? Oder wir hätten jetzt einfach abhauen können. Mann. Ja, da wollen wir direkt den Kopf ab, wenn du in so eine Falle drin trittst, ja. In so einer Zombie-Apokalypse ist es jetzt auch wirklich... Nicht gut. Hunger und Hilfe, Episode... Dos. Ach, da ist er ja, der Penner. Oh, wir haben auch einen kleinen Zaun. Wir haben uns anscheinend etwas verbarrikadiert. Ach. Duck. Also ja. ... Hör mal auf. Aber das ist ja der Saramotor-Geschoss, das ist schon cool, wie macht denn die Fäh- Mann! Klementinchen, jetzt hör auf! Geht die Gäste öffnen! Wir haben uns verletzt! Sch***! Was zur Hölle machen sie denn? Kann doch jetzt aber nicht einfach so aus dem Busch rausrennen und irgendwie. Wissen wir noch, dass man erst mal ein Codewort sagt, bevor man da rauskommt. Was ist passiert? Ich gleich noch mal auf den Fall. Ich habe Zeit, um es zu erklären. Lee, bist du okay? Geh ihn in den Truck, ich will sehen, was ich tun kann. Kat, muss ich den Saramotor-Geschoss? Sie ist das Pen? Lee! Ich weiß nicht! Was zur Hölle? Du kannst nicht nur hier neue Leute bringen! Was denkst du? Hey, willst du dich für eine f***ige Minute halten? Hey, nein, ich bin nicht! Ich wollte wissen, warum du glaubst, dass du mehr Mouth zu fählen wäre eine gute Idee! Er würde sterben, wenn wir ihn liebten. So was? Wir sind nicht zuständig für alle schwierige Survivor, die wir überkommen. Wir müssen uns auf unsere Gruppe fokussieren. Genau hier, genau hier. Genau hier, genau hier. Ach so, hang on. Wir haben noch nicht mit diesen Leuten gesprochen. Vielleicht können sie helfen. Komm schon, Lilly. Es sind die Leute. Die Leute versuchen zu überleben, wie wir. Wir müssen uns zusammenhängen, um überleben. Also, wir müssen uns zusammenhängen, um überleben. Wir müssen uns um einen Tag wiederholen, um zu machen. Wir müssen uns zusammenhängen, um zu machen. Wir müssen uns ein paar Minuten zurückgehen. Wir müssen uns in der Familie zurückgehen, um zu machen. Aber das Essen ist fast wieder weg. Wir müssen uns eine Minute nach oben gehen. Wir müssen uns vielleicht ein paar Wochen wiederholen. Und ich glaube, dass ihr alle alle Ihr seid gut, ihr seid die Leute her. Aber wir können unsere eigenen Gelegenheiten machen. Das ist nicht dein eigenes Diktator-Ship. Oh, komm mal. Du bist dramatisch. Alles wird immer eine Power-Sprache zwischen dir zwei. Ich werde nicht ein Teil davon sein. Hey, ich habe nicht gefragt, um diese Gruppe zu führen. Jeder war glücklich, dass ich das Essen verabschiede, wenn es genug genug ist, aber jetzt, dass es rauskommt, plötzlich bin ich ein Geheim-Nazi. Kenny ist richtig. Ja, du bist in charge des Essen und die Regionen, aber du bist nicht in charge des Lebens. Wirklich? Du warst nicht da. Lee hat eine Wahl gemacht. End der Geschichte. Oh, nein. Er hat das Gefühl, dass ich diese Entscheidungen machen, um seine Familie zu schützen. Wir haben einfach genug Essen. Ich sehe keinen von euch, um die schwierigen Entscheidungen zu machen. Meine Frau hat mehr Balls als alle von euch. Dad, bitte. Warum nicht du mit dem Wallen helfen kannst? Das ist alles, was wir für heute haben. Du entscheidest, wer zu essen wird. Nein, ich bin ernsthaft. Du holst das Essen und sie schreibst. Du siehst, wie es nicht genug Essen gibt. Du siehst, wie es nicht genug Essen gibt. Du siehst, wie es nicht genug Essen gibt. Du siehst, wie es fühlt sich nicht genug Essen für alle. Gleich insta-klick-klick-klick-klick-klick. Alle weggehauen. Ich bin so satt. Ach, den Rest will ich nicht wegschmeißen. So, du hast nur vier Nahrungsgegenstände für jetzt auch zehn, junge Leute. Naja. Also eins kriegt meine kleine Klemmi. Ist ja wohl klar. Mark brauchst ja nicht so rüberzulabbern. Naja, und der andere Duke. Wie kann man sein Kind Duke nun? Duke. Also, wenn du Asiat bist, dann ist es okay. Wahrscheinlich. Das ist dann wahrscheinlich wie Thomas. Aber... So ein Amerikaner? Duke. So. Na gut. Ach, hey. Ja, das ist äh... Na gut. Dann laufen wir mal erstmal los. So, Amy Maus. Wie geht's, Clementine? Na? Okay. Wo ist deine Mütze? Ich weiß nicht. Kannst du mir sie finden? Wo ist deine Mütze? Na klar. Na klar. Wann hast du sie verloren? Ich hatte sie ein paar Tage vor. Vor ein paar Tagen hast du sie noch gehabt. Danke. Okay, Clemm. Ich muss mir ein paar Dinge bemerken. Wann gehst du zurück zum Flugzeug mit dem Duck? Okay. So. Hier, Mause Zähnchen. Hast du was zu essen? Ja. Halben Apfel, ein Stück Dörrfleisch geben, Cracker und Käse. Hm. 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 Ja. Vitamin. Protein. Und Kohlenhydrate. Na ja. Komm, wir bleiben mal bei Apfel. Vitamine. Genau. Vitamin! Ich liebe Apfel. Danke. Ja. Gibt es noch mehr? Nein. Das war der letzte. Oh. Geh es. Du verdienst es. So. Ach, Duck. Ja, muss natürlich dem anderen Kind, muss ich auch essen gehen. Ansonsten ist dann nur die Klappe. Hey Duck. Wie ein bisschen Essen? So. Duck ist... Duck ist der Dörrfleisch-Typ. Nee, Duck ist der Käse- und Cracker-Typ. Da. Hast du. Komm. Ja. Oh Mann, ich bin so hungry. Lass es dir schmecken. So. Was bist du überhaupt für einer? Hey, ist mein Freund zu machen? Ich weiß nicht. Aber Kaja wird unser Bestes. Ich versuche. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, du hast seine Beine ausgelöst. Es gab keinen anderen Weg. Äh. Also, wer bist du? So, wer sind die Leute? Unsere Gruppe wollen wissen. Ich bin Ben. Ben Paul. Der Mann, den du geholfen hast, ist Mr. Parker. Der Banddirektor in meiner Schule. Wir alle kamen aus der Stone Mountain. Der Leiter des Schulorchesters. Alter. Und wir bringen jetzt ja. Äh. Wie geht's dir sonst so? Wie hältst du dich, Kind? Äh. Ich ähm. Ja, hättest du. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Liebevolle Stränge wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ja. 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 Ja, Junge. Musik ist wichtig, aber wenn da so eine Horde Zombies kommen, kannst du jetzt auch nicht irgendwie so, klick, 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 die Posaunen faggen an. Natürlich ist Musik sehr wichtig. Absolut. Das steht auch völlig außer Frage. So. Okay. Calling. Reden wir erstmal mit calling. So. Schließt du schon besser? Ach, wir haben Schlafstürungen. Klar. Wer hätte hier nicht Schlafstürungen? Ja. So. Ich weiß nicht, wir sollten für die Hände sein, aber nein. Ich bin nicht. Drugstore? Ja. So, ich verteile Essen. Was soll ich tun? Also, ja, wir haben jetzt noch... Ugh. Das kann nicht einfach sein Job. Es ist nicht. Ich werde nicht alle beenden. Was soll ich tun? Na, wenn du mit Lilly in gut zu gehen würdest, würde ich sicher, dass Larry etwas Essen bekommt. Du wirst wissen, dass der Mann ein echtes Schlafstück sein kann. Larry? Nein. Auf der anderen Seite, das Essen zu Kenny und seine Familie, könnte ihn dich erinnern, wenn er sich in der R.V. einen Tag entscheidet. Was für dich? Du brauchst auch Essen. Wir brauchen alle Essen. Du brauchst auch Essen. Ich kann dir nicht sagen, was zu tun. Aber was auch passiert, weiß ich, dass du die richtige Sache versuchst. Danke, Carly. So. Verlassen. So. Dann werden wir mal kurz hier mal... Ein Pläuschchen hier hinten. Na. So. Oh, ja. Noch eine andere. Kenny. Wörter sind raus, dass du den Motor nicht verlassen möchtest. Das ist kein Geheimnis. Das ist wahrscheinlich unser bestes Betten. Kann man ihm schon überlegen. Du bist gut für mich und meine Familie. Du hast Duck aus diesen... Monstern geschehen. Und du standst mit Larry in der Drugsstour. Ich werde das nicht vergessen. Du und Clem sind willkommen, mit uns zu kommen. Das ist eine gute Idee. Ja. Es ist... Ja. Lieber Chat. Sollen wir... Sollen wir... Sollen wir mauscheln? Sollen wir die Gruppe zusammenhalten? Oder sollen wir sagen so... Scheiß drauf die anderen. Los. Komm. Wir verpissen uns. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ich fahre natürlich erstmal Benni auch. Benni, was sollen wir tun? Schreibe mir. Scheiß auf die anderen. Wir fressen die auf. Essen für alle. Bisschen in den Puppen. So. Ja. Wir sollten diplomatisch sein. Das ist richtig. Irgendwie. Du solltest hierbleiben. Ich würde hierbleiben. Okay. Also wir haben schon... Zwo Stimmen für hierbleiben. Eine Stimme für... Frenge, Frenge, Frenge. Okay. Gruppe zusammenhalten. Alles klar. Gut. Dann haben wir eine eindeutige Tendenz. Ja Mutti. Du musst ein bisschen realistisch sein. Das ist richtig. Äh. 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 Und das finde ich auch wichtig. Finde ich auch wichtig. Aber wir müssen Gruppe zusammenhalten. Das Team. Unsere beste Chance zu überleben ist, zu entfernen von der Hauptstadt. Mein Geist ist auf. Ah. Okay Kenny. Gibt es hier noch was dazwischen? So noch? Nee. Ich hoffe, dass das jetzt erstmal als Sprechen abgegulten hat. So. So. Was ist hier mit ihr, Troller? Du uns gerade so angefahren hast. Willst du was essen? Äh. Wir sollten kurz nachdenken hier abzuhauen. Lass uns über dich und Kenny reden. Wir sollten über dich und Kenny sprechen. Was über uns? Die Diskussion. Es geht ziemlich aus der Hand. Du weißt, dass Leute das merken. Schau. Ich arbeite meinen Arsch auf, um sicher, dass wir hier ein gutes Setup haben. Und Kenny hat das einfach nicht geprägt. Alles wir brauchen ist Essen. Aber es ist kein Essen. Du weißt das besser als jemand. Alles du brauchst ist Liebe. Wir müssen nur noch etwas finden. So. Wir sollten nachdenken hier abzuhauen. Ja, tatsächlich. Irgendwie ist natürlich das Motel irgendwie auf Dauer keine Perspektive, wenn du hier nichts zu essen hast. Und alle schon die Prenatest. Gott, nicht du auch. Ich weiß, Kenny will gehen. Ich denke, das ist weshalb er ist so stolz, die RV zu arbeiten. Aber das ist ein guter Platz. Wir sind beschädigt. Wir sind nahe bei der Drugsstörung. Wir haben jetzt eine Routine und es funktioniert. Ja, dann rollen wir noch die Drogerie leer. Weil so geil ist das jetzt auch nicht, damit dein Bretter verschlacht da draußen irgendwie. Ich meine, das ist zwar so ein Notdürft ja Schutz, aber so richtig geil ist das jetzt nicht. Katja, ein Doppelarm. So, sicher. What do you need? Lieber nicht, ist auch schön. Just apply some pressure here while I try to close this up. You know, I thought I was starting to get used to this. Ich habe das richtige Ding. Ja, ich weiß, was du gemacht hast. Das richtige Ding ist manchmal schrecklich. Aber Lee, dieser Mann hat keine Legge. Ja, ist halt passiert. Ansonsten wäre er tot. Ich habe das richtige Ding gemacht. Ja, ich weiß, was du gemacht hast. Das richtige Ding ist manchmal schrecklich. Was, was, stand da so... Ja, der Mann hat das so gewollt. Was, stand da wirklich? Kannst du doch wirklich, kann es gerade nicht lesen. Ja, danke für die Hilfe. Geh' an und schau' an die anderen. Ich brauche hier auch ein wenig Platz. Äh, okay, alles klar. Gut, ich denke mal, dass wir jetzt erstmal sowieso erstmal alle irgendwie anquatschen sollen. Irgendwie, äh... Damit wir hier umgehend einen Pug... Moment, was ist denn das hier? Das ist doch hier... Das sind doch hier Suppen... Suppenbüchsen hier vorne. Da kann mir doch keiner erzählen, dass hier alle alle sind. Und selbst wenn, warum liegen die hier? Hier. Oh. Was? Ich denke mal... Der hat einen echt krassen Akzent, der Typ, Alter. Da steckt man ja 60 Cent wieder ein, Mann. Er ist aber auch so ein richtig geiler Typ. So, was ist das hier? Ansehen, Zaun. Kicken wir uns das Elip mal an. Euro-Palette! Euro-Palette! Carly hat den Bulk der Anrufe gemacht. Hm. Okay. So, Mark. Dann hau mal was raus hier. Was hast du zu sagen? Hey. Das geht nicht. Da geht die Axt von kaputt. Und wenn die Axt kaputt ist, sind wir am Arsch. Und du kannst auch nicht damit das Ding aufhebeln. Was soll das? Seid alle nicht so Pussis. So, äh. Vermisst du manchmal die Air Force Basis? Naja. Die ist ziemlich sauer auf uns. Na komm. Vermisst du die Air Force Base? Ich meine, diese Wall ist ein exaktes Militärstandard. Kein Weg, dass ich da zurückgekommen bin. Du sahst, was es war, wenn ihr mich aufgenommen habt. Ja? Komplettlich überrascht. Tschüss auf die Euro-Palette, ja. Lilly ist ziemlich sauer auf uns. Lilly ist ziemlich sauer auf uns. Ja. Hör, ich weiß, dass ihre Intentionen gut sind, aber... Aber nichts. Sie macht die smarte Wahl. Die Parasite, die ihr euch zurückgebracht habt, müssen gehen. Bei der ersten Entscheidung. Bei der ersten Entscheidung. Bei der ersten Entscheidung, bist du weg vom Fenster. Wut? 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 Das sollte helfen. Danke. Hey! Ich bin der, der hier alles Arbeit macht. Du glaubst nicht, dass du mir den Axt geben möchtest? Komm mal, Larry. Kuss dich runter, Alter. Er weiß, dass du nur hier bist, um die Lilly zu schützen. Er hat mir so gesagt. Wie er versucht, Clementine zu schützen. Er... Oh. Ich brauche nur etwas Essen. Du hast von vorne rein schuschliche Laune. Ich möchte mit ihm schon fast ja nicht sprechen, aber ich glaube, ich muss es. Willst du Essen haben? Auf gar keinen Fall! So, Lilly und Kenny müssen sich vertragen. Äh... Du musst mit Lilly sprechen, um mit Kenny zu gehen. Lilly kann ihre eigenen Freunde machen. Es geht nicht um Freunde zu machen. Wir sind alle in das zusammen. Wir müssen jetzt anfangen, wie es zu tun. Ah, alles auf das. Wir würden ohne dich sein. Ja, sagte der Mann, der schon ein Herz angefragt hatte. Du musst die Päne finden. Du musst die Päne finden. Lilly will die neuen Leute loswerden. Lilly will die neuen Leute loswerden. Ja, richtig. Es sind zu viele Leute, die hier rumhängen, wie es ist. Verlassen. Verlassen. Nicht erzählen mir, was zu tun, Lee. Mit Übchen. Ach ja, jetzt hab ich mit Captain Stumpfbrotteig noch nicht gequatscht, wa? Mit dem kleinen Duke. Dann hätte es jetzt bloß zu essen gehen. So, Duke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich bin okay. Ich und Clementine haben kaltiert. Guck mal was es ist. Ich weiß nicht. Ein Hund? Nein. Oh, ich weiß. Es ist ein Hund, oder? Nein. Du bist ganz schön mutig. Du warst ziemlich brav, als wir diese Leute hier gebracht haben. Das ist, weil ich weiß, dass Mom ihn kann fixen. Bis zum nächsten Mal, Doc. Tschüss, Lee. So. Okay. So. Mein Minecraft-Wissen hilft mir durch die Apokalypse. Da hast du recht. Da hast du recht. Irgendwie sind immer Video-Game-Skills, die dich nachher durch die postapokalyptische Zeit bringen. Wer Fallout viel gespielt hat, weiß, wie man so ein Retterbär-Kind zusammenzimmert. Und alles aus, was der besteht. So, okay. Clemmy hatte ich doch auch schon alles gesproken, oder? Oder hatte ich denn bloß was zu essen? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, Base-Captain. Oh, hast du noch das Wokitoki? Nee, natürlich nicht. Hat es einfach neu. Nein. Nicht, seit es in der Drugs-Store zerbrochen hat. Ich werde es dann einfach aufhören. Ja. Wenn das okay ist. Ich... Ich brauche es. Das ist klar. Es ist okay, honey. You said they'd find us. I know. I did. Und, bis dann... Look, uh, Clementine. I'm not stupidly, I know it's just pretend. But it makes me feel better. Okay. You take good care of it then. I will. Hm. Ja, dann halt's mal, meinte Butz. Hm, weiß ich nicht. Komm schon durch. I think you'll be fine. Oh, that's good. So, was, Leute, was ist... Überseh' ich gerade irgendwas? Kann ich... Ist er schon ansprechbar? Nee. Oder soll ich tatsächlich das ganze Essen erst mal verteilen? Und mich was behalten noch? Hm. So, also. Dann muss ich's mal so machen. Dann würde ich jetzt tatsächlich Kenny das Dörrfleisch heben. Weil der muss... Er hat Familie. Er muss die Familie durchbringen. Genau. Jogi schreibt auch gerade, vielleicht muss er das ganze Essen verteilen. Kenny. Bro. Ja, du bist ein Dörrfleisch-Typ. Teil dir das ein. Für dich ist deine Familie. Hier, Kenny. Take this. Wie about my boy? He eat yet? Yeah, I gave him something. Sure, then hand it over. I'm starved. Thanks. So, die anderen haben's hier merkt. So, und ich würde sagen... Behalte die letzte Nahrung für dich. Tatsächlich würdest du jetzt ja nicht für mich benutzen, sondern später vielleicht für Clementine. Ähm... Aber Benny sagt geben. Also, werden wir die... Jemandem geben. Okay. Jetzt können wir halt überlegen, ähm... Wie ist das denn, Lee? Von hier sieht es aus, als ob du deine Favoriten spielst. Oh, wie ist das? Ich wollte gerade vorschlagen, wem es dir irgendwie, damit du dir das mit deinem Vater teilen kannst. Da würde natürlich, äh... Carly leer ausgehen. Und... Tja. Tatsächlich viel Spaß. Oh... Mann, Mann, Mann. Ja, ich... Also, ich versuche mal jetzt einer Intuition zu folgen und zu sagen, hey, komm. Ist auf den Familienhof geteilt irgendwie und jetzt haben halt natürlich zwei Keenessen und dann... Oder beziehungsweise drei. Da, bitte. Kannst du überlegen, was da deinem Vater jetzt... Nimm es trotzdem. Weil wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir das jetzt hier ein bisschen cool hinkriegen. Das ändert nichts. Was? Vielleicht wird die mit dem Snickers... Nicht so ein easy Job, ist es? Weshalb du... Weshalb du gerade Hunger hast? Es ist okay. Ich weiß, dass du mich noch anschaut hast. So. Okay. Ich habe dich nicht aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie du das hast, um das jeden Tag zu tun. Ich habe keine Wahl. Hey. Danke, dass du mich und meine Familie nachschauen hast. Ich bin sehr ernst, dass du mit uns mit uns gekommen bist. Du hast mehr als eine Räte mit mir auf dem Räumen auf dem Räumen mit mir. So. Ich glaube, dass einige Leute nicht mit deinen Wahl sind glücklich. Du bist raus! Was ist mit meinem Essen? Es gibt nichts mehr. Du hast immer die Leute wie das, und deine Tage in diesem Grupp sind nummerlich. Du willst sprechen, alter Mann. Ja? Ich sehe nicht, dass du auf dieser Räumen arbeiten kannst. Er hat aber wirklich eine Fresse, die zerfraust die Beide. Das ist halt so. Ken! Komm her, bitte. Er hat es nicht gemacht, hat er? Er hat zu viel Blut verloren. Gott, damn it. Er hat es. Töten. Ken, komm zurück. Es ist nichts... Let's ihn gehen, Kadja. Was? Er braucht nur Zeit. Es war ein kräftiges Morgen. Den Mann, den du bringst, habe ich versucht, aber er wird nie überleben. Können Sie sich jetzt bitte jemand um Trompeterix kümmern, irgendwie? Was ist das andere Kind? War weh! War weh! War weh! War weh! Komm mal, komm mal, komm mal! Mal los! Tu it! Wo? Wo ist die Axt? Was? Viele? Wo denn? Achso! Und da, und! Bam! Und hier! Hier per mit dem! Nein, Mann! Hau da, lass! Und jetzt hau zu, benutze die S-Taste, was ist los? Ah, Quicktime Steve is back. So ein Shit. Ja, ja. So. Los, jetzt hauen wir mal die Fresse. Jetzt los. Alter, was für ne unnötige Nummer. Was für ne unnötige Nummer. Man kann man da nicht gleich mal sagen. Ach, krass, die wissen's ja nicht. Das ist schon immer die einzige Art und Weise, wie man Zombies erlegt. Wir sind alle infiziert? Jeder? Ich glaube so. Ich weiß nicht. All I know is that I've seen people turn who I know were never bitten. Als ich das erste Mal sah, dass wir alle in einem Gym und alle glaubten, dass wir endlich sicher sind. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, ich glaube? Ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat einige Pille. Aber viele von ihnen. Hat er nur ungelernt, er ist keiner gemeint. Jemand, die in der Mädchenruppe am nächsten Morgen. Und, Gott. Was? 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 Ich und mein Bruder, wir wollen wissen, ob ihr alle können uns helfen. Ich sagte, zurück! Carly. Sind Sie armiert? Ja. Für Schutz. Die Steine können überall sein. Aber ich glaube, dass du hier eine Hand hast. Warum brauchen wir Gas? Unsere Ort ist verraten durch eine Elektrikale. Generator gibt es die Elektrik. Unsere Generator laufen auf Gas. Was habt ihr denn zum Tauschen? Aha. So, so. Okay. Ich würde sagen, wie jeden mal zur Molkerei. Also, das ist ein Angebot, das können wir uns nicht aus... äh, das können wir nicht ausschlagen. Also, ich traue denen keinen Meter. Ja. Aber wir müssen, wir müssen alles geben, um Essen ranzukommen. Wir müssen alles geben, um Essen ranzukommen. Ja. Warum habt ihr denn die Gewerze Essen mitgebracht? Und wäre vielleicht ein besserer Tausch gewesen? Kommt doch bitte in unsere Molkerei? Nein. Nein. Schön. Okay, klingt gut. Schön. Es ist schön, sich von diesem Motel wegzunehmen. Diese Lilly-Kenny-Thinge beginnt, sich schrecklich zu werden. Persönlich wäre ich glücklicher, wenn du mehr in die Hand nehmen würdest. Ja, Lilly ist aber auch eine Clemere antwortet. Ich kann jetzt nicht immer nur Partei für Kenny ergreifen, obwohl die Kenny Kula findet. Was haben wir eigentlich getan? Was haben wir eigentlich getan? Wir sind ja, wie Benni letztens schon sagte, ein nicht verurteilter Mörder. Was haben wir eigentlich getan? Wir sind ja, wie Benni letztens schon sagte, ein nicht verurteilter Mörder. Es gab einen Unfall. Tatsächlich ist das wirklich schwierig, ne? In so einer Situation, irgendwie, kannst du dir wirklich noch leisten, zu selektieren? Ja, warum sagst du uns ein bisschen mehr über dich selbst, Lilly? Woher bist du denn? Ich bin mal... Wortkack. Wir müssten nicht so viel über mich messen. Das Ort sehen bessere Tage, hm? Du kannst das wieder sagen. Ihr seht doch ziemlich auf dem Motoren. Wer läuft da oben? Wir arbeiten als eine Gruppe. Alle schauen uns nach uns. Ich höre das. Es gibt so viele dumme Arten, die uns in den Tagen kämpfen. Es ist einfach schuldig. Wie viele Leute habt ihr da oben da oben? Er wollte dann schon viel wissen. Der Kind hier ist unser neuestes Rival. Aber wir sind alle auf ein wenig Essen. Wir brauchen ihn wirklich. Nun, hier geht es um uns zu helfen. Wir würden gerne euch alle auf die Däher kommen. Wie gesagt, wir haben viel Essen. Und ganz ehrlich gesagt, wir können immer noch ein wenig helfen. In den Sommern? Ich habe mich auf eine Götfläche geholfen. Ja, das ist großartig. Alles hilft. Mama hat die Däher für so lange wie ich kann erinnern. Aber jetzt ist es... Du denkst, dass du mich ausfüllen kannst? Scheiße! Geh! Keine! Niemand versucht dich ausfüllen. Du und Gary sind immer spüren. Du und die Bandits? Wer? Es sind die Leute, die Räte haben mich geholfen? Die Räte haben mich geholfen. Oh, Harvey! Scheiße! 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 Du weißt, wir haben alles geholfen. Was werden wir überhaupt machen? Keine Frage. Danny und ich haben dich geholfen, wenn etwas passiert. Aber wir warten uns an. Ich hoffe, wir gehen weiter. Scheiße! 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 Hör doch mal auf, Mann! Idiot, Alter! Das sind doch gleiche, die Beißer am Start. Komm! Nimm dir die Armbrust! Nein, Mann, die nicht weg! Nimm dir die Armbrust, bitte! Guck doch mal, ob man einen Schnickers in der Tasche hat oder was! Ja, die haben alle Aggressions-Probleme da. Ich muss einfach mal reden. Hier ist es. St. John, Familie Derry. Was ist das? Oh, 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 oh. Ich werde sagen, dass das viel ist. Hast du noch keine Erkrankungen gehabt? Nein. Es ist sicherer hier, als da draußen. Dieses Ort sieht nicht enttäuscht. Und du wirst nie wissen, dass der Rest der Welt in Ruinen ist. Es ist wert, sich zu schützen. Deshalb ist all die Juice. Ich dachte, ich sah, dass ihr euch mit der Firma durch die Strecke kommt. Ja, das ist unsere Mama. Ich bin Brenda St. John und willkommen zum St. John Derry. Dieser hier ist late. Sie hat sich dort auf dem alten Motel, um die Richtung. Sie haben noch ein paar Freunde, die hier auf dem alten Motel. Oh mein Gott, das Ort ist ziemlich vulnerable. Hast du jemanden mit der Erfahrung zu leben, um deine Gruppe zu führen? Er ist ja, der Kapalik unter Kontrolle. Kenny ist ja, Kenny ist ja, Kenny ist ja. Kenny ist ja, Kenny ist ja. Er denkt nicht, dass der Motorrad wird sicher sein. Das klingt wie ein smarter Mann. Hör auf, ich dachte, du sagst, dass jemand anderen Dinge läuft. Oh ja, ich dachte, sie fragte, sie fragte, dass sie über die Taktik zu leben. Na ja, es geht nicht. Du bist jetzt hier und jetzt. Wir machen sicher, dass du dich sicher bist. Wir machen sicher. So, gilt dieses Angebot auch für den Rest von uns. Äh, wir haben das bisschen, bisschen. Wir müssen erstmal die Dage abchecken jetzt. Wir sind alle unglaublich hungry. Diese sind für euch. Sie sind frisch am Morgen. Wahnsinn. Oh, was ist das? Haben wir Kartoffeln? Was war denn? Käse? Eine Katja? Eine Katja, ne? Eine Katja? Eine Katja? Eine Katja, ne? Boah, Mama hat echt eine grässliche Stimme. Da sagst du was, Mutti. Okay. Gut. Die bringen erstmal alle weg ins Zeug. Klingt alles zu gut, um wahr zu sein. Sorgen wir dafür, dass es hier sicher ist. Wir sollten ihnen helfen, so gut es geht. Äh, pfff, ist eigentlich... Eigentlich egal, ne? Sorgen wir dafür, dass jetzt... Wir müssen wissen, ob dieses Ort sicher ist, wie sie uns sagen. Genau. Obviamente, sie denken, es ist sicher. Aber ist es sicher genug für die Kinder? Ich merke einen roten Schwung da. Absolut. Wie eine Falle mit einer leckeren Kirsche in der Mitte. Was ist das? Wir müssen einfach nicht sehen. Und die Begrüßung der Begrüßung? Das klingt wie ein guter Weg, um eine gute Begrüßung an ihre Begrüßungen zu bekommen. Okay. Ich bekomme meine Augen ört und du findest, was du von Andy kannst. So. Na gut. Dann gucken wir uns jetzt erstmal den Zaun an. Ja, Fachmännisch müssen wir erstmal hier ein bisschen Fachsimpeln. Oh, Schaukel. Ah ja. Das ist seine Schaukel. Das ist... Schaukeln. Too bad, it's broken. Ich warte, Clementine und Duck würden etwas wie das spielen. Ja, ja. Clementine und Duck würden schaukeln. Ich mag diesen alten Schaukel sogar noch mehr als die Tour manchmal. Ich glaube. So, darf ich versuchen sie zu reparieren? Ja, jo. Glaubst du, wenn ich es fixe? Ja, sicher. Das wäre großartig. Mama ist sicher sehr dankbar, dass ihr euch helfen könnt. Es sieht aus, wie man nur ein neues Bord für das Seat braucht. Und einige Räume. Mache es sicher für Clem und Duck. Und lasst den St. Johns wissen, dass wir hier unsere Weckung ziehen können. Das ist absolut geil irgendwie. Das ist natürlich das allererste, was man machen will. Erstmal Schaukel reparieren. Nö. Das, äh... Muss man die Prio hoch mal setzen. So, okay. Jetzt gucken wir uns den Zaun mal an. Mal ein bisschen Morgren. So, was hast du gefunden? Ist das ein gutes Platz, um zu bleiben? Jetzt schau dich um. Alles klar. Schau mich an. Schau dich um. Cool. Oh, warte mal. So. Na. Wir nutzen Gatter. So, dann würde er wahrscheinlich rausgehen. So, was haben wir hier? Ich guck mal kurz hier mich noch ein bisschen rum. Da vorne sind noch Bretter. Kann ich da mitnehmen? Poinig. Hm. Poinig. Na. Säge. Oh ja, hier Säge. Hör mal. Kann man hier nicht dieses Brat nehmen? Möchtest du, wenn ich einen von diesen Braten benutze? Du hast bereits ein paar Verbraucher gemacht, hm? Ich mag einen Mann, der ein paar Initiativen nimmt. Ja. Geh gleich hin. Nice. Schön. Schöne Säge. Gute Säge. So, Brett haben wir schon mal. Bräuchten wir wahrscheinlich noch mal irgendwie ein Seil. Elektrischer Zaun, den schauen wir uns noch mal kurz an. Es sieht aus, dass die Braten rund um die gesamte Braten läuft. Nicht nur das Haus. Ja. Kann ich nicht vorstellen, dass das halt wirklich so viel abhält. Irgendwie, wenn die da in Scharen kommen. Die rupten das doch alles ein. Das ist doch... So, reden wir hier mal mit Andy. Hi. Hi. Ich bin glücklich, dass ihr euch entschieden habt, uns zu helfen. Ja. 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 Sonst kann keiner was. Wir können helfen, die Monkerei zu schützen. Ja. Wenn du ein paar extra Leute brauchst, um die Dairy zu schützen, dann kannst du auf uns antworten. Hoffentlich wird es nicht dazu kommen. Aber danke. Tja. Mutti schreibt grad Säge besser wie Axt. Also gut, jetzt nicht meine Axt eintauschen und dann den nächsten Zombie. Warte mal, komm mit einem Fuchsschwanz. Hey. Ja. Los. Los. Stopp. Kopf abgesägt. Wurde ich nicht machen. Bleib bei der Axt. Bleib bei der Axt. So. Der Zaun hält die Walker auf? Fragezeichen. Ähm. Ähm. Wir sind die ersten Gäste hier. Lass uns die Unzäunung reparieren. Na, dann lass uns doch die Unzäunung reparieren. Oh, gut. Der Fenster wird in ca. 3 oder 4 Sekunden stoppen. Aber es wird überrascht, wenn wir die Husten rauslassen. Du weißt, Mark und ich können die Fenster selbst klären, wenn wir hier mit den Generatorn bleiben wollen. Na, das wäre toll. Ich werde die Nordwestsektion öffnen. Und, äh. Wenn ihr sie ausbrechen können und welche Weakpunkte suchen, wäre das eine große Hilfe. Das klingt leicht genug. So. Bleib bei der Axt. Du wirst nie wissen. Was? Nordsektor? Ich muss erstmal die Schauke reparieren. Mein Ohr. Na gut, dann lass uns erstmal den Zaun ab. Es sieht schon schön aus hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Indisch. Indisch. Ist es sicher genug, um uns zu bleiben? Wenn wir können? Es ist ziemlich unglaublich, was sie mit dem Zaun gemacht haben. Aber, lass uns sehen, was es braucht, um diese Fenster zu steuern, bevor man irgendwelche Schlussfolgerungen zu machen. Ich kann nicht warten, bis jeder hier ist. Jeder außer Larry. Es wäre nicht so ein Schmerz in der Axt, wenn du ihm nicht sagst, dass wir immer hinter ihm sprechen. Ich... 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 Entschuldigung. Okay? Er ist ein Stück Scheiße. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich versuche es zumindest höflich zu sein. Wir werden es irgendwie ausarbeiten. Well... Hoffentlich wird er sich langsam, wenn er hier rauskommt. Irgendwie. Aha. Da haben wir schon mal einen. Wir nehmen den Pfeil mit. Lee. Er ist tot. Komm mal, lass uns das wegziehen. Die Bemerkung. Die Error. So. Nimm ihn und stech den Geil in den Kopf rein. Das ist schuldig. Andy sagt, wenn diese Fenster werfen, geht die Walkers wie eine Treppe auf einer Feuerleine. Wenn die Lichter weg sind, dann bedeutet die Fenster weg, oder? Es besser wäre. Na dann. Wollen wir mal hoffen, dass er jetzt auch so ist. Schiebe-Zombie. Also nicht hätte Fortress, ist das nicht. Ohne Benzin ist kein Zweck, sie brauchen Leute, die sie verteidigen. Die Fortress braucht Leute, um sie zu verteidigen. Wir haben genug Leute. Also was ist dein Geist auf die Brüder? Sie haben das Ort ziemlich gut gebrochen. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, sie sind nicht gut. Ich will nur wissen, dass ich deine Brüder habe, wenn alles runter geht. Das ist alles. Danke. Hier ist ein anderer. Ich sehe ihn. Könnte man. Oh, das sieht nicht gut aus. Moment. Ah. Hellfest. Ach Gott, hier wird's, in dieser Folge wird wirklich viel abgelöst. Oh. 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 Okay, kann ich jetzt den Traktor bedienen? Nee, er blockt. Kann ich hier irgendwie schauen? Oh, warte mal. Kann ich mir die Kran aufmachen? Oh, warte mal. So, ich will nach oben schauen. Wo are you? Egal. Kannst du jetzt schieben? Bitte, bitte, bitte. Nein, hinter dem Traktor. Wir können immer noch nicht. Was? Wieso können wir noch nicht? Oh. 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 Oh, die Penner da oben, Alter. Die flankieren uns doch gleich. Also, das wird da nichts. Nein, Mann. Was ist passiert? Hat aber so ein bisschen Charakter von Plop. The Last of Us. So, können wir dich hier irgendwie wegzahnen? Was ist die Scheiße? Ich habe jetzt alle hier. Muss weg. Ah, schön, schön, schön. Weiter jetzt. Wo wollt ihr denn hin? Naja, weil das ist ja nicht für eine Frage. Ah, ich glaube, ich habe es nicht. Ah, nee. Zieh an den Kopf. Oh, oh, oh. Der lebt noch. Ein. Hand los. Hand los. Eine sehr explizite Folge. Eine sehr, sehr explizite Folge. Oh, shit. Ach, ist doch scheiße. So, okay. Wir sind am Turm. Ah, danke schon. Weil die kommen einfach halt daher. Ja, warum? Warum warten die? Jo, jo. Ich würde alles essen. Alles. Alles. Was ist denn am Turm? Lee, was passiert? Ah, so, 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 so. Ich glaube, ich glaube, nicht diem. Holy Scheiße. Ist das okay? Ja, alle hier sind wir? Ja, ich glaube. Was passiert mit dir, sweetheart? Das sind die Bastards in der Hälfte, Mama. Ja. Ich bin okay, wenn es rauskommt. Gott, das ist das ist. Hey, ihr. Mark. Oh, mein Gott. Was passiert? Ich wurde mit einem Ere. Christ. Du bist okay? Ja, ich bin gut. Ich sollte nur... ...pull es raus. Oh nein, honey. Komm schon, Brenda hat dich. Komm schon rein, jetzt. Wir werden dich alle ausprobieren. Welch... Du solltest du sein... Was ist das? Wir sind ein paar Leute auf dem Weg hier. Bandits, ich glaube. Ich glaube, es war sie, die uns attackiert. Wir haben uns viele Probleme in der Anfang. Wir haben ein paar von unseren Farmhand. Wir konnten sie aufhören, um zu machen. Was macht ihr mit diesen Leuten? Oh man. Food for protection. Not like we had much of a choice. But they did stop hassling us. God damn it. Carly said this place was locked down tight. So much for your deal. Oh, shitheads broke the agreement. Look, I'm sorry, Lee. If I had any inkling they were gonna give you guys trouble, we would have gone out there with you. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Okay. Handings? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motorin. I think all of us and our guns can handle a couple of pumps and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Whoa, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah. That's real charming, Dad. Hmm. Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motorin until we get back. It's horse missions. Hey, uh, I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed that swing while you were out. I hope your kids like swings. A swing. I love swings. Just like at my treehouse. Come on, Doc. Why don't you kids go and play on the swing, huh? Yeah. Thanks. Anytime. We're looking out for you. Wir wollten auch die Schaukel ganz machen. So, gut. Dann schauen wir uns hier vorne mal kurz den Generator an. So, Jojo wurde also alles essen nach so einer Hungerphase. Wahrscheinlich, wenn wir da haben. So, wo die Frage, was würdet ihr am liebsten essen? Wäre der, wäre so ein fetter Burger oder ein Steak oder wäre es irgendwie Sushi? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was würdet ihr am liebsten essen? Benny Pizza. Pizza ist aber auch ganz geil irgendwie. Pizza, Pizza hat auch was. So, okay. Hier könnte man hochlaufen. Oh, Clemmy. Schwups. Na, wollen wir noch ein bisschen schaukeln? So, sprechen mit Andy? Nee. Ach, hier ist ja Klingy. Ja, wie wichtig so was, wie, wie eine Schaukel auch in so einer Zeit wahrscheinlich für die Kinder ist, ne? Was war jetzt die Sprache, was war jetzt, was hat sie jetzt gefragt? Hm, na toll, ich hab mich auch gepasst. Äh, sicher. Na klar. Bratkartoffeln mit Zwiebeln und so. Ach, das ist aber auch verfeinend. Und schöne, schöne Spiegerei rauf. Hm. So, wie geht's dir am Hause zahlen? Ich bin okay, ich glaube. Sind Sie okay? Ja. Ich bin nur ein bisschen über Mark. Ist Mark okay? Ja. Ja. Ist so cool, wie schnell die halt so eine innere Beziehung zueinander haben, ne? Irgendwie. Wie findest du die Leute dabei? Es ist schön, schöne Fleisch. Ja, es ist. Wasser. Ja. Ich bin nicht sicher, wann. Ein Tag. Es muss Dinge zurückkommen. Ja, es ist. Kannst du ja nicht sagen, hier ist alles zu scheiße, jetzt ist alles nur noch Kacke, irgendwie. Also, wir sind hier sicher. Die Realität wird noch schnell hin hochkommen, irgendwie. Also mit den Zwergen. Auf der anderen Seite müssen sie vorbereitet sein. Okay, Clint. Das ist genug für jetzt. Okay, danke für mich. Natürlich. Ich sag's dir. Ja. Okay, Doug. Nicht einen Gaskett. So, können wir... Können wir noch mit Lee... Äh, Quatsch. Mit Kenny quatschen? Lass sie mal von Dugner wegkloppen, hier. Irgendwie. Hey. Hey Lee. Der Zaun ist aber nicht sicher für die Kinder. Nicht, dass irgendwie ihnen der Kitz nachher sagt. Oh, schön, Zaun. Und denn? Ich hoffe doch nicht. Wie geht's dir so? Ich hoffe, dass sie uns lieben, Lee. Soon. Auf der Weg nach hier, ich war schrecklich. Hände schrauben. Schmerzen. Schmerzen. Ich dachte, ich werde rausgehen. Sie haben Essen hier. Ja. Aber ich spreche nicht nur über einen Essen. Du weißt? Genau. Ah. Lilly will nicht hier sein. Hm, von mir hat es... Unterherrschaft. Ja. 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 Dann würde ich nicht hier sein. Das passt ja jetzt. Wenn ich ehrlich bin. Er hat recht. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass er zuhörter sind. Wir können nur nicht einfach das Ding übernehmen. Dann müssen wir noch auf jeden Weg geben. Ich habe eine Beziehung mit den Banditern oder was auch immer. Genau. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Ich höre jetzt hier alle! So. Guck mal hier vorne mal kurz. Tipp, 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 tipp. Benutzergatter. So. Was haben wir denn hier schönes? Tatsächlich will ich nämlich noch nicht, äh, oben jetzt mit Andy sprechen. Aha. Hoi. Das ist toll. Das ist eine schöne Futterstation. Sehr, sehr schön. Na? Grampy? Ach, mit ihm kann ich nicht sprechen. Sehr schön, sehr schön. Finde ich gut. Lilly. Lee. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich, dass ihr zwei nicht getötet habt. Denkst du, Mark wird okay? Ich wünschte, ich wusste, aber ich glaube, er ist jetzt in guten Händen. Ja? Ist das nicht zu schlecht? Das wird mir gut. Ich habe gesehen, Leute, die zuhörter gehen. Wie könnt ihr uns alle zu diesem Ort bringen? Ah, ich nehme an, du hast dich nicht mit Kenny vertragen. Äh, was hältst du davon, das Motel zu verlassen? Äh, was dein Vater angeht. Ja, okay. Ich nehme an, du hast dich und Kenny nicht genau auf den Weg hier. Ich habe versucht, zu sehen, Dinge aus seiner Sicht zu sehen, zu seiner Frau und Kind und alles. Aber die Gämmelung mit deinem Familie ist ziemlich dumm, wenn du mich fragst. Lee. Ich weiß, dass du und Kenny sind Freunde. Aber du kennst, dass er nicht die richtige Person für diese Gruppe ist, nicht? Du bist eine gute Anführung. Du bist eine gute Anführung. Du bist ein guter Leder, Lilly. Kenny ist zu emotional. Aber seine Intenten sind in dem richtigen Platz. Und trotzdem wäre es besser für alle uns, wenn ihr zwei zusammen zusammenarbeiten könnt. Ja, wir müssen halt erstmal trotzdem ein bisschen die Schweiz machen. Ich könnte das nicht, aber eigentlich wäre es wahrscheinlich besser, einfach gnadenlos zu übernehmen. Ja, also, ne, also bis jetzt waren sie gut zu uns. Ne, wie gesagt, ich bin immer noch recht misstrauisch irgendwie, weil ich traue den Braten noch nicht so ganz. Aber, ähm, bis jetzt waren sie fair. Und da kann man ja nicht einfach sagen, so, siebt die Scheiße jetzt nicht her, ist jetzt halt meins. Ja, könnten wir. Schön, schön. Kann ich das aufmachen? Ne, ne? Wenn es nicht genug Raum gibt in dem Haus für alle uns, ich glaube, ein paar von uns könnten hier in Schiffen campen. Und hier schreibt ja, das wollen wir mal mit realen, nämlich eher liebevolle Pazifisten. Ich glaube, das war alle. Keiner von uns ist jetzt hier der Typ, der jetzt sagt so, wie auch, guck mal, das ist aber ein schöner Bauernhof. Übernehmen! Das ist in seiner Freizeit. So, und auch bei mir sind natürlich der Fall, sobald ich halt mal eine Holzachse in der Hand habe, ne, zum Holzspalten, ist auch nicht der erste Punkt sofort. Wien kann ich dann den Telefonen da packen. Hallo! Will jemand sein Bein los werden? Ne? Aber dafür sind ja auch Videospiele da. Also Videospiele sind ja auch natürlich ein fantastischer, ein fantastisches Ventil, ne? Um auch Dinge zu tun, die man sonst nicht tun würde. Was komischerweise paradox ist, weil wenn man sich mal so größere Spiele anguckt, also jetzt, ich sag mal, so Skyrim. Ja, wenn ich Skyrim spiele, spiele ich keinen Penner, sondern ich spiele den eigentlich auch so gutes Possible irgendwie. Also, ich entscheide mich schon so, wie ich mich auch so entscheiden würde. Ähm, ist erstaunlich eigentlich, ne? Selbst wenn man die Wahl hat, tut man's manchmal nicht. Irgendwie. Dann ist man halt manchmal auch nicht der Badass irgendwie, der dann sagt so, lass bei Fallout 3 alles explodieren. Megatron, zum Beispiel durch die Bombe. Wie fühlst du dich? Aber ich bin wirklich entschuldigt, dass du da almost getötet bist. Aber wir sollten dir sagen, wie gefährlich es war. Keine Scheiße. Ich bin wirklich nicht der Badass. Aber wie? Ich bin wirklich der Badass. Ich bin wirklich der Badass. Ich bin wirklich der Badass. Dann werden wir alle auf die Reaktion machen. Dann werden wir alle auf die Reaktion machen. Hell yeah! Man, wir sind alle die Leute in der Wurde. Wir wissen nicht. Ich denke, dass einige von ihnen arbeiten auf der Bicke, auf der Weg. Ich bin sehr viel. Ja. Insofern, sie sind wie ein Bitter, und sie sind verrückt, wenn sie hungrig sind. Ich würde mich kurz noch mal umsehen. Ich würde mich kurz noch mal umsehen wollen. In ein paar Minuten. Ich muss nur noch ein paar Dinge überprüfen, bevor wir gehen. Herr, das ist verstanden. Ich muss sicher sein, dass wir alle fahren. Kommt uns an, wenn du bereit bist. Ich mache das. Schöner Kommentar, Mutti. Schöner Kommentar. So, hier. Soll ich jetzt noch mal typ quatschen? Achso, ansehen. Schauke. So, Haus ansehen. So, Haus ansehen. Ja, wo wir nochmal beim Thema sind. Na, Benni ist ja zum Beispiel. Benni ist da ein bisschen freier von moralischen Zwängen, was Videospiele angeht. Benni ist wirklich der allerliebste Teddybär-Knuddeltyp, den man sich vorstellen kann. Irgendwie. Aber in Spielen ist Benni die letzte Drecksau. Muss man mal jetzt klar sagen. Irgendwie. Es ist ja, da musst du nicht Wortschreiben. Irgendwie, wenn Benni irgendjemanden über die Klingel springen lassen kann. Wer macht er das? Benni lebt's quasi aus. Was doch okay ist. Was vollkommen okay ist. So. Ja, ähm. Haben wir denn jetzt alles? So einen Generator haben wir ja auch schon angeschaut. Tja. Haben wir hier vorne noch was? Hier haben wir noch die Säge. Können wir ja gegen die Axt tauschen. War Mutti? Aber selbst das kann man sich jetzt nicht finden. Und wie ein bisschen blöd, dass wir die Schauke nicht reparieren konnten. Hm. Wie die doofen. Ui. Die sind nicht spitz. Mann. Da riecht mal auf. Okay. Na gut. Scheinbar, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, wir haben alles. Benzikanister. Benzikanister schon mal gesehen? Das läuft doch schneller hin. Ja. Hatrig doch ne. Hatrig. Ähm. Moment mal sag mal windens. Die haben die Kanister überall verteilt. Und die rauch natürlich auch ne Menge. aber sind die jetzt leer oder voll. Weil sie haben ja gesagt, okay wir geben euch Essen. Wir brauchen nur halt Gasoline, ne, also Sprit, Diesel, was auch immer die hier verballern. Warum brauchen sie das? Also, für den Zaun ist schon klar, aber brauchen sie wirklich dringend das? Naja, dann würde ich sagen, gehen wir. Lieber Chad, sag mal nochmal kurz, habe ich was verpasst, habe ich irgendwas übersehen? Auf geht's. Gut, Benny sagt, auf jetzt. Benny will, Benny will Rache. Benny will Blut sehen. Gut, dann auf jetzt. Ach, ich so, jetzt finde ich einen Scheiß-Krieg-Szenen oder was? Und du machst hier einen Dicken-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber-Zauber. Wir müssen doch noch deine Mütze finden. Ach, nun kick doch mal, wenn die da steht. So, na dann. Ich weiß, es ist hier, es muss sein, es muss sein, es muss sein, es muss sein, es muss sein. Bei der Suppenbüchse. Oh, shit, du hast es gefunden? So, wir können uns aber nicht bewegen, passiert vor allem Leder. Sonst hätte ich gesagt, time for sniping, Steve. Schleich ins Lager. Okay. Das Ding wird doch jetzt aber nicht komplett leer sein. Machen wir uns doch nicht vor. So, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es ihnen am Zelt. Na? Alter, die Wehrerin, kick doch einfach kurz zum Vergrossen mal rein. Geile Wettwäsche. Über die. Schön. Na, dann schauen wir uns mal um. So, was haben wir da? Eine Lattenbox. Schön. Haben sie die Lattenbox von euch geklaut? Kiste. Empty. Kein Akzent. Oder doch nicht. What is this? What you found? So, hat er nicht, ich hätte jetzt gerade schwirren können, dass er noch auf den Benzin kann, dass er reagiert hätte. Sehr gut. Looks like they expected to be here a while. Ist der Gartenstuhl von euch? Nehmen wir den mit? Ist kein Problem. Den finde ich gut. Den nehmen wir mit. So. Okay, ähm, Zelt würde ich jetzt erstmal noch nicht angucken. Oh, weird. Aber Feuer ist noch an, ne? Also hier köchelt noch was. Das ist also nicht verlassen. Die ist jetzt nicht so geil. So, was haben wir denn noch? Hier haben wir noch, oh, was haben wir hier? Ja, Benni, ansonsten würde ich jetzt erstmal so schnell erstmal alle für die Elbenbalsamierung klar machen, ne? Plopp! Ja, schaut gerne mal in dem Video. Danach vorbei. Seht zu, wie Benni die geilsten Sachen zusammen mischt. Ah, hier. Da. Oh, Benzinkanister. Nichts als Rauch? Was ist denn das für eine Ausnahme, wenn er einen Benzinkanister anguckt? So. Saferlot-Kiste. Und? Was haben wir da? Was ist denn das für eine Ausnahme? Das ist so geil. Was ist denn das für eine Ausnahme? Was ist denn das für eine Ausnahme? Schöp. Ah, nicht. Was ist denn das für eine Ausnahme? Das ist nicht. Das ist nicht so, wenn du ein paar ausüben Teile brauchst. Ich werde das für eine Ausnahme. Schwoop. Aha. Was ist das denn? Stinks. Ausnahme von der Därii hier. Wahrscheinlich mit der Food we've been given them. Fuckers cross the line. Oh, was ist das? Was haben wir da? Was haben wir da? A Video-Kamera. Let me see that. Das ist mein. Das ist mein A-Bot. Der Batterie ist dead, though. Oh, gut. Was haben wir noch da? Das ist gut. Ich sehe, dass du diese Räume handelst. Ich lege dich ziemlich gut. Du bist ein Hörer? Nein, aber Lilly hält uns alle auf einem normalen Training. Lilly, huh? Sieht, wie sie diese Demokratie von dir läuft. Ja, okay. So. Total cool. Wir kamen da zum Kaffee, die schwebt so ein frischer. Ah, heiß. Uh, heiß, 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 heiß. Danke, Benni. So. So, was haben wir noch? Dieser Einkaufsfahne. Können wir noch den Euro rausnehmen? So, okay. Ich muss ja, also ab und zu feiere ich ja immer quasi, wenn irgendjemand sagt, so, what is in the box? Ja, wo man so, what is in the box? What is in the box? Kennt das eigentlich jemand von euch, kennt das eigentlich jemand von euch, diese Zitate oder diese Meme? Ihr Lieben? Kennt ihr das? Ich gebe euch noch ein, ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Ich glaube, dass darauf folgende Zitat ist, bleibt weg, John Doe ist uns überlegen. What is in the box? What is in the box? Sieben. Tatsächlich Brad Pitt zum Schluss, wo sie den Karton finden, oder wo der Karton geliefert wird. Und zum Englischen sagt er, what is in the box? What is in the box? Und der natürlich Monk Freemium. Nothing, man. What is in the box? So, okay. Wir schauen jetzt mal ein Zelt. Also, das teilt es jedes Mal, wenn ihr jetzt hier irgendjemand sagt, wo ist in the box? Und ich sage, what is in the box? Wisst ihr auch warum? Ihr müsst ja wahrscheinlich hoffentlich auch schmunzeln. So. So, den Teddy kannst du mal gleich mitnehmen. Für kleinen... Hallo? Hast du etwas gemacht? Na, die haben bestimmt auch unser Basecamp. Oh, kommen die mit... Was? Blut in den Hasen? Nee, kannst du nicht mitnehmen. Was haben wir da? Was ist das? Schlafsack. Wo ist der? Ja! Ja! Ist das doch die Mütze? Ja! Oh, Herr. Du bist so fucking Mann. Shit! Put your guns down. I ain't going back. If you tell him, Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. Steal my shit. Steal everything from me. Who the fuck are you? Erstmal. Diplomatisch mal ein bisschen, Jörg. It's not safe up here. You gotta come back to the Dairy. Oh, it's a hell of a lot safer up here than down there, you best believe. Now, maybe you didn't hear me last time. When I asked you, Sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. Into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. What? What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that arm and shoot every goddamn person I see. Put down the crossbow. No, sir, I need it. I need it to kill you fuckers. Entspann dich doch mal. Go on, tell him, boy. Tell him what you got in mind. Okay. You straight up murdered that woman. Oh. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still. What a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't, we got to go from the door to the door to the door. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Wollte sie uns jetzt vor ihm warn? Sag ihm, was du mit ihm vorhattest. Ach so, hier die Daryl 3000. Tolles Modell, tolles Modell. Für alle, die The Walking Dead nicht kennen, irgendwie Daryl ist der Charakter, der da ständig mit so einer Armbrust rumrennt. So, das hat uns jetzt weitergebracht. Wir haben jetzt das Cat wieder. Und wir wissen, dass die Brüder hier nicht unbedingt ganz koscher sind. Ja, das war was. Oh, was? Du bist noch nicht so hart auf den Weg, Mann. Mann, ey. Das ist nicht, was Terry would have wanted. Terry? Was ist Terry? Dann screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, Prinzess. I'll do it myself. Man kommt doch mal klar, ey. Ja, haben sie, haben sie. And Lee, don't worry your head about them Bandits. I'm sorry, you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. They go, I'll go have a look around. Don't wonder too far. Dinner will be ready before you know it. Ach, sweet. Ja, die Mutter macht ja erstmal einen ganz manierlichen Eindruck, wa? Irgendwie. Komm, machst du nur die Tür zu? Plenty, kommt da deine Mütze? Oh, gut, ey. So, leg mal zu, Klamin. Oder was? Sollten wir dich jetzt hier noch weiter angucken, hier alles. So cool, wie der Donner so im Hintergrund rollt. Toll gemacht, toll gemacht. So. Stalltür. Open it. So, Batterien in die Kamera. Haben wir Batterien? It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead. Oh. Did you lick it? Schön. Ach, toll. Weiß ich nicht. So, gut, dann gucken wir mal hier in die Stallung. Ja, das ist sehr ordentlich hier. Das sieht sehr gut aus. Das ist mal eine kleine Stallinspektion. Schön. Gut so. Du, du, du. Weiter geht's. Jetzt ist die Stallung angucken. Auch sehr gut. Sehr gut, so gefällt mir das. So, Junger schreibt, und nun Batterien in die Kamera. Ja, ähm, also dadurch, dass wir keine Batterien haben, müssten wir natürlich erst mal gucken, wo wir Batterien herbekommen. Oh, was haben wir denn hier? Ansehen, Milchkarton. Empty. Empty. Gut, ey. So, ja, muss ich jetzt beiwohnen, während, äh, Mabelle irgendwie, äh, hier ihr Kind kriegt, ihr Kalb. So, was haben wir auch, was ist denn das alles? Sende das Infusion. Das ist ja nicht alle Dosen. Was sollen diese Infusionsbeutel? Ich würde ja einen zoomen. Aber er kann. Er kann. So, was haben wir hier? Das ist zu. Vorhin geschlossen. Ach, dann wird sie jetzt die anderen aus dem Tür. Oh, getrennt. Es ist mein Job, zu berennt, Lee. Ich habe meine ganze Familie auf dieser Farbe gerade jetzt. Wie geht es mit dir? Was geht mit Clem? Ich werde dich beschützen, egal was. Ich weiß, du wirst. Schau, der Mann mit Katja. Was ist sein Name? Er hat ihn richtig festgelegt, als wir kommen. Ich habe definitiv gehört ein Geräusch, da, Lee. Was? Mein Punkt ist, wir müssen sicher wissen. Also, geh holen einen Hammer oder so, und ich werde das Ding aufnehmen. Ich werde das Ding aufnehmen lassen. Ich werde das Ding aufnehmen. Ich werde mich in der Mitte. Ich werde mich abnehmen, um die Farbe kommen zu lassen. Was sind die Schöne? Ich habe das eine Schöne. Du schatzt das Schöne? Dann, was war das, wenn du falsch geschahst? Du schatzt das Schöne, einen guten Essen zu bekommen, Nein! Warum würdest du das sagen? Na ja, du... du kennst... Oh, du sagst nicht, was du sagst. Jesus, ich bin von Floridan. Verrückt einfach aus meinem Kopf. Entschuldigung. Hm. Was? Verrückt diese Schrauben? Insofern zu brechen die Badlocken, wir können nur die Assemble aus, haben wir in die Mitte, und dann wiederholen wir es wieder, wie nichts passiert. Okay, so ist es wie du spielst. Oh, ich will es nicht, dass du ein Hacking auf den Mann mit dem Kacken hast. Andy. Ich dachte, das war Danny. Was auch. Kann ich dir helfen, die Jungs, zu finden was? Äh, so, 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 so. Sie sehen uns hier ein bisschen im Stall. Ich habe hier noch nie zu einer Däri-Farm. Also, nicht ohne mich oder Danny. Die Farm kann ein gefährliches Ort sein. Du weißt, die Bandits und alles. Sorry about your friend. Ist doch nicht fine. Hey, äh, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Mama hat das nicht so gern. Schon klar, schon klar. Was verbergen die dahinter? Das ist doch definitiv. Ah, lenke Andy ab. Um ihn aus der Scheune zu locken. Okay. So, gut. Dann schauen wir uns mal die anderen Stellen an. Vielleicht finden wir noch was. Wie zum Beispiel... Futtertruck. Okay. Raus. Und hier vorne war noch eine. So, wie kriegen wir denn jetzt Andy raus? Wo ist der Stallung hier? Ja, so. Ritter. Just some fence posts. Und? Kann ich jetzt nicht sagen... Nimm... Zaunpfähle? Ich benutze Zaunpfähle mit... Schrauben? So, also ich brauch einen Schraubenzieher. Irgendwo brauch ich einen Schraubenzieher. Dirk. Hast du einen Schraubenzieher? No, not really. Entschuldigung. Hm. Das ist sehr lustig in hier. Das soll ich. Like shit. Right, Lee? Mausezähnchen. Sag mal. Hey. Don't use swear words, okay? Fünf Euro ins Schimpfglas. So. Yep. Achso. So, wie lock ich ihn jetzt weg? Kann ich den Zaun auslösen? Kommt da raus. Ja, man muss es auch nicht gleich vernageln. Die kommen auch nicht um die Schrauben rum wahrscheinlich. Ach, hier. Guck mal hier. Hallo. Eine Frau, wie dich selbst, läuft das ganze Ort. Oh, ich habe es einfach gut gemacht. Und ich hatte meine Jungs, um zu helfen. Ich konnte es nicht ohne sie. Ja, da kann man nur noch einen Krupp schenken. So, Berlin sagt gerade, wolltest du nicht die Mütze geben? Ja, wollte ich. Wollte ich. Sollte ich? Mag es jetzt dann? Ich würde mich ganz kurz hier mal umsehen. Vielleicht findet man noch irgendwas. Oh, ist hier ein Maisfeld. Ja. Ihr könnt ihr versuchen, vielleicht den Generator zu sabotieren, dass Andy sich den angucken muss. Aber wie? Könnt ihr den jetzt auch nicht dauerhaft beschädigen oder so? Ich bin glücklich, dass Andy das weiß, wie etwas falsch ist. Ja, Moment mal. Boop! Ja, ähm. Use it! Aber die war nochmals eigentlich cool. Abschauenblech. Hm. Ich glaube, ich will einen Schrauben für das. Ah, wir brauchen hier einen Schraubenzieher. Mann! Ich hab doch mal eine Axt! Was soll das? Okay, das heißt, wenn der Generator einfach nur aus ist, würde wahrscheinlich jetzt nichts passieren, wenn ich jetzt zu Andy gehe und sage, der Generator ist aussehen. Oder wahrscheinlich ganz schnell wieder anschalten, irgendwie, und ich krieg die Tür nicht auf. Wahrscheinlich muss ich den tatsächlich sabotieren. Aber ich brauche einen Schraubenzieher. Ich brauche einen Schraubenzieher. Ich brauche einen Schraubenzieher. Aber... Wer hat einen? Verdammt! Das Schraubenzieher ist der schlimmste Schrauben! Was ist immer noch immer der Schraubenzieher? Ja, okay, gut. Das ist eine kleine Schraubenzieher. Ja. Jetzt decke Look in Zeit. Wupp! Na, okay. Zange! Let's do it! Grab it! Das leiden wir uns mal kurz. So! Ja, letztendlich ist natürlich die Frage... Wir brauchen ja einen Schraubenzieher. Ein Multitool. Wenn du Glück hast, ist das eins mit bei. Ja! Hurra! Das ist schön. So, den klauen wir mal anlessen. Ow! Das Ding ist moving back! Das Ding ist erstmal aus! Hör mal! Safety first! Watch your fingers! So! Äh! Das Ding ist auch zu tief für meine Hände. Knirsch, knirsch, knirsch! So! Dem Ingenieurs nicht zu schwör! Fuckin' Danny! Woher findest du diesen Schrauben? Oh! Fuckin' Ding! So! Na ja, denn Andy, wenn du eh nicht gerade weiter zu tun hast, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mach mal dein Ding weiter irgendwie. Du hast ja gesehen, der... In der Treibringen ist hier Platz. Du siehst ihn zwar nirgendwo. Interessen. Aber... Mach mal! Und wir haben einen Schraubzieher. Open up! Hör mal! Hör mal! Da ist ein Baby drin? Ja. Mensch weißt du... Hör mal! Hör mal! Hör mal! Warum macht er noch so'n Betretten? Wahrscheinlich konnten wir ihr die Feuerwehr noch gar nicht nehmen. Hm, ja. Nein, ich tage es nicht. Vielleicht eine kleine Mädchen wie du? Das ist schön. Du wärst ein guter Vater. Danke, dass du mein Hatt gefunden hast. Du bist willkommen, Clem. Willst du die Kugel mit mir spüren? Nein, aber du gehst hier. Ein Tröpfchen über Bullet. Haben wir den ganzen Keller eigentlich. Soja. Könnte ich nicht machen. Selbst... Clemmy auf der einen Seite. Duke auf der anderen Seite. Duke. Klingt fies, aber... Ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne mit der Wimper zu zucken. Die kleine Clemmy muss überleben. Mann, wir wollten doch jetzt... Mom! Dad, Mittag! Es ist Mittag! Okay, Honey. Lass uns das. Dad! Dad! Komm mal! Lass uns essen! Kenny. Komm mal, Honey. Kenny, komm mal. Nicht die Kinder warten. Ich werde dir eine Entschuldigung machen. Geh das Ding weg! Da haben wir an der Seite. Wir haben mal kurz kleine Schnappatmung hier bekommen. Denn... Niep! 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 Könnt ihr jetzt viermal machen? Was für eine... Was für ein Quatsch jetzt irgendwie? Warum? Will da jemand Zeit schinden? So. Ah, und der letzte ist... Schlitzschrauber. Hm, geht nicht. So, und schauen wir noch mal. Was? Was ist hinter der Tür? Mann, hörst du nicht die Bälle? Mittag. Was hast du in diesem Hintergrund? Oh! Schau, wir haben Essen hier. Aber Danny und ich... haben immer noch viel Hütter gemacht, um alle zu fett zu halten. Wenn wir etwas in den Bäumen fangen, haben wir es in den Bäumen und schrauben es zurück. Mama mag nicht, uns in dem Haus zu machen. Und so, ihr seht... nichts zu beschäftigen. Aha. Klar. Alter, ich habe eine ganz üble Befürchtung. Und ich glaube, ihr wisst das wahrscheinlich auch schon, ne? Biscuits! Wow! Oh, boi! Ich lasse meine Hände zuerst. Das Badrum ist direkt in der Halle. Und be sicher, unter deinen Haaren zu gehen. Du hast alles auf dem Dürr geblieben. Aha. So, ich wasche mir natürlich nicht die Hände. Ich gucke nach Mark. Was ist das? Ne, geh auch. Mark, Kumpel? Mark! Was ist das denn für ein Kabel, was hier runterläuft? Schhhhhhhhhhhhhh! Knarzen, ne Stufe! Mark! Kumpel! Was ist das für ein Kabel? Mich irritiert dieser Kabel. Was ist das für ein Kabel? Wie kann man das für ein Kabel verraten? Wie kann man das für ein Kabel sein? Wie kann man denn das für ein Kabel sein? Oh. Das ist ja nicht so, dass es nicht so ist. Oh, das ist eine Kabel. Oh Leute, Leute, ich hab ein ganz, ganz blödes Gefühl. Hm. Ist das Blut? Hm, Ketchup. Dann kann es das Blut, Mann. Oh, scheiße. So, also ich sag, die Katze ist aus dem Sack irgendwie, hier stimmt was nicht mit dieser Familie. So, was? Irgendwas? Kann ich das jetzt verschieben? Ja, genau, den Schrank kann man bestimmt verschieben. Jojo. Dachte ich auch. Warte mal, guck mal. Sind's doch Kratzspuren? Ja, sind doch Kratzspuren. Ja, stimmt. Richtig. Aber... Ist hier irgendwo ein Schalter irgendwie? Vielleicht ist das ja, uh, 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 wie aus Wunder irgendwie mit so einem Mechanismus versehen. Oh, hier. Wenn's da. Man, Alter. Das bringt da nicht. Oder ist der Schalter vielleicht außerhalb? Benni! Sag was! Was sollen wir tun? Hier. Jojo Schreppfert mit dem Kabel machen. So, Kabel... ... ineinander stecken. Klingt erstmal naheliegend. Ah, hier mit Hand. Jetzt, jetzt geht mit Hand. So, Licht... ... ist light. So, jetzt komm. Können wir jetzt hier durchschauen? Oh, scheiße. Die Tür. Oh, fuck, Alter, die hat ja Mark umgelegt. Die haben ja die Beine abgesägt, oder was? Oh Gott, oh Gott. Schnell, Mann. Ah, nicht, 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 nicht. Lea, Jesus, Mann. Did you find something? Oh, sit your ass down, Lea. This lady has made you a bitch. Ja, Lea, we got in to you. He just had a start. He could use some goddamn manners. You're eating human meat. Oh, und da kann schon flöten. What the hell? It's ridiculous. Oh, scaring the kids, Lea. Lea, what the hell is wrong with you? Don't indulge them, Lea. Molly, there's always something with this guy. Mom, I was eating that. Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. It's true. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boss. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. Ugh, I'm gonna puke. Just let us go. Andi is right. We go after folks who were gonna die anyways. One way or another. Like y'all. Kenny, get your gun! Kenny, no! Nobody's going anywhere! Nein, ich wollte klemmen auf. Oh, Mann. We got lots of use for y'all right here. Scheiße. Jans, entspannt euch. Ah, nimm deine dreckigen Scheißpfoten weg, Alter. Mein Gott, Alter. Lasst ihr los. Na, guck mal. Mark kommt nur zum Essen. Wunderbar. Schön. Toll. Please. Someone. Oh! 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 Fuck. Open the goddamn door! You can't keep us in here! Open up! I will tear you fuckers apart with my bare hands! Stop that, baby! We gotta find another way out of here! You shit fucking bastards! Open this door, goddammit! I will knock the goddamn door down! It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet... Come on, dad. Julio, we had to take the same farm. The same farm, we had to take the same farm, right? You're okay. Oh goddammit! They didn't hurt you, did they? No. Open up! Please! Those psychos have my family and we're stuck in a damn meat locker! We gotta get the fuck out of here! This goddamn thumbsucker was the one who brought us here! Willst du all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. You're worse than the walkers! So, what's... Klima nahe, können wir angucken. Please settle down! I'll rip your goddamn hands up! And I'll break that damn door down! Dad, you can't go! Man, halt doch einfach mal. Maul, man! Easy! Oh god. Dad? Oh, na toll. Er hat noch einen Herzinfarkt. Na, ist ja bestens, Alter. No. Dad, come on! Dad! Oh god. He stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. Is he dead? He's not dead! Somebody help me! Fuck. If he's dead... He's not dead! He's dead! You know, what has to happen. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned out? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a six foot four, 300 pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! Good morning later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He is not dead! We can't kill him if he's not dead, Kenny. Remember how hard it was for you to get that monster off of Katja? And Larry's twice his size. It's him or us. Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on! We know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said? We gotta destroy the brain. Come on, Lee. I'm right about this. I know you've got my back. You always do. God damn it, Lee. I need you. Please help me. Come on, Dad. Come on. Wake up. Lee! Is he breathing at all? No, I don't think so. Let me know. Keep checking his pulse. Are you stupid? He's gonna turn. You're putting all of us at risk, you son of a bitch. You're fucking forceless, Lee. Fuck. 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 Shit. Ist es vorbei? Ja, für jetzt. Aber wir müssen noch einen Weg raus finden. So, da fehlt uns jetzt nicht mehr auf den Sack von hier verschwinden. So, warum konnte ich mir vorhin die Klimanase angucken? Da. Ja. Die Kruise. Die Multitool. Die Multitool. Natürlich, sie haben ihn verdammt. Vielleicht gibt es noch etwas, das wir nutzen können. Ich habe einen Rock. Ja, ein Rock nicht helfen. Hier, der Atzer hat doch welche in der Tasche. Hier, er hat doch, für was, 60 Cent hat er doch bei ihr habt. Darf ich mal kurz an deinen toten Papa? Ich bin sorry, Lily. Ohhhh. Ohhhh. Er war immer noch lebendig. Er war immer noch lebendig. Er war immer noch lebendig. Das ist ganz normal. Kenny wollte nur helfen. Das kannst du nicht bringen, glaube ich, jetzt. Warte. Ja, Mann, er hat 60 Cent. Hat er vorhin gesagt. Gib das. Lilli, zick jetzt hier nicht rum, Alter. Ist ja nicht so, dass er jetzt nur Geld braucht. Sharon, den Fernmann. Lut, Lut, Lut. So, wo wir bei Diablo wären. Mal gucken. Oh, die... Gucken wir erstmal hin. Bitte. Ja, sehr schön. Ja, scheiße. So, schön. Das kommt überall bei gewesen. Das kommt ein bisschen... Here we go. Two quarters. And a dime. So, wie ihr, der schon mal probiert hat, mit einer Münze eine Schraube rauszudrehen. Macht keinen Spaß. Macht überhaupt keinen Spaß. Na, viel Spaß, Alter. Ah, das Talks. So eine Scheiße. So, jetzt hier. So groß sind die Schrauben nämlich nicht. Aber so groß sind die Schrauben nämlich nicht. Die Schultoilette von mir noch. Das geht. Das geht super. Das ist krass, wenn die mal die Platten... Oh. Äh, wir passen da nicht durch. Oh nein. Das ist krass, wie der Regen hier auf die... auf die... auf der Blechdach hier prasselt. Eure Paletten! Eure Paletten! Eure Paletten! So, du schaffst das. I'm scared. I'm scared. It's okay to be scared. We need you, Clementine. Okay. Was ist mir nicht wohl dabei sein? Mal wie das... What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Scheiße. Na, Clemmy und Mausi, erst habt ihr es geschafft. Was ist los? Jaaaa! Was ist der Beste? Was ist der Beste? Jaaaa! Nein, aber da ist ein Mann outside. Woher du gehst? Woher du gehst? Woher du gehst? Was du weißt? Kenney? Was? Was? Lili. Ich bin sorry. Wir müssen gehen. Ich weiß. Ich brauche nur eine Minute, um zu sagen, Glückwunsch zu sagen. Hey, wir sind gut. Okay? Ja, das ist gut. Scheiße, er wird uns alle töten. So, Kenny, jetzt halt mal Beiflach. Wir müssen überlegen, was wir jetzt hier tun. Ich will. Jaaaa! Jaaaa! Nur ein paar Rinder. Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Oh, nee! Sie sagten mir nicht, dass da schon irgendwie nach drin ist. Ohhhh! Ich sagte dir, dass da etwas mit diesem Raum gab. Es ist ein verdammt, schmierliches Haus. Komm, nimm die Kaps hier! Oh, was ist denn da? Heuhaken! Das kommt! Die nehmen wir! Ich sehe sie. Hm, was ist denn da? Ohhhh! Was ist denn da? Ohhhh! Was ist denn da? Ohhhh! Wahrscheinlich... Haben sie das jetzt zensiert? Ohhhh! Vieträder! Yes! Ahhhh! Okay! Ohhhh! 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 Hier, hier haben wir eine Sichel. Was sollen wir nehmen? Sollen wir die Viehtreiber nehmen? Ahhhh! Hm! Tja, ihr Lieben, mit was wollen wir uns bewaffnen? Sichelhaken oder Viehtreiber? Was wird wohl die Waffe unserer Wahrsein? Sichel finde ich schon nice. Okay, Sichel. Sichel. Jupp, Sichel. Okay. Alle wollen die Sichel. So, dann äh... Bleiben wir bei der Sichel. Wanne voll Blut. Oder ihnen war doch ne Wanne voll Blut mit. So, okay. Sprich mit Kärni. Was denkst du, du denkst? Ich geh meine Familie zurück. Was wirst du tun? Wollt dich hoch und holt seine Schuhe? Wie gut ein Plan ist. Hm. Können wir nicht auch die Batterien aus dem Ding rausnehmen? Hier aus dem Viehtreiber? Aber wir haben auch keine Kamera mehr. Von daher. Jut! Ja, da ist natürlich die Sichel schon mega perfekt jetzt. Eine adäquate Waffe. Ja, da ist ein Wort nicht mehr so ein Ding rausnehmen. Du bist nicht mehr so... Ich bin falsch. Bis zu sein. Ich bin ich hinten raus... Da sind die acts genau wie wir sagten. Sitten im Ring wie Damn gear fest. în Anna sagt, wir können diese auch nicht so viele Leute alive... Es wäre mir nicht so schlecht... Es sehr wichtig. So, das ist der Käse. Ist das noch ein anderes Fenster? Ja, das ist der Käse. Ist der Käse. Was soll wir tun? Ja, gut. Wir halten es einfach. Als er es übersteht, wird er aus dem Hintergrund. Wir sehen, was er jetzt macht. Da hast du, du Schwein! Na, macht doch was, Kenny! Jawoll! Sichelt ihn! Sichelt ihn! Und jetzt Bärnfalt ihn! So ist gut! Nummer eins haben wir schonmal. Na, du warst ja ne richtige Hilfe, Kenny. Du warst ja ne richtige Hilfe. Schande! Schande! Wut, 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 wut. Was ist jetzt los? War das Katja? War doch Katjas Farbe, die ich gerade gelesen habe. A Level-Me... ending! Oh voruted Ich바uske! Das war's garzu! Das war's garz Progress. �, die Werbibel. Und jetzt ist die nächste Frage. Wute kommen zusammen mit. Wut, ja. Wut, wut,III. Wut, ist die Frage, solche Vorenkreisoung. In die Generation Enfahir. Was heißt, ihr wisater, was das Erke? Wut, ist nicht, der werb Fest... Was hción, Senf Chain. Ah, scheiß Freak, alter. Verrecke. Verrecke, ich war von alleine. Ich weiß, ihr wolltet ihn jetzt alle tot sehen, aber ich möchte nicht, dass Clemmy mich sieht, wie ich den Typen jetzt einfach eiskalt töte. Das ist nicht cool. Ich glaube, das wäre nicht cool gewesen. Da! Clemmy wird sich merken. Vater des Jahres! Nichts. Bleib hier und keep Clementine safe. Ich bin gleich zurück. Wahrscheinlich habt ihr jetzt alle so epic Facepalms zuhause. Ihr habt so... Benni, du kannst mal bei der Aufnahme kannst du jetzt die schöne nackte Kanone Szene mal machen, wo sich alle einen Facepalm nehmen. So, Kenny ist schonmal zum Haus. Kenny hat mich irgendwie an Schrauben, Conny. Conny Rehmann. So. Was ist jemand der Mais? The Walking Dead. Warte mal los. Armbrust? Nein, die fucking Banditen oder was? Ach nee, guck mal. Carly! Lee? Au! Warte mal los. Sie sind alle gut? Sie sind schon lange weg. Sie haben uns verletzt. Ich wusste es. Ich wusste, dass wir sie nicht glauben können. Warte mal. Wie viele von ihnen sind da? Zwei leften. Woher? Larry ist tot. Sie verletzten Marks und versucht sie zu uns. Warte mal. Sie sind alle anderen gut? Sie haben noch Duck und Katja in der Haus. Und ich weiß nicht, wo der Kenny ist. Okay, wir kommen in für Hilfe. Die Hauptgabe ist zu gefährlich. Geh rund um den Fenster und seh, ob es einen Rückweg gibt. Ich schaue immer für Kenny. Hast du ein Weapon? Ich lasse nicht nach Hause ohne ihn. Dann steck kurz. Und leid. Sei vorsichtig. So, tatsächlich hat sich Ben aber schon als relativ tauglicher Mitglied unserer Gruppe jetzt gemacht. Die sich jetzt eh ein bisschen ausgedünnt hat. Die Schleiche. Ne, nimm nicht den Jungen, Alter. Das war naheliegend, dass das jetzt So kann ich noch irgendwas, ne kann ich noch nicht nehmen Ja, mach ganz cool, mach ganz cool Beruhig dich, beruhig dich Alles, wir können die Situation regeln Wir können die Situation regeln Lass einfach die Waffe fallen Und entspann dich Entspann dich Sollte ich jetzt Der hat mich jetzt bewegt, leider Scheiße, ich bin aber nach hinten gegangen Schade Klick um fortzufahren, Mist Das ist der ständige Begleiter In diesem Let's Play Sie kann doch nur nach vorne Ist okay, ist okay Sieh, was ich hier habe, ich habe hier einen Kaffee Ja, ist entspannt, ich tut dir nichts Ich bin natürlich der Yvonne Negotiator Und sage dir, es bringt doch nichts Es bringt doch nichts, wenn du jetzt Katja tötest Es wird doch nur Gammelfleisch Wie dein Sohn So, sie zielt immer noch auf mich Wenn ich mich jetzt bewege Achso, achso, naik, achso So braucht es dich Wir können auch mit dir reden Oh, Zombie, Zombie-Arme da oben Tim, kommen wir mal Okay, okay, okay Nein, mach ich nicht, mach ich Lass sie gehen, Brenda Mark wartet schon auf dich Alles wird gut, Brenda Mach locker Ja, ich weiß, ich weiß Ich weiß, ich weiß Natürlich wolltest du lüttet Das war von Anfang an ein Plan Du kleine verfressene Stück Mach es doch bitte nicht Wurz Oh Oh, schocker, locker Ah, jawoll Mann, der brennt auf allen Ecken hier wieder Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, nein Kenny Nicht doch Das hat wie eine Richtung Beruhigt sich doch Ja, ja, klar Ihr wollt nur Benzin haben Oh, je Oh, je Oh, je Oh, je Oh, je Oh, je Oh, shit Hallo Oh, schießt ihn Oh, schießt ihn Nein, er hat den Keilriemen hier wechselt Scheiße Nein, 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 nein Lass, lass, lass mich, lass mich Hallo Nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein So, äh, Freunde Ich wäre für jede Hilfe dankbar Hallo Ihr habt alle gesehen, wie mich Amy angeguckt hat. Entschuldigung, Mama! Geh hier raus! Du... 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 Sie sind beide tot. Was hast du getan? Was hast du getan? Du kannst nicht weg von mir gehen, Lee! Get back here and finish this, Lee! Get back here and fight me like a man, Lee! Lee... Ja, das passiert mit so einem beschissenen Zaun. Ich glaube, die Zombies kümmern sich drum. Mutter, Kopp, Mutter! Äh, Kopp, Mutter! Okay, Danny kann auch nicht weg aus der Scheune. Die sind alle am Arsch. Was von dem spitzen Zaun. Hahaha, genau. Aber... Walk like a leader! Aber... Ich habe sie verletzt. Ich kann sie nicht alleine, Carly. Diese ganzen Welt, jetzt. Sie sind einfach nicht sprachbar. Katja hat uns geholfen während sie in der Haus. Sie hat gesagt, es war mit deinem Sachen. Ja. Ich habe es gefunden, während ich die Leute geschaut, die Mark zerstörte. Sie wollen es? Warum nicht? Ich habe es nicht. Manchmal hilft, was sie zu machen, dass du einen sagenst. Wie geht's? Ich werde gut. Ich habe nicht so jung, als ich war. Herr, fangen wir mit mir an und ich und Lee an. Ah, das ist kein 8. Ah, das ist kein 8. Tja. Tja, was... Kann natürlich nochmal sein, ne, dass... Andy und Dandy nochmal kommen, irgendwie. Kannst mir zwar jetzt nicht so richtig vorstellen, aber möglich ist es. Möglich ist es. Sounds like a car. Oh, Gott. Not more strangers. Hallo? Nee, würde ich ihm wagen langsam. Okay, wir haben ein Kleingeld und wir haben die Kamera. Sie wäre mir jetzt lieber. Ah, so. Und... Hochdrehen, ne? Ja. Figures. Oh, crap. Baby, du musst das sehen. Es ist ein vieles Essen und Essen hier. Nice! Diese Essen könnte uns alle. Nicht alle. Nicht alle von uns. Schau, wir wissen nicht, ob diese Leute sterben. Wenn sie zurückkommen, dann sind wir nur monstern, die aus den Wurzeln und verletzten ihre Leben. Diese Sachen nicht für uns. Dad, wer ist das Auto? Keine Angst, Ducke. Es ist für uns jetzt. Es ist verletzt, Ducke. Was, wenn es nicht? Was, wenn es nicht verletzt wird? Was, wenn es jemanden ist? Was, wenn es jemanden ist? Lieber Chat. Sollen wir total die ehrliche Haut sein und sollen einfach sagen, irgendwie, oh nö, komm, wir gehen. Irgendwie, fress mal Rind oder Blätter. Oder sollen wir das Ding mitnehmen? Was, wenn wir? Die Frage stellt sich doch ja nicht. Mitnehmen! Mitnehmen! Kann es noch nicht einschätzen. Die Selbstneiderung an. Absolut. Ja, das ist natürlich irgendwie. Kinder entscheiden natürlich auf eine sehr einfache und sehr dogmatische Art und Weise, was Recht und Unrecht ist. Als Erwachsener gibt es halt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern ganz viel Grauzonen und ganz viel dazwischen. Denn wir nehmen es mit, Clementine. Wir müssen das nehmen, Clementine. Wir brauchen es, um zu überleben. Ich bin sorry, Schüttemberg, aber es geht nicht mehr um richtig und falsch. Es geht um Überleben. Oh, das hat sich doch irgendwie bestimmt gemerkt. So, machen wir auf, hier das Ding. Es ist lockt. No shit, ich habe das schon versucht. Aber ich habe gehört, dass du die Schläge von vorne gehst. Was? So, Vorräte, 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 ist das... Ja, Vorräte, Lebensmittel, Vorräte... Vorräte. Hallo, ein schöner Pulli. Hör mal. So, und? Nehmen wir noch einen schönen Hoodie. Das Hoodie sieht, wie bei deinem Größen ist. Warum nicht, du hältst auf das, es könnte kalt werden. Es ist nicht meine. Das gehört jetzt tief, aber mal auf. Es ist jetzt dein. Hey, da waren ein paar Batterien in einer dieser Boxen. Ich dachte, sie könnten in deiner Camcorder arbeiten. Hier, du kannst auch noch ein paar. Hier, für deine Walkie-Talkie. Nein, finde ich... Ich glaube, du kannst das auch machen. Die haben uns aber sehr spät. Das war jetzt die Faute im Wald, ne? Die man sie filmt hat, ja. Jake, Bart, Linda und all y'all fucking dickos von der Save-Lots. Sie kallen y'all Bandits, aber ihr fucking riefst. Oh, darling, baby, look at you. Look at you. Oh, you made a mama, sweetheart. We won't let them Bandits get you, will we? How are you doing, Clementine? Okay. Verdankt euch das ist, Michael. I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Sitting there, acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people you do. Don't worry, little girl. And it's got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Okay. Nur, dass die weg ist. Und wir haben die zweite Folge von The Walking Dead geschafft, das nächste Mal. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phase is going. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Oh, that's already been so many crazy decisions. Oh, no, 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 no. Fucking dead. Get the gates open! We've got wounded! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. You've been good to me and my family. You saved up from those monsters. And you stood up to Larry at the drugstore. Larry is dead. No one's trying to cut you out of anything. Those look like the people who raided my camp. Fuck you! Did you tell anyone out there who you were or that you were tied to this place? That's right. I know who you are and I know you're a killer. He's not dead! Somebody help me! Come on! We know this guy's not gonna make it! Come on! We know this guy's not gonna make it! What the fuck? Bies Vergangenheit. It's a shitload of food and supplies back here. We have to take this Clementine. We need it to survive. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them. You'll be safe. You're a creepy. Ja, dieses Spiel passt sich dem von dir getroffenen Entscheidungen an. Day und so weiter. Okay. Das ist auch der Schriftzug von den Comics, bin ich der Meinung. Okay. Ist ja ursprünglich als Comic-Serie gestartet. Also, sofort eine Serie. Die ich mir wahrscheinlich eher angeguckt habe. Also die Comics. So, ich habe jetzt auch beschlossen, ich nenne jetzt ihn nur noch Conny. Nicht Kenny. Er sieht aus wie Conny Reimann. So ein bisschen erinnert mich an Conny Reimann. In seinem fächigen Rucksack. Aber er ist zu groß. Conny Reimann ist kleiner. Ja, ja, ich weiß. Oh, warte mal. Ja, ja. Mir fällt das gar nicht. Und ich habe mich auch wirklich noch nicht an diesem Stil satt gesehen. Irgendwie. Ich finde den immer noch echt geil. Das ist ein Comicartiger. Bei ihm geht es auch nicht mehr so gut. Er wurde ja auch nicht geschossen. Ja, stimmt. Das war ja... Wenn es zu der Gettin' der Hölle aus Macon, ich glaube, du bist in der Let's Stay Put-Kamp, als ich mich alle zu verletzen habe, um alle zu gehen. Ah, ja. So gehen. Wir sollten gehen. Motel haben ihren Kurs. Und es ist nicht sicher. Wenn das so ist, dann sollten wir wahrscheinlich fucking sprechen. Lilly hat in den Kopf. Der Hubschrauber ist gelandet. Oh. Ja, ist krass, ne? Wir haben ja in dem Laden geblieben. Irgendwie werden wir auf jeden Fall tot, weil der Hubschrauber so vertreint. Das ist ja krass. Der Drugstore. You okay? Die Ladder sind gelandet. Ich bin nicht sicher, wie viele mehr Treppen sie hat in ihr. Ich bin nicht sicher, wie viele mehr Treppen wir in uns haben. Keine Worte. Ach, ja. So, na denn. Schauen wir uns das Fass an. Wahnsinn, Fass. Schieben? Was soll ich denn in die Jeep jetzt schieben? Soll ich den davor schieben? Oh, naja. Schauen wir mal zu kappen. Ja, irgendwann sagt man ja, glaube ich, dass die Leiter nicht halten wird. So, und der ist auch flat. Aber, haben wir Glück, er ist nur unten flach. Er ist nur unten platt. Oben nicht. Ach so. So, dann gucken wir mal die Leiter an. Also, Feuer. Gucken wir die Chilt hier oben an. Tja, der Drugstore deiner Eltern. Kaputt. Nicht viel macht, ja. Naja, gut. Klettern. Jetzt willst du doch nochmal klettern, ja? Naja, irgendwie, wir müssen uns hoch wahrscheinlich. Und das sieht fast aus. Ach, Gott. Sieht, wie sie es hat. Was jetzt? Ich finde, ich werde einen anderen Weg finden. Wir müssen jetzt weiter gehen. Hm. Aha. So. Sie ist blockiert durch all das fallen Konkret. Kann ich das? Ja, 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 ja. Schatten auch zur Klappe. Warte mal, wir können sie nehmen jetzt, ne? Ja. Lilly ist nicht so gut, hm? Oh, du hast den Detten hier schlagen. Sie wohl schon wieder. So, man zieht jetzt da mit dem Jeep ran und kann über den Jeep klettern, oder was? Ist das nicht ein bisschen... Könnte man nicht von der Seite irgendwie raufklettern? Das kommt mir das jetzt sehr umständlich vor. So. Die Frage ist ja auch... Okay. Vielleicht können wir das jetzt machen. Naja, irgendwie die Seilwinde wahrscheinlich... Ja. Was für ein Zufall. Der Knopf ist draußen. Genau. Batterie, es funktioniert doch alles ohne Zündung. Ist alles kein Ding. Nels, geh doch ran. Tu es. Das ist doch schön. Schön. Ich habe tatsächlich immer ja nicht so viel Zeit, mich für eine Antwort zu entscheiden, irgendwie. Man muss recht schnell lesen. So, und jetzt? Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? I wasn't sure it fazed him. Of course it did. Nja. He'll get over it. Herschel's son is one of how many now? We've all seen a lot worse. That's a fucking thing to say. Talking about my kid here. Okay. Nicht so schön. Gut. Oha. I got this. Alles klar. Manconi. So, du dachtest, sind die Ziegen aus dem Wohntorf-Film. Oha. Somebody help me! Oh Gott. Oh Gott. Bleibt doch dann hier so stehen. A walker? Walkers don't scream, do they? Jesus. I don't think so. Hmm. Weiß ich nicht, ob ihr jetzt wirklich helfen soll. Wir müssen helfen. Was, 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 was. Es ist eine Frau. Wir müssen sie helfen. Wie? Es gibt nichts zu kommen. Wir müssen etwas machen. Ah, jetzt ist sie zu spüren. Scheiße, jetzt ist sie vorbei. Mehr ist, uh, ja, wenn wir jetzt schießen, wissen sie, dass sie da sind. Ja, scheiße, Alter. Schießt du nicht? Also, da kann man nichts machen. Ah, tut mir leid, Leute. Verurteilt mich bitte nicht, aber... Oh, ah. Oh, scheiße. Also sie ist halt eh tot, ne? Und sie sind noch am Leben, also. Scheiße. Ansonsten wären sie jetzt wahrscheinlich auch hinter uns her. Ja. Oh Gott. Man hört jetzt die ganze Zeit schreien, echt. Oh, 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 oh. Irgendwieso. Damit dein Gewissen noch schlechter wird. Ja, ich weiß. Oh, schass. Oh, schass. Oh, schass. Die hält aber auch lange durch, muss man sagen. So, warte mal. Hier rüber. Was haben wir da? Oh, schön, schön, schön. Gib mir die. Okay. Oh, jetzt. Spiel auf Zeit hier, oder was? Was ist next? Please, come on. Give me that. An energy bar. So, rüber. Oder? Los, man, zu die Chaser. So. Ah, haben wir die Kamilette nehmen wir auch damit. Das Bandit. Du hast 16 Gegenstände eigentlich gesammelt. Irgendwas haben wir hier. Ach so, das wartet jetzt. Okay, wir haben alle. Schön. Sie kommen. Dein Wunsch hat sich eine Menge Vorrede. Kommt, Lee. Aber wir waren doch leise, weil wir wissen jetzt überhaupt, dass wir hier sind. Leute, wie denn das? Uh, lalalalalalalala. Komm schon, komm schon. Do it. Conny, Alter, komm, helf mal hier. Oh, Mann. Oh, er hat uns nicht geholfen. Smash. Ja, du. Lauf. In your face. Damit hält eine Scheiße. In your face. Da, oder? Nicht dazu, los. Ja, da, die, 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 die. Oh! Dezent perfumiert! Äh, lauf! Was war das? Sie sind überall! Du hast dich sich umgebracht, nicht wahr? Wurden wir eingegriffen? Äh, weiß ich nicht. Sieht aus wie Zielübungen. Oder Zielübungen, kann auch sein. Aber das ist von außen, sonst ist es auf der Mauer. Ben! Oh, Jimmy! Oh, ihr redet immer noch mit ihren Eltern. Oder denkt mit ihren Eltern zu reden. Sie sind zurück! Ben gefunden hat ein paar Sticker in einem Schraub, und ich sie auf meinem Walkie. Hey, Schüttchen, das ist nett. Ich werde dich in einem Moment finden. Sieht sich, wir haben die Kinder wieder auf der Seite. Was hast du? Wir können auch ein Zeichen sagen, dass die Männer gehen und kommen. Ha. Also, was hast du bekommen? Ah. Viele Sachen. Wir sind gut, übrigens. Wir sind gut, gut. Das wird uns weiterentwickelt. Wenn wir weiterentwickeln, werden wir hier durch den Winter gehen. Der Winter? Wir werden hier rauskuchen. Weil du mit einem R.V. mit dir, nach dem, was du mit meinem Vater gemacht hast, ist so appealing. Warum würde es nicht sein? Du weißt, ich werde, was es braucht, um alle sicher zu halten. Wir sind bereits sicher. Die Reibungen zwischen denen sind immer noch echt heftig, ne? Hm. Aber er hat recht, wir müssen irgendwann weiterziehen. Ich weiß, Lee. Ich weiß. Irgendwann müssen wir weiterziehen. Wir haben es wieder, sind wir? Kannst du es, Carly? Was? 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 Das ist eine Woche von Friedrichs. Wir müssen es nicht hören. Du weißt, wie wir diese Entspanze bekommen haben? Dein Freund und ich haben Glück gehabt und lassen eine Mädchen essen. Was? Eine Mädchen kam aus einer Allie. Sie hat tot, dass sie sich um sie hängt. Und sie gab uns einen Wunschwunsch und alles, was wir konnten aus der Druckstelle. Sie gab uns, was wir konnten. Sie haben nur ihr zu dürfen wie was? Wie ein Biss? Ja. Was ist passiert? Du warst nicht immer da draußen. Ihr könnt ihr nicht versuchen, sie zu retten? Das ist die erste Sache, das er in ein paar Zeit gemacht hat. Es war ein Fehler. Wir haben unsere Zettelung, aber wir sollten sie versuchen, zu retten oder zu retten, aus ihrer Mühe. Du hast Kenny mit dir, also einige Optionen waren aus der Tafel. Du solltest dich nicht zu retten, Lee, für die Frau nicht zu retten. Es ist nicht so einfach für ihn. Schau, Macon und seine Leute nicht zu retten. Es ist kein Stadt. Es ist voll von Walkers. Und die Leute, die zu retten sind, sterben und wandern aus den Straßen. Es ist hell auf der Erde. Und es kommt dieser Weg. Es wird nicht leichter auf der Straße sein. Wie wirst du wissen? Was ich wissen? Ich weiß, dass du nicht über die Mörder bist. Ich weiß, dass jemand unsere Zettelung hat. Das stimmt. Zettelung! Und ich weiß die Liste von Leuten, die ich hier vertraue. Es wird kleiner jeden Tag. Jetzt, alle raus! Von wem werden wir denn beklautchen? Hm. Von Kenny. Uhhh... Glück, Kenny? Meine Familie ist lebend und diese R.V. läuft. Gott sei Dank, ich bin. Jeder ist unter großem Stress. Alles, was ich weiß, ist, dass, wenn es das passiert ist, ich bin der schade Typ. Ich möchte, dass ich dir einmal einmal bedanken. Für einmal! Ach, Kenny, Kenny, Kenny. Conny, Conny, Conny. Aha. Was, was, wie? Was war'n da? Was war'n das grad' für ne' Berührung? Und ich würde gerne sprechen, wenn du eine Minute hast hast. Wung, 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 wung! Ne, 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 ne! Also, da geht doch was, Freunde. Da geht doch was. Da hab' ich doch grad' die Fühle eh gesehen. Da ist da ne Connection. Gut, okay, denn... Clemmie! Na, Mausitzahn wie jetzt hier. Ach, die ist so zucker. Na, Mausitzahn. Das macht mir. Na, Mausitzahn. Schaut uns Träumen. Da wir nach dem walls und vorst. Wir sind doch, wie im Schrauben. Wörst, es ist das, was es so. Um, ähm, etwas mehr. Oh, das ist wirklich was. Ich versuche einen für dich, auch. Gibt es hier noch nicht. Ich mache mir diese. Ich bin hier nicht, wenn ich hier. Bist du in, oder? Ja, diesen. Woher gehen wir? Wo gehst du hin? Irgendwo anders. Ich weiß nicht, hast du dich von neuem? Ja, das wäre eine gute Sache. Ich spreche dir später, Clem. Okay. So, komm, Kenny. Los, komm, Conny. Geh mit Conny. Hey, you two. How are you doing? Wir sind okay. Just having a little spat. We all carry guns now, and I don't like it. It's the way it's gotta be. I know, but I'm not getting used to it. I'm sorry, how are you, Lee? Ah, dummstig, Lilians Zeugling. Traut ihr allen hier, was die Waffe angeht? Traut ihr allen hier? You guys, uh, trust everyone here? More or less. I obviously have my problems with Lily, but I don't distrust her. Yeah, we can't turn on each other any more than we have. Da saß sie. Da saß sie wat. Äh, was die Waffe angeht. About the guns. Don't you start. I just wanted to say, Cat, it's probably good they make you uncomfortable. Thank you, Lee. Wow. But we need them. There's no doubt about that. Aha, das ist richtig. You need to try harder with Lily. You guys gotta straighten us out. I don't know how straight we can get it given all that's happened. So what then? Time will come, we'll have to do what's best for our families. And that's what we'll do. I don't think I'm gonna wait. Well, maybe you'll get your Louisiana matter how much happened. Das würde doch helfen. Katja, Lies. Hi guys. Wahrscheinlich müssen wir halt wirklich erstmal mit vielen Leuten reden, bevor wieder der nächste Progress innerhalb des Spiels passiert. So, ok. Darum ist ... Ja, darum ist die ... Heißt die eigentlich Carlai oder Kaylee? Wie wird das ausgesprochen? Es ist egal, sie ist ein Schwarm. Wer hat die gerade hinterher? Was ist denn, Lee? Ah, ist dir bei deinen Wachen was ausgefallen? Hast du nichts weirrt auf dem Watch? Ist es jemand da draußen, mit dem nichts? Nein, wirklich kalt. Wirklich? Ja, total. Das ist gut. Hast du schon mal nach hier nach Macon gekommen? Ich hatte nicht viel Grund dafür. Meine Eltern lassen mich das Auto in die Stadt auf dem Weekend. Aber was ist in Macon? Es ist ein bisschen ein Wachstum von Zeit im Vergleich zu Atlanta. Ich war in Macon. Oh, ich wollte nicht sagen, es ist schrecklich oder was. Es ist super schön. Ich meine, nicht jetzt, aber ich hoffe, es war. Es ist... Genau. Ja. Was hast du gedacht, Lee? Sie schützt mich aus. Das ist eine rechtliche Sache, um dich zu fühlen. Ich bin nur überrascht, dass sie sich schnappen. Ich spreche zu dir später, Ben. Tschüss. Tschüss. Ja, hochneut festet Mitglied der Familie, also der Gruppe jetzt. So, warte mal, hier kann ich doch rumlaufen oder kann ich mir den einfach nicht angucken? Ankommen. Hm, okay. Und ich kann nicht dahinter gehen, okay. So, jetzt dann geht mal schnell nach oben. Zu Kayleigh, Carly, oder... Und ich kann noch mal großartig. So, ich weiß, was ich bin, wenn ich so viel über dich denken... GASP 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 Ich denke über dich, auch. Wir haben ein paar kleine. Du bist klein. Du bist klein. Du bist ein Du bist ein Körger. Carly, Jesus. Und ich denke, dass Leute wissen müssen. Nicht weil sie zu sein, und nicht weil du ein schlechtes Mann. Ich denke, das Gegenteil von diesen beiden Dingen. Die Leute müssen wissen, weil wir hier bei einem Thread und ich kann nicht Lili über dich sehen, ohne zu denken, dass sie das nächste, was sie sagen wird. Du musst nicht allen sagen. Aber du denkst, wer du vertraut. Und du hast die Möglichkeit, während du es hast. Okay. Es war ein Leben vor. Das wird nur das Gefühl machen, dass du es hattest, und dass es noch mehr gibt. so viel schlimmer zu schlagen. Die Leute müssen sich verraten und erzählen ihnen, dass ich Probleme habe. Aber es wird ein langes Lied von dem, was passieren wird, wenn sie es nicht von dir hören. Ja. Ja. Also, du machst es dann? Nein! Nein! Ich werde die Leute wissen. Sie sind total richtig. Gut. Ich denke, es ist für das Beste. Ich bin der Kalleil. 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 Oh! Schau mal klein. Ah! Jetzt, ist noch etwas anderes, die du wollen sprechen? Du denkst wirklich, dass Leute bereit sind, um mich zu hören zu hören? Es ist keine Frage, ob bereit oder nicht. Es wird nie eine gute Zeit sein, aber es werden viele schlechte. Jetzt scheint es nicht so, wie einer. Aber jeder ist anders. Wer weiß, wie jede Person es nehmen würde, du weißt? Vielleicht ist es wert, zu denken, wer du sagen willst. Ich habe keine Gedanken über Lilly. Es ist klein. Du fühlst dich hier sicher? Schau mir ein Wasser mit einem heißen Boden und einem High-Rise-Apartment. Und geh mir ein voll-bodiedes Malbecke und dann fühle ich mich sicher. Ich weiß nicht, dieses Ort ist gut, aber wir wissen alle, dass es sich auf jeden Fall verändern könnte. Ich habe das Landbild. Oh, so. Ist der Stevie wieder da? Hallo? Ja, Stevie, du warst gerade komplett weg, weil anscheinend dein Internet weg war. Mein Internet weg? Ja, zumindest kurz, weil Bild ist eingefroren und selbst deine Facecam war komplett weg. Aber du bist jetzt wieder da. Okay, wie viel ist euch entgangen? Äh, der Teil mit dem Satz, den letzten von Clara bezüglich. Clara? Und das Runterlaufen. Oder wie heißt die? Carly? Carly. 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 Ja, ja. Kalle. Keine Ahnung. So. Ich soll es Clementine sagen? Ich sage es Clementine, oder? Hm. Hm. Also, ihr vertraue ich. I do it. Okay. Ich muss dir was sagen. Na dann. Na, überleg mal, wenn ihr jetzt das von anderen hört. Ja? Cleo. Du kriegst doch noch nie glatte Bibel wieder. Okidoki. Okidoki. Oh, okidoki. Du bist doch noch ehrlich. Du kannst doch nicht mal ein Neuer einvertragen! Ah, ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich habe... Oh, so, das ist was... Ja, das ist es. Es war ein schlechtes Ding und es gibt nichts zu erklären. Warum sagst du mir das? Weil ich es nicht mehr zu mir halten wollte. Hm. So zerbröselt die Kindheit. Okay. Jetzt ist die Frage, wem wird sie es noch erzählen? Hm. 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 Was Katja erzählen? Ich will tatsächlich nicht Kenny erzählen. Na, willst du es nicht über erst mal Lilly erzählen? Oder willst du es Lilly nicht erzählen? Na, Lilly wisstet ja schon. Deswegen sagte ja Carl, dass sie Angst hat, dass Lilly das gleich immer rausposaunt bei jedem Moment irgendwie. Und dann plötzlich alle... Hm. Ich bin sorry. Du musst nicht entspringen. Du kamst hier, um mir zu verdienen oder mich zu verdienen? Hm. Ich wollte, was du gesagt hast, was du über die Verbrauchungen gesagt hast. Wissen Sie? Wissen Sie, was passiert ist? Ich habe nicht. Ich habe nur gehört, dass du es erwähnt hast. Dinge missbrauchen. Und ich könnte deine Hilfe nutzen. Okay. Es ist ein Traitor. Jemand. Einer von uns. Er oder sie oder sie. Er hat Dinge genommen. Achso. Wann für Anhaltspunkt hast du denn? Wer? Was hast du denn? Ja, wirklich. Und ich habe keine Angst. Ich weiß es nur. Lilly. Ich habe keine Angst. Und es ist die gute Dinge. Antibiotika, Oxy... F***. Alles mit Opium in es. Ich habe ein Traitor. Und es ist gut. Ich habe meine eigene. Das ist ein Traitor. Ich bin ein Traitor jetzt. Aber ich bin nicht dumm. Ich weiß, was passiert, wenn ich eine Witch Hunt beginne. Also, du willst mich zu beginnen? Ich will, dass du dich herumschraubst. Was ist da passiert? Ich habe das gefunden. Ich habe das gefunden. Ich habe das gefunden. Ich habe das gefunden. Wir verraten nicht. Wir verraten es nicht. Wir verraten es nicht. Du würdest nur versuchen, ein Flashlight zu entfernen, wenn du es nicht benutzt musst. Ohhhh. Okay. Ich werde etwas rumschauen. Danke. Wir werden uns mal ein bisschen um. Na dann. Ein Mysterium. Jesus, Doc. Duke. I'm sorry. I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the greatest detective. And I can be Dick Grayson. Your ward. That's Robin. I know who it is. Ich wollte dich gerade fragen, wie es ihr werdet ist. So. Gut, du bist Robin. Okay, du bist Robin. Yes. Yes. What do I do? I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm on the case. Aha. Hm. Kaput die Taschenlampe. So. Okay. Gut. Also. Soll ich's dem Kleenschlottren Ben erzählen? Achso. Du könntest jetzt Befragung machen zur Taschenlampe. Okay. Ich würde mal erstmal kurz mit Katja reden. Okay. Kenny. Katja. Kann ich kurz mit dir reden? Achso. Kann ich dich mal kurz sprechen von dem da? Komm mal mit. Das ist auch sehr vertrauenserweckend. Ich habe jemanden. Ich habe jemanden. Du h been都 gebessisch. Ich habe ihn gezeigt. Du meinst, dass du ein Mörder bist? Du sagst das, als ob es mein Job war. Welche Details sind? Es war in einer Dispute. Er hat dich getötet? Ich weiß nicht. Nein. Tell me, was passiert, als du in der Derry geöffnet hast? Ich habe Larry mit Lilly geöffnet. Kenny kam aus keinem zu Hause und hat einen Stopp. Was hat er gemacht? Er hat seinen Kopf in den Kopf. Tja. Ja, vielleicht läuft ja hier meine Gesprächsrunde, Alter. Everything keeps changing. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so gut läuft. Katja hat sich das gemerkt. Ja, so ist es halt verzeiht. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ich würde Kenny nicht erzählen, irgendwie. Gibt da so ein... Mehr sind es auch nicht, wa? Guck mal, du hast aber noch rechts, hast du noch die Möglichkeit, dir die Container da anzugucken. Gehen wir nochmal zurück. Noch weiter? Noch weiter rechts. Alter, hier läuft man da rum. Noch rechts. Noch weiter rechts. Noch weiter rechts. Du bist schon lange dran vorbei. Wieder zurück. Da vorne, genau. Tor. Container, Tor. Wie auch immer man es beziehen möchte. Aber gut. Gut, dass wir uns das angesehen haben. So, dann, wenn ich mal die Leute jetzt hier bis ran. So, so. Schau mal, gucken. Zup, zup, zup. Zup, 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 zup. Glashirben. Nehmen wir Glashirben. Jetzt fehlt. Und jetzt ist dieser Glas... Da ist n Schatz versteckt. Da ist n Schatz. Kreide. Gucken wir es mal an. Ja, was war es? Eine Markierung. Auf was? Okay, zurück zu investigieren. So, Ben, was ist denn los? Hast du ein X gemalt hier? Mhm. Mhm. Vielleicht kann sie dir ja sagen, wer die Kreide genommen hat. Es wäre gut. Hast du eine rosa Kreide? Ach so, es ist ein bisschen lieber blauer. Ah, Robin hat was gefunden. Ich habe etwas gefunden. Was ist es? Ich habe dieses Stück der rosa Kreide gefunden. Und eine Schraube von dem Garten. Wirklich? Total. Ich hatte die Szene für Beispiele und... Ja, Duck, ich habe es. Guten Job. Ja komm, gib ihm einen High Five, Mensch. Ja, komm. Cool. Oh, Duck findet dich super klasse. Ja, er setzt doch gleich eine Hildenpose auf hier, ne? Hm. Hm. Somebody was over here, too. See? I did good, huh? Yeah, Duck. You did. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Na dann. So. Okay, könnte ich ihn jetzt auf die Lampe ansprechen. Aber tatsächlich, ich würde noch mal kurz mit... ...Cayley. Sprechen? Brüllen? Schwarzeln? Auf die Lampe, oder? Ich habe immer Katja gesprungen. Ich habe immer Katja gesprungen. Ich habe immer Katja gesprungen. Wie hat sie es genommen? Sie war gut, ich glaube. Ich denke, sie ist mehr über Kinney. Weil der St. Johns? Was genau hat er da hinten gemacht? Oh, nicht du jetzt anfangen. Ich habe mit Clementine gesprochen. Ich habe mit Clementine über Dinge. Wie hat sie es behandelt? Ich weiß nicht. Sie ist schwer zu lesen. Sie adoriert dich. Keine Angst. Ich spreche mit dir später. Ich spreche mit dir später. Ich spreche mit dir später. Okay. Na, aber sie ist. Ja, kann sein. Aber wir hatten jetzt nicht die Option, Ophisia darauf anzusprechen. Nee. Oh. Oh, mal so einen Blick rüber. Er zaubert so. Na, Benni, fällt dir denn hier eine berühmte Balkon-Szene ein, die man jetzt hier nachspielen kann? Ha? Ha? Welche? Ha? Berühmteste Balkon-Szene. Berühmteste Balkon-Szene? Berühmteste Balkon-Szene. Ich kenne nur die eine, aber die wird nicht das sein, was du meinst. Welche? Äh, von dem Märchen mit, äh, ich weiß leider nicht, wie das heißt, ähm, Rapunzel? Lass dein Haar herunter? War das so gewesen? Aber das war ja eher im Turm als auf dem Balkon, oder? Ich weiß, dass du auf Romeo und Julian spielst. Richtig. Dann kommst du mir mit Rapunzel? Ja. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter! Alter, nein, Mann. Du musst ja dann auch eine Art Balkon gewesen sein, oder so. Hm, diese Globel, die hat einfach nur so ins Fenster gekickt. Hallo! So, dann sehen wir uns auch hier draußen mal um. Ah, hier ist da ein schöner Zaun. Nehmen die Pfeile mit, das sind gute... Ja, wollte grad sagen. Steckt doch die scheiß Pfeile ein, Mann. So was ist geil, wie so eine Kante abläuft. Oh, was haben wir hier? Da ist ein Rost. Können wir da reinschauen? Kannst du bestimmt was reinschauen. Es ist ein Bag. Ticket. Das ist ein Burger mit ein paar Fritten. Pass auf, da sind jetzt die Medikamente drinne, die geklaut wurden. Son of a Bitch. Ja, aber wer ist denn der Son of a Bitch? Ich meine, viele sind's nicht. Na, ich hätte... Also, an seiner Stelle hätte ich jetzt das Ding auch wieder zugemacht und drin gelassen. Um einfach das zu beworfen. Was ist das Ding? Hast du das Ding? Hast du das Ding? Ich habe das Ding. Es hat ein paar Medikamente drin. Es war in einer Karte auf der Außenseite. Und da ist ein Zeichen auf der anderen Seite. Ja. Ja. Okay. Wir lineen alle auf. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us! Who the fuck is that? You gotta keep your ass out here. Okay. What do we do? Oh, sick. We're gonna start kicking indoors any second. What the hell are you? What? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your lives. Okay. Zeit für leading. Negotiator. Enough of this bullshit. Drew! Stop putting your boot to these doors! Yeah! Yeah! Take it easy. So, äh, 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 äh. Wir können den Team vorstellen. We have more supplies. We can keep the deal going. Too late, shithead. We ain't giving second chances. It was a mix up. What make it was your while. I'm listening. 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 Just let us walk out of here. So you can try to pay us a little visit later? Fuck that. All right. I've had enough of this shit. Drew! Take these motherfuckers! Cries! Oh shit! Headshot, baby! Oah! Oh, scheiße! He he! Shoot in the back. Oh scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Okay. Oh, scheiße, okay. Da guckst du auch nicht da. Was da? Oh! Oh nein, Klemmi! Oh, Scheiße! Oh, Zombies jetzt! Oh, na bitte! Läuft ja! Läuft ja! Ah, Shit! Komm, steh! Oh! 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 Oh, krass! Oh, komm mal, Alter! Nein! Oh! 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 Oh, oh! Jetzt mach doch mal Lack, ey! Entschuldigung, alles ist okay, Ben. Alles ist nicht okay. Wir müssen uns herausfinden, wie das passiert. Wir haben einfach alles verloren. Wir sind glücklich, dass wir diesen RV verloren haben. Und niemand hat es sterben. Ich bin okay. Niemand hier hat das gemacht. Lass uns da hinten. Die Bandits haben unsere Nummer für Wochen. Das ist anders. Niemand hat mit ihnen gearbeitet. Wer es war, haben sie unsere Meds. Sie haben nicht das letzte Package bekommen, also haben sie verraten. Lass uns da hinten. Das ist verrückt. Es ist wahr. Es ist wahr. Carly, willst du etwas sagen? Bitte. Wir müssen es von dir ausziehen. Du bist in keinem Position, um die Anforderungen zu machen. Woah, woah, woah. Du bist nur die Finger. Carly ist verantwortlich. Tut mir leid. Danke, Lee. Sie kann seine eigenen Kriege kämpfen. Obwohl es etwas passiert ist, das dich beide betrifft. Oh. Es wird sehr verrückt. Es wird wirklich echt paranoid. Wie? Schau. Carly ist eine Stand-Up-Gal. Und vielleicht war das alles nur ein Fehler. Wir müssen uns auf die Fakten schauen. Wir müssen auf die Fakten nehmen. Wir müssen auf die Fakten nehmen. Wir müssen auf die Fakten nehmen. Wir wissen, dass etwas passiert ist. Und wir müssen auf die Fakten nehmen. Ich weiß, was wir gefunden haben. Wir müssen auf die Fakten nehmen. Ich weiß, Lilly. Ich weiß, Lilly. Ich weiß, Lilly. Ich weiß. wie es geht. Ich lege mich in die Augen und sag mir, dass du nichts mit dem tun hast. Lilly, leh das von ihm. Ich... Ich... Was ist passiert da? Ich habe etwas gemacht. Wir müssen auf die Fakten... Wir müssen auf die Boden. Wir können mit dem jetzt. Ah, das hört sich nicht gut an, na? Röchelt der da noch unterm Auto rum? Das kann sein. Das kann sein. Der R.V. hat ein Schmerz, aber da ist ein walker im Hintergrund. Gott, das ist. Alle, deine Augen zu entfernen. Du wißt du, wir sollten nicht nur dich auskennen. Wir sollten hören, was jeder denkt. Ich denke, du solltest dich auskennen. Ich werde das nicht nehmen. Du kannst Ben aufhören, aber du kannst mich nicht aufhören. Ich bin wirklich sorry, ich fühle mich so. Ich bin zu denken, dass es beide sind. Nein! Nein! Das dumm schmerz, walker! Du okay over da? Ja, ja. Sonne. Ich bin nicht das. Komm, Lee. Du bist derjenige, die sie gefunden hat. Du kannst nicht einfach abstain. Du wirst all das. Das ist schmerz. Wir sind hier auf der Seite der Straße. Okay, gut dann. Kenny? Ich weiß nicht. Fuck. Fuck, just stopp, would you? Well, your vote counts for you and Katja. Okay, Kenny, ich habe das auf. What do I have to do, for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Ha, the hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. Just think any of that is good now? Just let me stay, please. God, please. Entspann dich jetzt mal. Ich will keine Panik. Alle tut. Komm mal runter, Lily. You need to stop and just take a breath. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this, you're torturing him. No. Ben, stop. This is about trust and I've never trusted you. Baby, lay off. I can't, Lee. You know I can't. Thank you, Lee. Please, listen to him. Please, don't kick me out of the group. We won't. Tell me. Now. Damn. I got it, Lee. Let's just get back in the army. That's not happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Now, what the fuck's the problem with- Fuck. Drop it. Kass. Kass. Kenny, what's happening? Give Doc away from the windows. Jesus Christ. Get in. We're leaving this crazy bitch. She couldn't be trusted, Lee. I swear. Please. Hmm. Ja, nein, Alter. Auf gar keinen Fall. Leave her for the walkers. Ken, Lee! You had no time with us. No way. Ja, das hätte sie voll überlegen sollen. You're a murderer, Lily. We can't have you with us. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. What are you talking about? He didn't tell you. He killed someone before all of this. He was a convicted murderer. Oops. Is that truly, Lee? Yes. Yes. Fucking hell. Were you ever gonna get around to telling me that? You got a little girl with you. Das ist ja nicht so scheinheilig, Mann, Alter. Du hast vorhin einen bei einem Stein zermatscht. Bei einem Stein. Let's go, you guys. I don't have anything left. Ja, das hätte sie nicht voll überlegen sollen. Sie hat jetzt einfach vollkommen paranoid einen aus unserer Gruppe erschossen. Grundlos. Das ist die Episode der harten Entscheidungen hier, glaube ich. What's up? Is Duck feeling all right? Nein. Nein. Duck ist hier ein bisschen warm. What the fuck? Happened during the raid. What's the plan? You've never had a bite victim in a group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do from a medical perspective. We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What else is there to do? We thought you should know. Important to stay honest with each other. Anyway. If you could tell Clementine, we would appreciate it. What? Wenn ich es ihr nicht sage? Nee. Du solltest es ihr sagen. Also. Hm? Hat mir sie nicht träumt. Duck is bitten. Huh? You got bit by a walker trying to escape the motel. I... don't feel good. What about Carly? There was no time for a burial. Walkers? Yeah. Horrible. Shit. I'm glad I have you. Me too. I heard you outside my treehouse that day. And thought about dropping a hammer on your head. Uh. That's nice. I didn't though. Thanks. 10. Hm. 116. Oh. Wie? Damn. What? 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 Oh, hier bist du dran. Damn. Oh, komm, ey. Mann. Come on. Mann. Tut mir doch nicht sowas an. Ich dachte jetzt wirklich, sie ist auch hier bissen worden. Oh. Oh, was geht denn hier ab in dieser Folge, ey? Mann. Ah, da haben wir unsere Chub-Chub. Ja. Benni, wie ich mich fühle. Weiß ich nicht. Emotional damage. Also, die ist klar, wir müssen wahrscheinlich dafür... Und das sieht ja so aus, dass die Eltern das jetzt nicht so unbedingt wahrhaben wollen. Und das sieht ja so aus, dass die Eltern das jetzt nicht so unbedingt wahrhaben wollen. Okay. Okay. Lee, wenn du etwas bekommst, was du trinkst, äh, wenn es ein Dining-Car ist oder so, ich denke, Doug ist ein bisschen dehydriert. Ich denke, das sollte symbolisieren, da ist Kino-Wasser-Meer großartig da. Achso. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Also, ich möchte Doug nicht erschießen. Möchte ich nicht machen. Ja, wir sind ja noch gar nicht so weit. Vielleicht müssen wir ja gar nicht. Also, da wären sie aber gnädig mit uns irgendwie, wenn sie uns nicht ohne auf Birnen wohnen. So, na, erschieß jetzt Doug. Oder bestimme, wer Doug erschießen soll oder irgendeine Scheiße. Was das du? Nicht das wieder. Was das? Nein! Okay, dann. Was hast du mit Lilly gemacht? Ich weiß nicht. Sie hat sie? Ich habe nie gesehen, dass jemand jemand so zu töten. Du hast ein paar andere Sachen gesehen. Bist du froh, dass er bei uns geblieben ist? Das ist eine beschissene Frage, ey. Wirklich? Es ist mit euch, die du tot bist. Ich hätte da in den Waldstunden sterben. Just wie meine Klassiker. Du denkst, das ist besser? Ja, natürlich. So, na, den klettern wir mal hier hin. Hm, ja, was denn? Gleich ein Zombie. Ein Schalter. Hm, ein Schalter. Das hat er gut beobachtet. Nichts. Da vorne ist der Fett. Ja, vorne ist ja noch der Fahrer. Ich gehe von aus, dass wir ja noch irgendwie andere Sachen wahrscheinlich wieder zur Reparatur benötigen. Alter, erschreck mich nicht so. Mit was denn? Mit was? Haben wir dich jetzt erschrocken oder hat das Spiel dich erschrocken? Ey, Junge. Du wahrscheinlich wegen, 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 äh, äh, wie heißt's? Wegen Clementine. Icke, wieso Icke? Weil sie dich ja in deinem Traum beißen wollte. Ne, die Frage ist, ob wir jetzt, ob, ob du damit meinst, dass ich jetzt, Herr Junge? Ach so, scheiße, ja. So. 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 Was hast du denn jetzt noch für ein Werkzeug überhaupt genommen? Das bezog sich auf den Erddorn. Ich habe mir einen Engländer genommen. Und hier ist nichts. Okay. Ich denke mal, ich werde mich mal nach vorne um den Kapitan des Zuges kümmern. Mit dem Engländer vielleicht. Okay. 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 Schade. Jojo. Hi Jojo. Ciao, ciao. Grüß dich. Hier ist so viel Scheiße passiert, Jojo. Wirklich. So viel Mist passiert. Wirklich. Wir haben einen. Walker. Sie sitzen in der Schraube. Wir haben ihn. Oh nein, ich habe alles verpasst. Ja, du hast ein bisschen was verpasst, aber keine Angst. Es kommt ja nochmal auf YouTube. Aber meine Fresse, hier ist richtig was abjangen. Hier ist richtig was abjangen. Ganz schlimm. Ich habe gerade noch meine Tränen getrocknet. Wir haben Leute verloren. Wir haben Leute verloren aus unserer Gruppe. Komm, trag ihn raus. Und wir mussten fliehen. Mit unserem Wohnmobil. Oh. Okay. Safety first. Das Licht ist fliehen. Pusche es. Pusche es? Warum nicht? Na klar, natürlich. Hier, schau. Das ist die einzige Reaktion auf ein blinkendes Licht. Auf einen Knopf. Pusche es. Es ist nur die Brücke. Okay, ich gebe dir das. Dieser Mann funktioniert? Sieht so. Will man das? Das ist eine schöne Frage. So, was haben wir hier? Ein Familienbild. Oh. Das ist abgerissen. Moment mal, Moment mal. Da haben wir doch voll einen schönen Trick gelernt von Clemmy. Mit dem Stift. Ja, wo bin ich jetzt mit dem Stift? Na, von Clementine. Die hat aber bestimmt Stifte. So. Viele Knöpfe. Ah, das heißt also, du brauchst jetzt quasi das von Clementine, damit du dir das da angucken kannst. Na, so diese Nachschrauf hier, ne? Was er vorhin mit dem Blatt gemacht hat. Hm. Wurde ich jetzt mal so. Tipp ihn. Aber, äh, 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 vorerst. Würde ich gerne noch noch etwas zu trinken für den Clemm. Dirk. Äh, mach das. Ja, jo, jo. Es geht schon wieder. Einigermaßen. Zähne sind zwar noch drinne. Aber, äh, die Schwellungen und Entzündungen sind weg. Sodass ich halbwegs widersprechen kann. Schmerzweil. Aber auch nur halbwegs. Tut immer noch ein bisschen weh. Aber es wird auch bald rausgenommen werden, alles. Was? Was ist denn da? Ja, Mann. Sch***. Ich glaube, sie sind weg. Ich hoffe, so. Aber das sieht schon mal ausgelöst. Be on the lookout and have your guard up. So, dann schnappen wir uns erstmal das Wasser. So, was wäre hier noch? Eine Karte. Oh, wie schön. Eine Karte. Eine Karte? Ja. Das sind doch die Eltern von Clementine. Das haben doch die Eltern von Clementine. Die Tür, die Tür, diese, zeigt nicht zu der Seite, wo das Wohnmobil steht. Das ist auf dieser Seite. Ah, okay. Um den Waggon abzukoppeln. Das ist mal rumklicken. Okay. Okay. Gut. Also, wahrscheinlich noch eine Aufgabe für später. Hm. Okay, gut. Dann bringen wir erstmal den kleinen Dirk. Das Wasser. Kann ich hier raus? Jetzt so. Yeah. Und dann von der Clementine die, ne, gerade nicht, sondern den Stift, ne, den Gleischstift. Duke. Okay. Da, bitte. Hier. Hier. Bauen wir ein bisschen Wasser. Oh, danke. Perfekt. Er ist allergisch zu Böden. Ist das richtig? Das ist alles, was ich immer noch andenken kann. Wie, irgendwie, das ist das wichtig. Es ist nicht. Ich weiß. Ich weiß nicht. Aber du bist wahrscheinlich richtig. So, wir müssen kurz nochmal ein kleines Sprechen. Die kleine Maus. Mal kurz mal mit Ben sprechen. Du bist ein Event für Team. So, dann nehmen wir mal kurz ins Wohnmobil. In der Hoffnung, Stifte zu finden. So. Pam, 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 Pam. Da, sieht nicht, oder? Doch, da. Bleistift. Na bitte. Hör mal, läuft doch. Banana. Ich möchte den Bananen dringend nehmen. Banana. Banana. So. Okay. Zack. Mehr geht auch nicht. Denn, Conny, ich komme. Am Garmin full. So. Buch geklettert. Na, bin ja mal gespannt, wie du das Ding jetzt zum Laufen kriegst. Wir müssen ja wahrscheinlich dann erstmal noch ein paar Sachen wieder abkoppeln und so. Weil wir vorhin ja auch da auf die andere Seite konnten. Eieieiei, das wird ja sparsisch. Ich würde mal sagen, erstmal das Ding anbekommen. Und dann schauen wir mal. So. Okay, warte mal, das schreibe ich jetzt. Oder mach ein Foto. Foto ist, glaube ich, besser. Machen wir mal kurz ein Snapshot mit meinem wunderbaren Handy. Äh. Flupp. So. Hab ich. Hada. Warte. I do the same. Ich hab... Keine Ahnung. Alter, was sind denn die sechs? Was sind denn die Schalter unten? Hebel oben? Unten? Nee, oben, unten, oben. Fünf. Denn der Switch auf der Seite, dann nach unten. Dann neun auf die. Und dann neun auf die andere. Okay. Hä? What? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich hier irgendwas. Ah, okay. Also, Nummer sechs ist Schalter unten, unten, oben, oben. Hoch. Dann hoch, unten, hoch. Der mittlere. Nee, der muss. Nee, andersrum. Nee, noch andersrum. Genau. Zack. Und der hoch. Äh, der hoch. Schawopp, schawopp. Sonne der B***h. Was du getan hast, lasst den Dash auf. Holika. So, auf der fünf geht's weiter. Und zwar der Pornoki. Geht mal genau da. Und dann auf der neun. Auf der neun. So, 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 so. Kann ich hier weiter zur neun? Blöd. Drei. Fünf. Äh? Schnee neun. Sechs, sieben, acht. Ne, jetzt seh doch aus. Ist die neun... Da, wo du vorhin reingeschaut hast? Oh. Ah, stimmt. Genau. Die allererste Tür, ne? Ich weiß nicht, ob das die allererste war? Ja, ich glaube, da war der Schalter. Ein Schalter. Ja, da war der, genau. Aber ich weiß jetzt nicht, ob... So. Okay. Und zwar hier, ne? So, da ist die neun. So, einmal so. Und dann einmal noch komplett nach rechts. Also zuerst nach links. Und dann komplett nach rechts. Äh, also einmal nach links. Genau. Und jetzt nach rechts. Und dann nach rechts. Und dann nach rechts. Sehr nice. Ja, das sind sie. Holy shit. Wir sind golden. Ah. Ja, das sind sie. Ja, wir sind golden. Ja, fühlt sich gut. Wir haben das fucking genießen. Wir haben das in der Boxkarte da. Wow, ist das, was es sieht aus? Ich glaube, so. Dieser Huss wird uns direkt nach Savanna. 100 Tonnen Stahl. Wir haben 1.000 Walkern zwischen uns und den Ozean. Und wir müssen nicht eine Scheiße geben. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Soll ich mich auf Doug ansprechen? Weiß ich nicht. Sag was. Ja. Was über Doug? Was über ihn? Wir können nicht so, wie es nichts passiert. Wir können nicht so, wie er tot ist. Okay. Wahrscheinlich. Zap, 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 zap. Muss ich mir einen Schein geben. So, falls ihr noch nicht gemerkt habt. Der Zug geht jetzt. Hey, sweet pea. Du bist okay hier? Nein. Ich glaube, dass Doug gut gut fühlt. Ja, mir auch. Ich weiß es nicht. Hast du gehört oder gesehen, was hier draußen ist? Kein Zeichen, was auf dem Trennen lebt. Schau es an, ich will nicht, dass du die Kinder schraubst. Mach das, Juju! Tschüss, Juju! Tschüss, Juju! See you later! So, ok, probieren wir auch nochmal. Oder wir müssen uns halt einfach ein anderes Werkzeug holen. Das kann auch sein. Ergannst du denn... So, ich muss mal kurz gucken, was wir noch für andere Instrumente da hatten. Also für andere Werkzeuge, nicht Instrumente. Ähm... Schwuppli-schwupp! So, ich glaube, hier, ne? Zweite Tür. So, was haben wir denn da? Ja... Kannst du alle eigentlich mitnehmen, oder kannst du mal nur ein Werkzeug mitnehmen? Ich denke nur eins bestimmt, ne? Ah... Ja... Das ist wahrscheinlich der Engländer sein, ansonsten. Oder? Ne... Ich hab grad so getan, aber... Letztendlich war es ja das gleiche Werkzeug, oder? Universal-Schlüssel. Schön und schwer herkommen. Der wird's. Der wird's! Den nehmen wir. Achso, zum kaputt... Okay. Zum hauen. Naja. So, okay. Na gut! Dann zu die Buchse und... Zurück. Schnell wieder mal rein. So, mal schauen, ob sich jetzt der Rust damit lösen lässt. Äh... Kannst du... Machen wir nur das Hand-Symbol. Was macht der denn dann? Das wird eine bessere Weise, um das zu tun zu machen. Okay. Ich dachte, er macht irgendwas anderes wenigstens noch. T' 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 t'. K. Auf dem anderen kann er auch nicht mehr zugreifen. Ja, wir brauchen Ruhig, weil... Muss ich jetzt hier irgendwo noch einen Hammer oder irgendwas finden? Geh mal weiter nach rechts. Kannst du da nochmal? Weil du hast rechts gerade noch da. Guck mal. Zum Kräler. Okay, alles klar. Gut, also das ist wohl das Zeichen dafür, dass es definitiv gelöst werden muss. Puh-puh-puh. Hm. Hm. Ja, aber ein anderes Werkzeug hast du ja nicht. Du hast ja nichts weiter. Hat irgendjemand von denen... Hat die noch eine Axt oder irgendwas bei? Nee. Das ist ja eine schreckliche Unordnung. Ja, davon kannst... Ja. Das ist... Ja, ganz elendig gesagt. Haben wir noch irgendwas im Auto, was man sagen kann? Das können wir nehmen. Das Auto an sich? Gegen mir. Ja, genau. So, okay. Da habe ich jetzt auch nichts. Okay. Okay, 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 okay. Können wir vielleicht nochmal Kenny darauf ansprechen? Das wäre eher wir zu sagen. Vielleicht hat er ja noch eine Idee. Okay. Oder vielleicht ist es noch was im Führer-Vagon, was das irgendwo auf dem Schalter klicken kann. Ah, du weißt, was das Familie-Foto hat. Tut mir mal. Genau. Es ist alles yours. Ah. Das ist der Thrill. Ja. Ach, deswegen, wegen Gewalt, dass der Rost denn da... Jetzt... Okay, alles klar, gut. Können Sie gehen und finden, wo wir befinden sind? Get uns unstuck. Yeah. Get uns unstuck. So, jetzt ist die Frage, brauchen wir jetzt den Schraubenschlüssel oder brauchen wir den Universal-Schlüssel? Ich würde den jetzt nehmen, den du gerade dabei hast, weil da hat er ja letztes Mal so schön gesagt, der ist so schön schwer. Und rostlich. Aber da können uns den so auch kaputt gehen. Zack. Nun. Jawohl. Da. Hey Kenny, wir sind los. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Der Zug ist befreit. Vom hinteren Waggon. Es geht weiter. Oh, ist jetzt. Hast du alles mit meinem Schraubenschlüssel? Na, wer ist du denn? Snake. Wer ist denn? Oh, der Mann, der wohnert diese Sachen. Ich glaube, es ist kein Schmerz für was. Mein Name ist Chuck. Charles, wenn du ihn interessiert. Lee. Ist das deine Kruise außen? Yeah. Und der Mann, der in der Kabel. Er auch. Ich sah dich durch hier zu gehen und dachte, dass du die Kante aus dir schraubst. Was? Aber ich konnte mich nicht zu verhindern, das zu tun. Du wirst mich immer noch ein bisschen befreien. Trainwerte werden das tun. Ich habe bereits alle außen kennengelernt. Sie haben mich alle schnell schnell in der Sonne. Und keiner sagt uns Bescheid? Du hast Chuck kennengelernt. Ja klar, hey Chuck, tut es. Es ist so schön, jemand normal für eine Veränderung zu treffen. Er hat uns Kandys, Ben auch. Ja. Was machst du so, Mann? Er kennt doch schon alle. Wir haben doch schon mit allem mal gequatscht. Ach. TLC. Ich bin sicher, er wird wie fit als ein Fiddle in keinem Zeitpunkt sein. Und ich kann euch allen was, was ich habe. Aber es ist nicht viel. Danke. Wir möchten das gleiche machen. Wollen wir auf den... Wir möchten die Firma. Wir möchten die Firma. Auch wenn ich nichts höre. Sehr leise. Ach, ich kenne mich. Dieser Fremde. Wir möchten die Firma noch mal mit Chuck. Wir möchten die Firma noch mal mit Chuck. Ein Ding sook. Georgie-Jährle. Du bist woher ich wohne. Ich mach dich. Ihr seid allein. Warum nicht? Sieht�도 gut zu sein. Sehr gut. Ich, um mich zu sagen. Es ist vorne. Sie z fallenten uns auf einen schlechten Tag. Ja. Drieder haben noch ein paar Kinder. Und das ist eine gute Sprache. Das ist eine Art von etwas. Ich spreche mit dir später. Ich hoffe so. Ich hoffe so. Wie ist das? Ich weiß nicht. Ich fühle mich. Das könnte viele Dinge sein, nicht wahr? Ja. Der Körper ist wahrscheinlich mit dem, was er drin ist. Genau. Clementine hat dir nichts zu sagen über Carly oder Duck? Ich bin Angst. Nein. Das kleine Mädchen ist ein Puzzle. Ja, sie ist. Poor Carly. Ja. Wo ging es gestern? Ich weiß nicht. Du bist okay? Ich weiß, dass du sie liefst. Ja. Ich war. Es ist nicht ein Zeit für, wie du, eine Romanz. Aber ja. Ich war liefst. Aber ja. Ja. Floss, Floss, Floss. Wollt ihr ihr da hinten? Auf der Seite der Straße? Ja, Lee. Ja? Ja? Wir müssen die Linie haben. Ja. Ich würde sie haben. Okay, dann. Anyway. Let me know, ob irgendwas hier hier verändert. Ich will den blöden Wendler sich mal seine olle Süßigkeit fressen. So, das ist es? Wir sind entfernt? Sieht so aus. Ja. Great. Wir haben noch nichts mehr. Also, einfach was du hast. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Willst du fahren? Ja? Wie bist du nachher? Ja. Dann ist es gut. Wie sind Sie? Nein, das ist bis zu sein. Er ist nicht gut. Er ist ähnlicher! Um ihn zu fahren. Ich schaue ihn. Ich aus. Ist der Trenn wirklich eine gute Idee mit Duck wie das? Vielleicht sollten wir uns auf eine Sache fokussieren. Ja, was können wir hier machen? Wir kommen auf dem Trenn und finden etwas besser. Das ist der Plan. Ich denke, Lee will es einfach nur durchführen. Es ist durchführen! Geh auf, Kat! Ich werde hier vorne. Ich will keine Nase hören, bis wir kommen, wo wir gehen. Das wäre jetzt für mich das nächste logische Ziel. Na dann! Okay! Der Hebel! Schut, schut! Auf ihn geht's! Mit dem 40-70er! Hm... Es war Ben. Es war Ben. Der sieht mir sehr schlecht, die wiss ich aus. Oder er sagt, er war's nicht. Naja... Klar, wenn irgendjemand mit der Waffe vor dir rumfuchtet... Klar, ich verrate, ich verrate! Die Kinder sind schwer. Ja, ich darf mich an ihn. Die Kinder sind schwer. Das ist schwer, wichtig. Die Kinder sind schwer ... Es waren mehr von uns. Dad, kriegst du ihn? Ja. Nein, das ist ein Schade. Lee! Lee, ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich, um Ken zu holen. Würdest du das Ockerfass bekommen? Meine Hand ist voll klar. Können Sie einfach mal die Mosterie bekommen? Können Sie einfach mal die Mosterie bekommen? So, hier komm. Ich würde mich dabei immer so ein bisschen rumträumen und dann wesentlich nicht, was da steht. Dann muss ich plötzlich eine Frage beantworten. Nein. So, okay. Denn Kenny ist... Fahr aber kurz mal Kenny. Ich geh' an Kenny. Halt dich, in case der Train stoppt. Das ist fast. Mach sie einfach. Das schon mal. Nicht mehr. Was ist los? Jeder ist auch vorbei. Ja, ist das nicht der falsche Weg, um zu Ken zu gehen? Ja, das ist der falsche Weg, ja. Ja, das Spiel ist echt keine Zeit zum Verarbeiten, hast du recht. Es ist wirklich... Kannst du nur reagieren. Ah, dann drückst du den Mikro so. Kenny! Was? Ken! Was zur Hölle ist das? Dein Sohn's Blut. Geh' aus hier. Du weißt, er sterb. Niemand weiß was. Er wird gut. Er wird nicht. Er geht, Kenny. Was ist das Schlimm sein, ey? Was ist das Schlimm sein, ey? Was ist das Schlimm sein, ey? Es ist ein Schlimm. Er ist nicht wie die anderen. Jesus! All y'all are just making it worse. You're in denial! And you've given up! On Duck! On everyone! Stop it, goddammit! Fuck you, Lee! You're gonna listen. Or what? Was ist das denn jetzt echt jetzt? Calm down and... How the fuck do you calm down after a day like today? By talking to your friend. You couldn't save Herschel's son then? And you can't save Duck now. Shut your mouth! So you're running like a coward. I told Khadja I'd get you to stop this and you'd bet your ass I'm burned. Don't give a fuck that we don't get along. I'm not letting you do this to Khadja and Duck! You wanna hurt people because you're afraid! Losing Duck ain't enough for you! Because you're fucking lose everything acting like this! I'll fucking kill you before I let that happen! Ach, sort of thing... I'm sorry. The Brains Ken, ich denke, es ist Zeit. Es ist Zeit. Der Junge hat gebeten, falls sie das nicht herausgefunden hat. Was hast du? Ich... Ich... Kaja. Es ist Zeit, dass... Das ist nicht möglich. Was werden wir tun? Ich weiß nicht. Wir können ihn nicht zu werden. Aber was wenn... Was wenn er nicht? Ken, ich liebe dich sehr. Ich liebe unseren Sonnen mehr als selbst. Ich brauche Sie zu hören. Was Sie sagen können, dass er nicht sein kann, ist schuldig. Aber... Nein. Es ist... Komm schon, Kat. Wenn du einen denkst, lass mich wissen. Es ist keine Art Schmerz, oder etwas, wir können ihm nur geben? Stop. Wir können nur aufslaufen, oder? Ich meine, Jesus, das ist unser Son. Ich weiß, aber wir wissen, es ist hier, oder nichts. Was? Fuck. Just... Who, dann? You want me to? You don't have to. I'll do it. No. You don't have to. I'll do it. No. It should be apparent. No parent would have to do something like this. Lee's right, Kat. We can say our goodbyes, and... just let that be it. I don't know. Lee... You'd be doing this family a great service. Why don't we take him into the forest, so Clementine doesn't have to see. Yeah. Give us a moment, to say goodbye. Of course. Oh God, I don't. What's happening? Duck is dying. I know. What are you doing? I'm putting him out of his misery. Oh. And that's how brusselt the campaign. Look, Clem. Things are... What the? No! Ben, take Clementine into the train. Go. It'll be fine. I don't know what to do. It'll be fine. Cat! Cat! Gotcha! What is this for a journey? Oh God. Was? Warum, Kat? Oh, Gott. Oh, mein Gott. Hi. Hi. Hey, Dave. Grüß dich. Übelst krasse Folge. Alle sind full down jetzt. Gib mir die Schreie, Kind. Ich mach's. Oh, Gott. But... Oh, Gott. ... ... ... Ich hab's hier eigentlich sagen sollen. Die fallen ja alle um wie die Fliegen, Alter. Na. Willst du sprechen? Nein. Du verstehst, was ich sage. Ja. Okay. Was denkst du? Was Chuck sagte. Was Chuck sagte? Was passiert mit Duck? Was passiert mit mir? Was hat er gemacht? Ich versuchte. Entschuldigung. Ich werde ihm ein bisschen Spaß machen. Nicht schuldig. Was? Das wird so ein kleines Satz, was hier los passiert, ey. Hey. Wie geht's? Nicht mit meiner Frau sprechen. Just stay away from her. Excuse me, son. I heard you told her she was gonna die. That she was gonna end up like Duck. Why'd you go and do that? Because she is. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. But y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? We do what's best for Clementine. Oh, well then, you do have it all, if you doubt. Never mind. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map, for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you... It won't. If it worked, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for crime, and he cut that hair. She's a little girl. And she'll die a little girl, if you treat her like one. You gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive. Look at her hair. You gotta run around with a mop, that's gonna act like a Velcro, with any hands swingin' its way. Find some scissors in my pack, and take care of that hair before Walker does it for you. So viel zur Gruppentherapie, beziehungsweise so much. You gotta learn, there's right, Mutti. We want to uns heute alle an, in one another, and we're going to we're here? Let's get it, man. So, schlepping die Feuer hier. Ich höre dir. Ein Plan, eine Haarekette und eine Schraube. Das ist ein gutes Geheimnis. Es ist etwas. Ich habe Dacca schossen, weißt du? Das wird er mitbekommen haben, glaube ich. Woher gehst du? Äh, dieser Weg? Ich meine, wenn wir nach Savannah kommen. Ich habe ein paar Ideen. Wir werden eine Gespräche, wenn wir da kommen. Über, ob du Leute oder nicht zusammenhängst. Hast du eine Familie? Irgendwo. Ich bin in meinem Leben seit 14 Jahren. Sorry, dass du das hörst. Kein Unterblämmung. Du bist gar nicht zu Hause. Ich glaube. Ich habe hier und da Hause gehabt. Aber sie funktionieren einfach nicht. Ich mag es. Ich mag es. Ich werde euch auf jeden Fall die Folge nochmal auf YouTube geben, Alter. Hier ist so krasse Sachen passiert, ey. Jetzt. So. Ich habe Dacca schossen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Warum denn nicht? Ja, weil... Ich habe Dacca schossen, weißt du? Weißt du? Was soll er noch zu sagen? Das ist fein gemacht. So. Was ist das hier? Eine Karte. Die würde ich mal nehmen. Guess quasi muss man zu gehen. Diego? Kann man das für dich sein? ожид ich dir gerne wie. Hast du dich selbst? Wenn ich realpi das wie zu sagen kann. Da istpract Kristus und Dokumente. Ich bin eben09. Hey. Das wäre schön wenn man in die Wasser kommt. Er wird mich aber noch nicht herbeilassen, wahrscheinlich. Okay, gut, können wir also noch nicht. Oh, Benni, dein Heul des Antlitz fehlt, schreibt Mutti, sind ich ausgeschaltet? Ja, weil meine Frau immer kurz nach Hause kam. Äh, Fetterknochen, jetzt hätte ich fast DIE ausgeschaltet. Ja, vielleicht. Ja, ja, ja. So, okay. Oh, ist das eine Weidenpulle? Hör mal, jetzt haben wir eine Whiskyflasche. Ich glaube, damit kommen wir an die Karte. So, aber erstmal Clemmy, kümmern wir uns mal um dich. Mause zahlen. Schucks Lager. So, haben wir hier Rucksack. Nehmen. Was haben wir da drinnen? Ah, okay. Schnell will ich schnappen. Achso, du willst ja genau... Schnell will ich schnappen. Wir machen jetzt erstmal den Avalon. Sei dich glänzend. Ich muss doch bestimmt unseren Fahrer alkoholisieren. Genau, das ist der Weg. Ich mag das. Gut. Um an die Karte zu gucken. Ah, du musst gleich nicht selbst beschissen. Ah, was für ein Scheißtag. Was denkst du über Chuck? Du musst wissen, wie sich selbst beschädigen. Wie schlafen oder schlafen? Entschuldigung. Ich meine, mit einer dieser. Erstens, nicht Angst. Es ist nur eine Sache. Geh es. Aber wissen, wo dein Finger ist all die Zeit. Und nicht auf dem Trigger, wenn du jemanden willst. Okay, okay. Siehst du? Es ist nicht schrecklich. Es ist schwer. Es wird stärker. Du wirst stärker werden. Der Avalon. Du schaust direkt an den Topen. Durch den Knopf. Du schaust die Seite am Ende mit deinem Target. Tiefdurcharmen. Luftanhalten. Feuern. Wollen wir eigentlich nicht die Luft anhalten sein? So, dann können wir jetzt mal ein paar Flaschen kaputt schließen. Ich würde, dass ich den Whisky neu erntet habe vorher. Ja. Du schaust die Trigger schlaust. Und dann schlauze ich deine Hände. Schön und easy. Schön und easy. Schön und easy. Eee! Du okay? Meine Hände schlau. Ich nicht dieses Lied. Dann stecken wir mit dir, okay? Wenn ich meine Hände schlauze. Ja, du. Ja, pfff, okay. Ja, ein bisschen nach rechts. Yeah! Okay. Cool. Chuck hat sich dann anscheinend Yu-Jain lassen an ihm waren. Wie viele leere Flaschen hat er da? Okay, rechts. Ein mehr nach rechts. Stattig, jetzt. Almost got it. Almost got it. Woop! Hier geht's. Nice! Das ist ein fetter Schuhkarton. Dieser Schuhoutlet, Alter. Wie viele Schuhe sind da drin gewesen, bitte? Dann hinter Premium-LCDs. Die kannst du jetzt wohl nicht mehr... Oh, was war denn? Ja, du hast es gemacht. Ja, du hast es gemacht. Ich hatte meine Flasche. Und die Schuhe hat nicht so viel geschaut. Siehst du? Du hast es gut gemacht. Sie sind nicht Walkers, doch. Nein. Nein. Aber du wirst wissen, wie diese Dinge jetzt funktionieren. Wir werden dich nach Walkers gewinnen. Okay. Okay. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch... ... einen Haarschnitt verpassen. Hm. Einen Fäschchen Haarschnitt. Hey, Cliff. Hi. So, you're probably not gonna like this. Oh, no. What happened? Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe. That's not nice. Haha, er ist umazonig. Are you saying it smells? No. Because it does. Kinda. Do you remember when Andy St. John grabbed it? And I got mad. Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker... We need to trim it. Just a trim, right? I need to cut it short enough, so that it can't get grabbed. Okay. Ach, die arme Maus. I guess not. Don't mow. It's a good thing. Na dann. Mach was modisch kurz. Ich hab Stevie auch meine Haare schneiden lassen. Ihr seht, was daraus geworden ist. Vorher hatte Benny, äh, ein Afro. Ja, so schlimm wird es nicht. I'm going to look like a boy. Shush now. Wow. So, you did kill someone before. Yeah. Tja, schon ist die Schere in der Hand und der Tar, schon kommt der Tar schon für uns alleine. You've killed lots of things now. It doesn't even matter. Hm. Killing is bad no matter what. But you do it now to protect yourself. And to protect me. Doesn't make it good. But you have to. I do it because it's necessary. Walkers aren't people. Okay. I think I'm about done. I can probably tear these pieces back with something. Here. I have some hair thingies. You do? Yeah. Lily gave them to me for sleeping. There. All set. Does it look dumb? No. You look cute. And a lot harder to grab. I hope we're not on this train much longer. Begeisterung sieht definitiv anders aus, ja. Absolut. Ja, welche kleine Mädchen will sich schon die Haare schneiden lassen? Hey Ben. Hey. See ya. Hey Ben. Was war das denn? Bis später. So, okay. Kenny. Ach, du willst ihn ja noch abschüllen. Schlückchen abheben hier. Hm. Na komm, also wenn er den er braucht, den er. Nein, und du kannst ihn benutzen. Vielleicht musst du erstmal mit ihm reden? Hey. Ja. Das würde ihn jetzt bestimmt richtig interessieren. Ja, genau. Hm. So, vielleicht... Oder vielleicht... ihm. Seinem eigenen Schnaps ihm. Irgendwie. So far, so far... Aha. Ich hab rum. Ich bin großzügig. Ja damit. Du hast mit Chuck etwas getrunken. Hm. Ich hab' nicht gewusst. 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 но für dich. So. Check wollte wissen, ob ihr ein Dring. Er hat mehr. Ja. Ja, das hilft. Weißt du, ob du noch etwas mit trinken kannst? Kannst du nicht. Guck mal, kannst du nicht mehr raus. Die Jingle schnell. Hey, Ben. Tschüss. Ach, ist das Scheiße. So, aber... Der Wichser. Der Penner. Was? Dieser Arsch. Jetzt kommt die Aussprache. Ja, was machst du jetzt? Ich könnte... Ich... Ich... Niemand kann uns sehen. Ich kann dich jetzt aufhören und damit fertig sein. Nein, ich... Bitte, bitte. Warum sollte ich nicht? Sie sagten, sie hatten meinen Freund. Ich wusste nicht, was zu tun. Bitte, bitte. Ich wusste nicht, ob ich jetzt noch... Ich wusste nicht, ob ich jetzt noch... Ich wusste nicht. Wie keine Maus. Kannst du über die Karte geben. Ja. Wollen wir noch zeigen. Das... Können wir höchstens nochmal sagen irgendwie... Hey, wir fahren nach Savannah und wir suchen deine Eltern. Hi. Was ist das bei den Amis alles so schön wirklich im Muster gebaut? Das sind alle so 90 Grad Winkel immer. Ja komm jetzt noch mal. Dann suchen wir die Eltern. Wir müssen wissen, ob sie okay sind. Wenn sie nicht sind, was ist mit ihnen? Ich bin sicher, dass sie okay sind. Ja, es ist besser, dass sie positiv bleiben. Das ist das, was mein Vater immer sagt. Mal schauen wir die Mappe. Wenn wir wissen, wo sie waren, können wir da beginnen. Aber da. Wir sehen, dass wir direkt durch die Stadt kommen, wenn es nichts auf der Straße gibt. Wir haben hier ein guter Teil von Savannah. Was denkst du? Sie bleiben immer im gleichen Ort, wenn sie da gehen. Es ist, äh... Hm. Hey, keine Angst, wir werden es herausfinden. Hast du schon da? Mal. Was denkst du dir? Wollen wir mal Bezug auf da gehen? Genau, das rein, aber nach wie gehen wir hier hin. Die haben uns wirklich äw liebszige Desserts. Sie charbeten drin. Sie heißt, um die M-chen-mar. Ist das es, die Liberti? Ja, zuide es. Okay, das ist alles. Wir gehen ab da. Ja! Du denkst, unseren uns guten Plan haben? Ich denke, es ist sehr gut. Kann ich meine Eltern etwas Starsami erzählen? Ja, wer weiß, wer das jetzt hört, wa? Was ist denn los? Kann ich ja nicht einmal mit der Creme ausreden. Da baut man die gerade ein bisschen auf. Passiert schon wieder eine nächste Scheiße. Ich weiß aber nicht was. Oh, da hängt was von oben runter. Fuck, 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 fuck! Vielleicht können wir gehen? Das ist verdammt, Ben. Ich bin nur gesagt. Hm, ich weiß nicht. Ich habe nicht viel Erfahrung mit euch, aber wir können wahrscheinlich mit dem. Wir haben ein verdammt train. Das ist ein verdammt, Charles. Das ist Gas oder Diesel. Das wird etwas, das wird explodieren. Du musst dich ansehen. Das ist eine Crew hier. Das ist nicht verdammt. Das? Das ist nicht verdammt. Machen wir – ihr gehört? Wir können nur in der Hand gehen. Das ist ein verdammt. Sie sind nur ein verdammt. Mit deinem Train? Ja, du standest gerade vor ihm. Mann, es ist ein Wachstum. Es ist nicht so schlecht von hier. Schreib deinen Freund ab, um zu sehen. Irgendetwas geht nach hinten. Wir werden sie nicht wegwerfen lassen. So. Na dann. Auf geht's. Hoch hoch. Kleiner ab. So lass mich raten, die Leiter bricht jetzt wieder und so weiter. Du solltest nicht beurteilen oder fieber. Ich denke, du musst herausfinden. Ein Grupp von Leute ist was wir brauchen. Sie sind das, was wir brauchen. Wir machen gut. Für jetzt? Was für wenn... Stop es. Hey, Mann, ich bin Omid. Lee. Krista. Willst du mit dem Train? Wir fahren. Oh, Mann. Hey, ich werde dich nicht beurteilen. Unsere Gruppe ist jetzt ein bisschen verurteilt. Wir hatten eine Beutung. Dann hat seine Mutter ein Leben. Und bevor das... Es ist okay. Oh, Scheiße. Gott, du hast ein Kind. Nur noch aufs Augen, Alter. Du kennst, wie lange es ist seitdem ich ein Kind gesehen habe? Sch***. Was ist dein Name? Clementine. Oh. So, er wird zu sagen. Oh, das ist großartig. Siehst du? Die Dinge sind zu sehen. Du bist nicht ihr Vater. Er ist da da? Es ist so klar. Für mich? Nein, er ist da da. Huh. Was ist deine Geschichte? Ich habe das alleine gesehen. 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 Das erste Mal, das alles passiert. Wir haben zusammen. Wir sind zusammen. Und alle da unten da unten. Sie sind cool? Die Lunde. Das ist toll. Wie lange hat er? Was ist es? Ich weiß, vier Uhr. Vielleicht zwei Stunden. Gott, du was. Wir sind es sorry für alles, was passiert. Die Train ist toll, aber. Der Tank ist dein Problem. Wir helfen dir mit dem. Aber wenn wir etwas nicht wissen, wir laufen über die Straße. Oh, ist okay. Okay, cool. Was haben wir da? Ah, Stoppschilder. Die bringen uns jetzt was. Jetzt mal Pylone umstellen. Safety first, ne? Na, Duct Tape, komm. Klebeband hier, nehm mit. Jawoll. Man könnte sich auch ne Pylone aufsetzen. Was ist denn da oben? Okay. So, das hat er sich schon gedacht. Verstehe. So, hier können wir uns das mal angucken. Wir können den hochziehen, quasi. Hier mit der Hand, warte. Mit dem Duct Tape, wach? So lösen. Duct Tape rummachen, wach? Genau, erstmal Straße absichern. Safety first, ich sag's ja. Ne? Was ist denn, wenn jetzt hier ein Schulbus kommt? Ach, die Prius hat's auch zerwächst. Tja. Gut. Was ist mit euch? Oh, me. Oh, me. Am I gonna have to tell your people the plan or what? Am I gonna have to tell your people the plan or what? Die muss ich mich jetzt erst mal gewöhnen. Guys, das ist Omeet und Christa. Not big on welcomes. Like I said, it's been a bit of a day. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we are not looking for charity. We could help you guys though. Maybe. So, yeah. Hi. Uh, again? The plan is to cut that tanker down and be on our way. Seems like plan enough to me. You wanna start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. And why don't I show you how this thing works, in case something happens? Really, Ken? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. Okay. Spielt Chuck jetzt? Auf der Gitarre? Ach, geil. Cool. I'm glad someone's managed to keep his spirit. Nicht, dass das was mit gut oder ohne zu tun hat. So, dann flitzig mal schnell zum... Maybe I should check out that train station. Okay, good. That train station? Nein, na na. Let's mal nochmal kurz hier mit Clemmy quatschen. Hey there. That's a pretty useful radio for her to be holding on to, no? It's busted, but it means something to her. Oh, I understand. Careful. She's a crack shot now. You got this girl shooting guns? Yep. Look, I don't need a lecture. You weren't getting one. It's good. She should be able to take care of herself. Where are you from? San Francisco. Jeez, a long way from home. I blame the one in there. He wanted the great American route trip. Well, he got a little more than he bargained for, huh? Who the hell is in the Civil War history anyway? Other than old white guys. Wonderful. You two will be thick as thieves. Worüber habt ihr euch gestritten, huh? Wie können wir den Tank runterkriegen? Okay. Worüber habt ihr euch gestritten? Worüber habt ihr zu diskutieren, wenn ich auf die Ladder gekommen bin? Nichts. Wenn du da bist, dann wäre es gut, dass du wissen willst, welches Geld du hast. Dann vielleicht werden wir da nicht für ein paar Minuten. Okay. War nicht erfreut? Ja, schade. So ist es. Halt nochmal. Muss ich ja erstmal abchecken. Ist mir egal, ob dich das erfreut oder nicht. Christa. So ist es. Okay. Ah, hier. Komm, schön. Topfweißer Farbe. Den brauchen wir. Survivors Insight. Survivors Insight. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich mach es mal. Plopp. Und zwar bei Phobia standest du einmal vor einer Tür. Da stand Dead Inside drauf. Und Dead Inside ist tatsächlich eins der Promobilder. Und eins auch, glaube ich, aus der Serie, direkt aus einer Szene. Wo die auf eine Tür treffen, wo Dead Inside drin steht. Also da sind Zombies drin, dass die keiner aufmacht. Dead Inside. Wir hatten hier auch schon mal eine Tür, da stand Live Inside drin. Ja. Und jetzt hat Survivors Insight. Das ist halt... Das ist halt... Das klingt schon eine D-Seq. Irgendwie. Wenn man es denn so nennen möchte, tatsächlich. So, okay. Autoteile. Macabre Imports. Mhm. Schön. So, jetzt könnten wir den ganzen Geldgeber von dem Spiel hier angucken. Define Silver. Und? Everton und Schulz. So. Okay. Cool, cool, cool. Ein bisschen Farbe noch. Ein bisschen im Alter, you know. Ein bisschen gemalt. Ein bisschen gemalt. Ein bisschen hat sie viel gemalt. So, okay, Klamin. Dann schauen wir nochmal hier rein. Du solltest mir warten, bevor ich die Tür öffnen kann. Sorry. Glücklich ist es geschlossen. Wir werden besser zusammenarbeiten. Hm. Oh ja, komm. Hm. Won't burnen. Dann musst du durchs Fenster. Stimmt, wenn ich den Gabelstapler habe, dann kenne ich ja nichts, oder? Oder so? Oh, schade. Es wäre schön gewesen. Guck mal. So, ich habe immer noch den Universalschlüssel. Damit könnte man ja theoretisch... Ach, guck mal, hier. Eine kleine Maustür schicken. Ja, jetzt nur gucken, oder... Zum Tür aufmachen, obwohl das echt eine beschissene Idee ist. Guck erstmal, ob es safe ist. Was mache ich jetzt? Was sehen Sie? Viele Kräte und Dinge. Vielleicht können wir die Schlüssel finden, oder... ...eine Weg, um diese Tür aufzunehmen. Kenny würde wahrscheinlich haben, mich die Schlüssel zu holen. Das könnte eigentlich funktionieren, wenn wir die Zeit haben. Ich glaube, ich habe es öffnet. Für echt? Ich glaube, so. Okay. Ja, wir wurden von den Kindern in dieser Folge sehr oft überrascht. Unheilvolle Musik setzt ein. Vielleicht kann ich die Tür öffnen? Ich mag das nicht. Ich schreibe es öffnen, oder so. Das ist genau das, was wir brauchen. Okay. Sounds good to me. Ja, das war... Klar. Okay. They didn't have much business back there. Hm. Tannun. Ja, poor Clementine. Absolut. How are we doing? Good. What do we need? Something to help us deal with the tanker out there. So. That thing was in my hands, instead of over there. Na, dann nehmen wir doch. It's too dark otherwise. It's too dark otherwise. Wir können ja probieren. Ganz schnell. Was? Okay, jetzt sehen sie ganz raus. Kannst du alleine reingehen? Poor Clementine. Hey, Liedip. Liedip? Jetzt nimmt er das schon wieder. Ist doch doof. Wieso? Da muss ich etwas, was hier anwendet ist. Europalette. Wir müssen wieder einen trinken. So. Käfig-Tür. Können wir die irgendwie, irgendwie öffnen? Aber es ist ein bisschen Platz auf der Topie. Wir sind glücklich, dass es so klein ist. Ja, hier sind wir. Guck mal, das Pace ist auf der Topie. Oh, das ist so geil. Kann ich jetzt nicht über die kleine Maus vorschieben, ey? Ja, definitiv. Geh an und geh an die Schlüssel, Clem. Ach so, die Schlüssel sind da, oder was? Komm, scoot. Äh, behind you. Behind you! What? Oh, 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 oh. Oh, jetzt muss die Clementine... Nein, ich hab auf den Kopf geguckt. Oh. Tja, dann würde ich sagen, pur lean. Wir sind gestorben. und Don't wanna grab the keys clean come on Scoot behind you Hör! Okay. Upsi! So, was mach ich denn falsch? Weiß ich nicht. Schlägst du immer den gleichen, oder? Ne, ich hab jetzt BD geschlagen, irgendwie. Erst den Kurzhaarigen, dann den mit den anderen Haaren. Ich würde jetzt natürlich sofort zur Tür rennen und mir den Schraumschlüssel... Ja, nun, nun, mach doch mal. Damit hast du ja ein bisschen mehr Durchschnitt. So nun, jetzt, auf geht's! Achso, du kannst es dir nur angucken, du musst da hin, hinlaufen mit... Was ist denn das für'n Scheiß? Der schrank gerade oben, mit W. Also, du musst leider in die falsche Richtung laufen für dich. Nicht mit S, sondern mit W musst du da hin. Und bevor sie dir näher kommen, musst du denen eben halt jedes Mal einen auf die Mütze geben. Geh an und grab die Schläge, Clem. Komm schon, scoot. Nach dir! Fuck! Also, schön wehdrücken und dann... ...chrabelt sie. Jetzt ist es aufs Fressbrett! Quick time, Steve! Quick time, Steve! Do it! Do it! Do it! The Bane is broken! Quick time, Steve, is dead! Lang lebe, quick time, Steve! Oh! Clem hier hat sie vergessen. Okay, everything's fine. Hm. Oh-oh. Jetzt muss sie aber... Kees, now! Da steckst du doch los! Mach doch auf! Jetzt sind doch nicht alle, die Einzelnen! Und... Swap! Wuh! Goddamn! Das war nicht so gut. Nein, das war nicht so gut. Nein, das war nicht so gut. Aber wir sind okay. Alles ist okay. Was passiert? Ich dachte, ich hörte einen Schläge. Wir sind gut. Wir haben ein paar Walkers gefunden. Du und ein 8-jähriger gegen drei von ihnen, oder? Ja. Ciao. Wer kann, der kann. So! So! Wir haben sie geregelt. Wir haben sie geregelt. Was, wenn du nicht? Ich werde sicher machen, dass der Geräusch uns keine Probleme haben. Das ist eine gute Idee. Die ist mir ganz schön so... Nein, 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 nein. Und wie. Ich hoffe, du wirst wissen, was du mit ihr machst. Wir sind noch immer wieder, sind wir? Ja, du bist. Nein, 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 nein. Hm. Christa wird das nicht vergessen. So, gut. Dann lass uns mal jetzt hier die Lötlampe holen. Wir haben sie. Wir haben sie nicht Angst. Wir haben sie nicht Angst. Sie sollten uns haben. Oder wir haben sie. Ja, du bist richtig. Angst. Angst ist die Sache, die uns töten. Du verstehst? Wir haben sie nicht Angst. Ja, dann lass uns. Wir haben sie nicht Angst. Ich habe eine Blutdorch in der Station gefunden. Das sollte schnell mit dem Zusammenhang machen. Excellent. Ich komme da mit dir mit dir, um zu sehen. So, nun, lass ihn uns abschneiden. Kling, kling, kling. Aber wir haben ja gar vertrieb. Hör mal. Da haben wir noch was da. Da haben wir noch was da. Was würde Megaiver tun? Ich hoffe, das hält. Ich denke schon. Da 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 da. Da 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 da. Das ist verrückt. Schau an sie gehen. Ich habe es gerade so gesehen. Ich habe es. Oh! Danke. Kein Schmerz, Mann. Das Ding hängt an einem Knochen. Das kleinste Knochen wird gehen. Tja. Sollen wir ihn unmietet machen lassen? Ha! Er hat uns gerade den Arsch gerettet. Ich würde sagen, nee. Also, soll ein Wild machen? Ja. Er passt ja auf uns auf, oder? Oder meinst du nicht? Du entscheidest am Ende. Du entscheidest am Ende. Naja, Jud, wir können es jetzt nicht von ihm verlangen. Wir machen es selbst. Aha. Oh, Jud. Omit! Hier. Hier. Die weckere Knochen der Knochen ist aus meiner Sicht. Du denkst, es wird in meiner Sicht sein? Ha! Nein. Aber ich werde dich über die Lange knacken. Die Hölle, du bist! Gott, du bist ein wirklicher Schein, nicht wahr? Shut up und starten. Oh nein, Alter. Das sieht wirklich gut aus. Was? Es muss tausend sein. Wir müssen gehen! Scheiße. Omit! 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 Kultiver Style. Hm. Was machen wir jetzt? Meiste das Ding runter da! Beäll dich doch mal! Hi! Genau da! Das drauf! Omit! 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 Komm, los. Call für alle Fälle. Do it. Immer noch nein. Los, komm jetzt. Spring halt runter, solange der Zug noch da ist, Mann. Au. Umid. Steh auf, Junge. Los, Umid, lau. Oh, wie war, wer war, wer war. Achso, du sollst dich jetzt für jemanden entscheiden. Ja, nimm ihn. Nicht reden, nehmen. Ja, das ist manchmal nicht so einfach zu sehen. Warte mal, sie kann doch... Oh, shit, sie ist eine Frau, nicht wahr? Was sind doch normale... Ja, die Frau regelt jetzt schon von alleine, mein Freund, Omid. Ich dachte, ich helfe erst mal den Humbünen irgendwie. Ja, das ist auch richtig. Und, macht's noch Humb? Nix, boom. Oh, nix, boom, schade. Dachte, das macht boom. Und jetzt kommen wir da an. Wie ist die Stadt nochmal? Savannah. Savannah. Raven coming. Die jährliche Love Parade hat in dem Falle da stattgefunden. Alle, alle folgen dem Wagen, quasi. Oh, Clem hat ein Bild gemalt. Hm, ach nee, war ja nicht, ach, das war, ach, das war, ach, das war, ach, das war, ach. Hm. Wir finden Clementine's parents, wenn wir da sind. Ich dachte, sie waren tot. Wir suchen sie, Mann. Das ist nicht der Plan. Na, das ist unser. Sie und ich haben sie durchgebracht. Du bist okay. Ich werde sein Leben, ich glaube. Blut in mein Herz, Blut in mein Gehirn. Ich werde dir deine Gedanken verlassen. Sie ist so cool wie ich nie gesehen habe. Was ist das? Ich kann mich nicht erwarten, dass du in Savannah gekommen bist, Clementine. Ich habe deine Eltern hier. Und du hast mich sicher, ob du sie möchtest, oder nicht. Jetzt, was ich brauche... Holy shit. Ich dachte, dass das fucking Ding war verletzt. So habe ich. Wer war das? Wenn er hat Clementine überzeugt, dass er ihre Eltern hat. Ihr könnt ihr euch wiederholfen. Vor allem, woher weiß die Stimme, dass sie mit Lee unterwegs ist? Na, weil sie... sie hat doch hart, ob sie ihren Eltern sagen kann, dass sie kommen. LOL. Nächstes Mal bei The Walking Dead. Wir sind fast auf dem Wasser. Willst du auf ein Boot gehen? Willst du warten, bis die Walkers herausfinden, dass wir hier sind? Ich weiß, dass ich dir gezwungen, dass wir deine Eltern finden würden. Aber Savannah ist mehr gefährlich, als ich dachte, es wäre. Ich weiß nicht, wie lange er so weiter kann. Wenn seine Legge noch schlimmer wird, müssen wir ihn tragen. Oder ihn verlassen. Wenn ich hier wäre, würde ich jetzt aus der Straße kommen. Wer ist das denn? Antwort auf mich, verdammt! Wann werden wir uns über die Radio erzählen? Wenn du hier zurückkommst, dann werde ich dich töten. Wann hast du dich gehört? Wann verstehst du? Ich werde dich töten! Wann verstehst du? Ich werde dich töten! Wann verstehst du? Hinter jeder Ecke. Vor allem auf The Walking Dead. Schau dich, Carly! Ich habe genug von dir gehört. Jetzt! Was? Das war auch so krass! LOL! Ja, ich habe mich gerade voll erschrocken. Du hast nicht mit uns gekommen. Ich weiß nicht viel über dich, Leute. Aber ich kann dir sagen, dass die Sonne nicht morgen morgen kommen. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, wir sollten deine Eltern suchen. Wirklich? Ja. Du musst wissen, ob sie okay sind. Und wenn sie nicht sind. Was ist mit ihnen passiert? Ich war derjenige, die den Banditern Suppe zu geben. Was? Es ist alles meine Schuld. Wir haben einen Job! Was? Kein Weg! Kein Weg! Ach ja, das war ja das Ding. Seth! Ich kann nicht wundern, dass du dich in Savannah gewonnen hast, Clementine. Ich habe deine Eltern hier. Und du bist sicher, mich zu finden, ob die Liede oder nicht möchte. Jetzt, was ich... Was? Ich weiß nicht. Aber ich wüsste, dass wir nur glücklich sind, wenn wir herausfinden. Es ist ein Trapp. Es ist ein Trapp. Es ist ein Trapp. Und der Papier, der passt sich. Ja, ne, geht noch eine Entscheidung an. Und, weiter geht's. Ich finde es schön, dass ihr immer so eine kleine Zusammenfassung habt. Ja, macht's wirklich tatsächlich sehr gut, irgendwie nach einer Woche. Is der Viking dead? Oder zwei? Ja, in dem Falle zwei, ja. Richtig. Savannah. Ich bin wirklich gespannt, ob wir Clementines Eltern finden. Gloria fast nicht. Aber der wäre natürlich echt cool, irgendwie. Ja, aber ich... Also, ich habe da auch wenig Hoffnung bei. Äh, auch nicht. Leider. Das kann ich mir vorstellen. Ah, wir sind ja mit Conny. Ach ne, sind alle. Hinter jeder Ecke. Na toll. Achja, der hat ja so ein... Genau, er ist ja episch abgeschmiert. Aber dafür können wir noch nicht laufen, wa? Ja. Ohne Schenkel gebrochen, ach du Schande. Und wir haben Clevy die Haare geschnitten und wir haben ihr die Cheeson beigebracht, so ein bisschen. Kann wahrscheinlich von Nutzen sein. Oh, okay. Just for a little while. We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can... Not now, no matter. Maybe later, okay? Okay. Okay, okay. His legs pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Kenny. How much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? Sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. Du bist ja ruhig. Ach du Schande. Maybe this city is not so dead after all. Okay. No one is in that bell. It's automatic. On a timer. What I don't know. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there. Are you sure? I don't see anything. I know what I saw. I'm telling you there's someone up in that bell tower. Someone alive. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. No. Hello. Are you there? What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? Start. Well, of course, it's clear. It was loud. Now the hearts of us come through the clock. Why? Oh. Freeze. We have a freeze. A short freeze. Kenny, have you started the recording? No. I don't think so. Well, we have to do a part of the stream. Everybody run! left in 1.. Do nothing. あ! Kimが描きがった! Ah! Yeah! Ah! Tech a blow! Ah! Oh no! Where are you coming? Groß, tu was! Heb sie über die Mauer! Mach irgendwas, man! Oh! 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 Er zieht sie jetzt ab. Okay. Gar nicht so. Ich hab ihn nur gekriegt. Du bist! Oh, Ben, alter. Penner. Oh, scheiße! Chuck! Nein! Scheiße, er ist in Probleme. Wir müssen ihm helfen. Oh, kacke. Oh, okay. Ich muss die Kleine weglegen. Ich muss die... Ich will ihm helfen, aber das ist scheiße. Wir können nicht. Oh, okay. Oh, damn. Ich hole die Tür. Ah, Gott. Okay. Du bist okay? Ah, ja. Du hast geöffnet deine Schmerzen geöffnet. Du schweigst. Oh, scheiße. Es wird infectiert. Wir müssen ihn innen. Schrauben ihn. Kinney, wie ist die Tür gekommen? Ich arbeite. Ich arbeite. Ich arbeite. Wir arbeiten schneller, würde ich? Es wird nicht lange bevor die Dinge außerhalb herausfinden, woher wir sind. Du wissen, sie können schmerzen. Keine Blut. Frau, ich bin nicht derjenige, der schmerzt. Hörst du es! Ich werde mehr von ihnen auf uns bringen. Ich werde sehen, ob ich einen Weg in finden kann. So, okay. Ich möchte am liebsten Benn jetzt erstmal in ihr schlagen. So, warte mal. Hier können wir... Können wir den Namen reinstellen? Ja, okay. Können wir nicht. So, warte mal. Ein Bronin? Oh, ein Grab. Nee. Ein Bronin, sagt er. Nee, Grab ist nicht gut. Aber was? Was wurde da vergraben? Wahrscheinlich nicht ein Hund. Oder? Oh, du isst gerade was schönes. Was schnabelst denn gerade? Äh, breteln. Oh, schön. Schön, 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 schön. So, wir... Ah, hier. Ein Sparten. Ein Sparten. Der bringt's. Kann man auch gut als Waffe nicht. Na, ich würde jetzt erstmal kurz... Ohne buddeln gehen. Aber meinst du, du findest da... Okay. Na, wer weiß, was da vergraben wird? Ich hoffe Waffen. Hm. Was ist denn noch? Macht er nicht? Ja, da muss... Ja, genau. Oder? Oh, okay. Wir müssen erst also rein. Hm. Danach können wir buddeln. So. So. Ich spreche jetzt mal mit Absicht mit Cam. Und versuch mal erstmal... ins Haus zu gehen. Okay. Wird er niemals durchstoßen. Jetzt probieren wir das hier mal. Aber im Sparten, was willst du denn mit dem Sparten machen? Na, viel interessanter ist unten die Klappe. Die Hundeklappe. Kann man die nicht irgendwie anderweitig, äh, aufmachen? Also ich mein, da ist ein Sensor dran, der ist rot. Ja, okay. Cool. Der Hund ist verbuddelt. Und wir brauchen wahrscheinlich... ...den Chip. Ich habe es bereits gehalten. Das ist auch Locked 2. Wer hat die Hölle von einem Locked-Dogge-Door gehört? Ich habe. Mein Nachbar ist nicht nur so wie das. Es ist radio-kontrolliert. Der Hund hat eine Klappe mit einem Chip in es. Also die Tür öffnet nur, wenn der Hund nahe kommt. Oh, shit. Jeder Tag ist ein Schulzeit. Okay, also... Wo ist der Hund? Wahrscheinlich. So. Schwubbidiwub. Schwubb. 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 Katül. Hey, bemerkbar. Tote Tiere haben wir tatsächlich... Ich glaube ich so ja nicht bei Walking Dead, wa? Ich wollte gerade fragen, ist das ähnlich wie bei Resident Evil? Nee. Also... Nicht laut Fernsehserie. Sagen wir mal so. Okay, okay. Oh, oh. Warte, warte. Warte, warte. Und sitz mit Krista und Oni. Okay? Aber ich will... Mach nur was ich sage, okay? Ich weiß nicht. Äh, aussieht nicht. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. Soll ich die so doll bevormunden? Eigentlich ist ein kleines Kind. Irgendwie. Theoretisch mystik. Oh, Gott. Der Schuch. Naja, gewisse Sachen... Muss sie ja nicht immer sehen, oder? Also... Naja, naja. So. Take it. Ich kann es nicht weg. Oh! Okay, das ist nicht cool. Oh! Okay, ich glaube ich jetzt gut, dass Cammy nicht gesehen hat. Ich bin gut, honey. Es ist nur der Schuch. Okay. Ich sage, ich bin gut. Okay? Schwanger? Schwanger? Wie schwanger wäre schwanger? Na, übergeben? Irgendwie. Und er so, bist du sicher, dass nicht... Nein, nein. Schon gut. Okay. Ihr könnt wetten, sie schießt, sie ist pregnant. So, jetzt... Da müsst ihr, glaube ich, wieder Clemmy durchschicken, wa? Wahrscheinlich. Aber das ist ja schon dringend für Clemmy. Gott sei Dank! Also, ich würde auch fast sagen, ne? Jetzt gucken. Siehst du irgendwas in da? Nein. Sieht so, dass es seit ein paar Zeit ist. Ah, es wird lauter. Du weißt, was du machst, mach es schnell. Okay, lass mich sehen, ob ich da in da rechnen kann. Sei vorsichtig, Mann. Ach so, er versucht jetzt von außen immer nur die Tür zu öffnen. Äh, ja genau, von außen. Lass mich versuchen. Ich denke, ich kann... Ach, Mann. Clemmy. Clemm, was ziehst du da? Okay. Die kleine tapfere Maus. Ta-da! Ta-da! Gut, Clemm. Ja, da muss man auch mal... Na, da muss man auch mal... Ne, da muss man auch mal eine kleine Tür tun. Na gut. Na gut wäre auch, wenn da Medizin oder Munition oder irgendwas eben halt noch so zum, ne, aufrüsten da ist. Das ist ein... Das ist ein... Ja. Das ist... Das ist ein... Ja, Babe, komm, ich, ich, also ich komm mal raus, ich sage, du bist schwanger. Ja, man soll ja ehrlich sein. Ich würde mal interessieren, wie groß ist das Wort Savannah? Ist das so ein kleines Nest oder eine bisschen größere Stadt? Ich sage mal, vielleicht wollten wir uns helfen. Whoever that was on the radio, I think they were trying to help us. They did want us to name you. Maybe one, but whoever it was, they're watching us. Hm, okay. And they don't want us to know, who they are. I can't think of any explanation for that, that would make me feel better. Can you? Hm. Ach, yeah. Holen wir uns erstmal alles. I think we could all use a little time to rest up and gather our thoughts, Kenny. Was, mit Chuck? Ach so, äh, der mit dem gebrochenen Bein, meinst du? Nee, Chuck is the best feel better quick. Der Penner. Ach so, Chuck is, Chuck is weg. Chuck is, Chuck is, Chuck is, fuck, Chuck. Ja, leider. Hm, ich glaube nicht. Ich glaube, der lebt noch. Der alter Hund. Einzel? Okay. Du und ich, wir werden die drüben. Lee, du hast hier. Möge sicher, dass du alle drüben bemerkst. Entschuldigt? Okay. Kann ich mir helfen? Was, wenn es noch ein drüben drüben ist? Ich glaube, dass du genug genug bist für einen Tag, kiddo. Warum nicht nur sehen, ob Kristin und Omeid etwas brauchen, okay? Okay. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist klar, das ist jetzt nicht geil irgendwie und wäre auch jetzt nicht mehr in die erste Wahl, aber. So, vielleicht ist ja noch ein Hamster an der Mikrowelle. Einfach auf Start gedrückt. Ich dachte, so. Das ist einfach, komm, nochmal kicken. Vielleicht ist ja noch ein heißer Kakao drin oder so. Wer weiß. Mein Duck, Walter. Oh Gott. Walter geht jetzt nicht mehr so gut. Ja, sieht auch sehr leer aus hier. Ich würde sagen, das Ding ist hier schon geplündert, oder? Ja. Softes Hundefutter. Tja, das wird wohl auf eine schöne Portion Padpadfiale rausgerufen. So. Okay. Gucken wir uns mal um. Ja, oder das ist wieder so ein Resident Evil Mechanismus. Finde A und B und dann so ein Geiger. Ja, aber wir können doch trotzdem mit irgendwie. Wir können doch tauschen oder irgendwas. Vielleicht. Sieht sehr schrecklich und schwer. Ich glaube, dass ein Tisch keiner mitnehmen kann, dass das Ding zu weit entfernt werden kann. Wie ist es gekommen? Beschissen. Um es mal ganz salopp zu sagen. Ganz schlecht. So, hier haben wir noch einen schönen Rembrandt. Ach. Schön. Nicht genau mein Stil. Kennt man sogar. Ach du Scheiße. Ja, das ist auch wichtig. Ein Klo und Klopapier. Sehr heiße Klopapier. Ein viel zu unterschätztes Utensil, Mann. Der Apokalypse. So, hier haben wir noch eine Tür. Ach du Scheiße. Ich würde mal erstmal die untere Etage checken. Okay, go in. Jesus. Okay. Was, was ist passiert? Es ist nichts. Nur nichts. Was ist denn das für eine? Echt? Eine Doppelflügeltür für eine Absteckkammer? Das ist aber doch eine Lützchen. Kann man machen. Kann man machen. Okay, okay. So, hier würde ich jetzt nochmal kurz schauen. Diese Haltung geht es mal. Ich gehe in. Oh, ist aber dunkel. Junk. Oh. Okay. Unten ist die Luft erstmal rein. Na, hat das Ding jetzt auch noch einen Keller? Ja? At least, bis es kliert sich draußen. Gut. Danke. Hm. Ist er okay? Ja, für heute. Aber ich bin wirklich Angst, dass sein leggekrieg hat. Ich glaube, dass du keine Meds aufgerissen hast, während du herumschraubst? Das kann man auch erstmal aufkippen. Ich fragte nur Clementine, ob sie weiß, wer der Mann auf ihrer Radio ist. Es ist okay, honey. Du kannst uns erzählen. Wer ist er? Was will er? Geh her, Clem. Es ist okay. Du bist nicht in Probleme. Es ist nur ein Freund. Ich glaube, er will uns nicht hören. Was hat er zu sagen? Was hat er zu sagen? Was hat er zu sagen? Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Eltern gefunden habe und dass sie in Savannah waren. Er sieht wirklich gut aus. Ich glaube, er will mir helfen, sie zu finden. Clementine, honey, trust me, das ist nicht was er will. Er... Lee? Oh, Ben, was ist los? Lee, du musst hier jetzt aufkommen. Was ist los? Es ist Kenny. Äh, was? Kenny? Er hat ihn nicht schon wieder gemacht. Kenny hat gesagt, dass er etwas gehört hat. Er ging um zu schauen. Er ist da oben? 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 Der Junge hat da Schiss ohne Ende. Er traut sich doch nicht. Na ja, vor allen Dingen ist das halt hoch. Ich meine, überleg mal, was Kenny für Schicksalskollege jetzt reingekriegt hat. Erst hat sich die Frau erschossen und dann musste es das Kind erschießen. Also... Ich... Na... Was ja überhaupt noch einen Meter läuft, ist überhaupt ein Wunder. Kenny? Kenny? You okay, man? Naja, was für eine Frage, ey. Oh, Jesus! Was zur Hölle ist das? Oh mein Gott. Ah, du Schande. Ach, du Schande. Ach, der Sohn. Ach, der Sohn. Ach so aus der Familie. Oh. Mhmmm. Er hat aber wahrscheinlich Ähnlichkeiten mit seinem Sohn. Mhmmm, mit Duck. Mhmmm. Ah. Das sieht aus wie Duck, nicht? Es ist nur ein Kind. Was zur Hölle hat mit ihm passiert? Es gibt nichts an ihm. Ich glaube, er sollte hier wegschrauben. Er ist tot tot. Jesus Christ. Ich weiß nicht, ob ich ihn dazu zwingen sollte. Ich weiß nicht, ob ich ihn dazu zwingen sollte. Ich weiß nicht, ob ich ihn dazu zwingen sollte. Nicht, dass das nachher noch mal relevant wird, dass er was kann. Aber ich möchte ihm nicht zumuten. Ob wir das selber machen, oder ob wir hätten einfach gehen können. Also, war das ja die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, lass uns gehen. Naja, aber du kannst ja jetzt halt nicht... Oh Gott, okay. Ich hätte versucht, hier zu schlafen, bis er zu sterben war. Das hätte Clementine gewesen, wenn ich sie keine Idee gefunden hätte. Mach's mal... Also auf jeden Fall nicht mit der Waffe, weil Waffe ist halt zu laut. Lautstärke ist genau richtig. Na, mit dem Fuß? Oh, weiß ich nicht. Ja, aber Fuß ist mir ein bisschen zu makaber. Ich meine, das ist halt ein Zombie. Das ist halt kein Kind mehr. Das ist halt ein Untoter. Muss man die Globalianz klar so sehen? Das gibt doch noch in die Fresse, Alter! Schwierig. Ja, mach den jetzt ein Ende, Alter, löst den! Ich muss... Ja, trotz Comic-Stil wirklich... explizit. Wir müssen ihn verraten. Jetzt hör auf! Wir... jetzt nie! Nein! Zu dem Hund oder zu Walter zusammen? Ach Gott! Zu Walter wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, jetzt siehst du da... Man hat ein Wohnzimmer jetzt lang, oder wird? Ja, das würde er jetzt hoffentlich nicht machen. Also, er würde jetzt nicht dran vorbeilaufen bei Clementine und sagen, Hier, guck mal! Wie wir noch gefunden haben und... Und... Ist das scheiße. Aber wird auch nicht leichter. Wird nicht leichter. Irgendwie. Das ist halt... Sind schon echte Dinger in die Magengrube hier. Irgendwie. Man kennt den Jungen jetzt nicht, aber so das Schicksal ist schon... Echt finster, ey. Ja. Oh. Nee. Ach, man, ey. Ach, man, ey. Ja, die muss nicht mehr dann. Ja. 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 Jetzt noch. Na, was... Willst du jetzt... Willst du loslegen, oder was? Also... Sollen wir uns den jetzt noch angucken, oder was? Ich hab keine Ahnung, wer so... Sollen wir jetzt noch was mit ihm machen? Noch? Oh. Nee. Okay, okay. Okay, also wir schauten sich einfach was an. Aber warum? Weiß ich nicht. Ich möchte das auch ehrlich gesagt nicht irgendwie. Das ist schon... Zieht schon viel zu doll runter, irgendwie. Tja. Naja. Naja, fahrt sich halt auch wahrscheinlich auch so okay. Hätte er wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass er... Alter. Es wurde aber zelibriert hier. Dass er dazu jemals in der Lage war, wahrscheinlich halt das zu beenden. Naja, das ist ja trotzdem... Sieht ja trotzdem den kleinen Jungen wahrscheinlich an ihm. Alter, es ist aber auch vollkommen... Mann, ey. Wow. Wer bist du denn, Alter? Zombie? Ernst kein Zombie. Okay. Ich mach dich kalt. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Leigh. Was ist passiert? Was? Also, ich... Folge mal weiter... Die... Die Linie irgendwie... ...hundertprozentige Ehrlichkeit. Mit der Gruppe. Also, ich geb nen Tipp ab. Es war n Mann. Weiß ich nicht so richtig. Lass uns mal erst mal nach oben gehen. Also, wir müssen erst mal... ... kurz mal durchschnaufen und mal... ... so wir jetzt zu kaufen kommen. Ammo? We should make sure there's nothing here we can use before we move out. You search it if you want. I'm done with this house. We came to this city to find a boat. And that's just what I'm gonna do. Maybe it's not such a bad idea to check the place one more time. I said I'm done with this house. Ja, kann's ja sein. Aber wir noch nicht. Meine Fresse. Ruhig dich. Ja, Kenny. Trotzdem. Wir können es beide tun. Ben. Du nimmst einen letzten Blick rundherum. Du nimmst etwas, das sinnvoll ist. Während ich und Kenny gehen nach dem Meer, um uns ein Boot zu holen. Warte. Kann ich nicht kommen? Meine Mutter und Vater können nicht weit entfernen. Vielleicht können wir sie mitnehmen oder hier lassen? Na, nimm sie lieber mit. Weil dann weißt du, du kannst sie mit nichts beschützen. Konnte, konnte ich gar nicht, tatsächlich. Achso. Schau da. Also. Ich glaube nicht, man konnte es jetzt schlecht lesen hinter diesem Hintergrund. Hey, keine Ahnung. Ich werde zurück, bevor du es weißt. Okay? Okay. Die Sonne fangt. Ich werde meine Geräte holen, dann gehen wir raus. Komm, Clem. Lass uns mal sehen, ob Omeid etwas braucht. Aber ich bin ehrlich, ich traue ihr mehr als ihm. Keine Ahnung, Ben. Aber ich fühle mich sicher, wenn du hier wartest. Wie soll ich nicht Ahnung davon nehmen? Was bin ich? Eine Liability? Alter. Du hast jetzt gerade nicht mit Mut geglänzt. Hey, das ist großartig. Danke viel für die Votation. Die Votation ist erzielt, Ben. Und du hast einen langen Weg zu gehen, um deine zurückzahlen zu bekommen. Ja, ich denke auch. Das ist ein Ding am anderen gelästet hier. Ja. Ja, ich fühle dich. Die alte Bratkartoffel. Zuerst mit dem versteckten Zeug da beim Hotel. Wo er dann nicht gesagt hat, dass er es war. Ja, jetzt die Medikamente an die Penner eben. An die Madino. Dann noch Clemmy. Einfach zurückgelassen. Bei jedem Ladescreen bist du kurz weg, ey. Krass. Ja, ja. Das ist, äh... Das, äh... Das, äh... Das breaks all the together here. So, aber scheinbar sind wir wirklich an so einem kleinen Küsten-Städtchen irgendwie. Weil in Körscher und Möwen. Möwen. Und suggeriert uns, wir sind am Meer. Oh, nicht aufteilen. Ja, ich wies, ich wies ja, Junge. Aber wir müssen. Das Spiel verlangt es. Ja, wobei ich hätte auch wie du wahrscheinlich Clemintay mitgenommen. So einfach aus Sicherheitsgrund. Ich trau keinem von den anderen Pappnasen. Außer uns selbst. Ich trau doch nicht mal Kenny. Naja, Kenny ist halt jetzt instabil irgendwie. Ich meine, gut. Er hat zwar jetzt auch den Plan, okay, Boot und weg irgendwie. Und ich glaube, bis dahin funktioniert er auch. Aber darüber hinaus? Ja. Ja, doch auch schon in anderen... Also in anderen Situationen hat er doch auch nicht das gemacht, was er sollte. Hey, äh... So, äh... Wollt ihr darüber sprechen? Über was? Über was, was da hinten passiert? Im Atto? Nein. Ja, er ist halt wirklich nur noch jetzt, er ist fokussiert. Son of a bitch, that bastard is fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Ja, jetzt. Nicht schießen. Lass uns ein. What in the hell is going on? I don't know who the person ringing that bell might be doing us a favor. Whatever man, I find whoever is doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Ja, chill mal irgendwie. Ich glaube, der ist tatsächlich jetzt ja nicht unbedingt unser Feind. Es könnte aber auch sein, dass der jetzt die anderen dahin lockt, wo jetzt unsere anderen Leute gerade sind. Nein, das war ja eine andere Glocke. Achso. Okay, okay, okay. War ja nicht die... War ja nicht die eh eine Glocke. Was? Wir raten keine Bohne mehr? Ach du Scheiße. Es muss ein Boot sein. Es muss sein. Es muss sein. Ohhhh. Bist du sicher über das? Es sieht nicht so aus wie ich. Vielleicht müssen wir beginnen zu denken über Plan B. Hm. Das ist der Plan. Es ist der einzige, den wir haben. Und du schlappst ihn vor allem, wie du in der Haus warst, das ist nicht genau zu helfen. Ich schraue dich. Ich habe es nicht so einfach. Ja, was willst du ein Boot bauen oder was? Hm. Wie willst du es da rauskriegen? Du musst dich richtig sein. Ich habe gesagt, es könnte sein. Ich habe gesagt, es könnte sein. Gib mir einen verdammt. Ich bin ein Fischen Captain, nicht ein Miracle Worker. Hm. Ich werde es herausfinden. Du schaust weiter nach der Wasserfront. Vielleicht gibt es etwas an der anderen Seite. Ich glaube, wir sollten nicht zu weit entfernen. Wir müssen nicht. Wir sehen das Teleskop? Du kannst sehen überall nach der Wasserfront von hier. Mal gucken, ob jetzt der Stievi was schönes entdeckt. Schöne Boot. Oder Zombie. Warum steht da überhaupt Stay Out? Ach du Scheiße, Alter. Dahinter sind doch irgendwelche Leute, die sich doch verbarrikadiert haben, oder nicht? Also eine andere Troppe. Ich habe noch einen Quartner für dich. Ja. Prach doch mal, ob die noch so einen Quartner für dich haben. Genau. Das sind mal 25 Pfennig für mich. Was ist das? Was ist das? Eine Warnung? Ja. Mach etwas so. Kann man sagen. Ach du Scheiße. Die Arme sind ein bisschen... Oh Gott. Die Arme sind ein bisschen... Oh Gott. Okay. Okay. Also ich möchte ehrlich gesagt nicht auf den feuern irgendwie. Nee, aber warum auch? Also macht ja eigentlich gar keinen Sinn. So, hier kann ich nicht rennen laufen. Hier ist doof. Da kann ich nicht lang. Verdammt. Kann ich hier... Warte mal... Da... Da kann ich lang laufen. Okay. Okay. What the hell are these markings? They're all over the place. Okay. Schauen wir mal hier rein. Hast du nicht gerade noch gesagt, wir sollen nicht so weit von Kenny weg oder so? Na ja, ja. Aber ich muss ja irgendwo die 25 Cent auftreiben. A, A, J. Überall hier. Können sie militärisch eingestellt werden. Aber was bedeutet sie? 2, 1, 1. Okay. Guck mal, da hast du ja bestimmt ein Quartier. Finde ich. Oder Kenny um Geld anhauen, sagt der Junge. Siehst du? Wär auch noch ne Idee gewesen. Ja, das wäre zu einfach. Vielleicht hätte der Kenny noch ein bisschen Kohle. Ja, warte mal hier oben. Können wir eventuell... Aber hier oben. Es muss ja Wochenende, um alle diese Fenster aufzuhalten. Ah, okay. Na gut. Geht mal kurz zu Kenny. In der Hoffnung, dass er ein bisschen Penunsen für mich hat. Hast du ein Quartier an dir? Ich habe nicht viel Verwendung für kleine Veränderungen in diesen Tagen. Vielleicht kannst du einen auf der Straße irgendwo finden. Okay, schade. Sehr schön gewesen. Oh, im Auto? Kleingelt? Hm? Also ich habe im Auto zum Beispiel öfter mal kleingelt. Ah, warte. Hm. Jetzt mag der Ritzen um Popeln. Jetzt mag der Ritzen um Popeln. Ha, ha, ha. Hm. Scheiße. Hast du noch beim, beim Zeitungsstellen hattest du noch ne Auswahl? Hm. 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 Könntest du mir auch was nehmen? Ah. Na, können wir doch hier mit dem Fresh raufhauen. Wack. Lack. Gar kein Problem für mich. Okay. Okay. Was? Sieht hell aus? Sieht heil aus. Sieht heil aus. Sieht heil aus. Jetzt nicht mehr. Ist doch gar nicht so leise. So. Das ist alles nur für ein Quartal. Hm. 20 Cent. So. Na dann. Schauen wir nochmal. Fuck! Was ist mit dem Boot? Es wird nicht funktionieren. Hull ist hinter der Wasserlinie. Wenn jemand die Batterie ausbreitet. Du kannst es nicht fixieren? Ja. Nein, vielleicht. Was ist das? Ein Glück besser als die Tod. Mhm. So. Dann schauen wir nochmal durch hier. Abandone. Wie jedes andere Ort in dieser Stadt. Ja, das ist so schön. Keine Anzeige von den Booten unten. Okay. Jetzt ist nichts. Ein Steg. Begleitere Dachs. Keine Booten. Keine Booten. Hm. Kaputtet. Ja, ich glaube da ist... Ich glaube da haben wir... Ja, genau da hinten. Da! Da ist bestimmt mein Boot. Da ist bestimmt mein Boot. Okay. Okay. No way that one salvageable. No way that one salvageable. Beim... 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 Beim Mast. Also wenn du nochmal ein bisschen nach links gehst, kannst du... Ist da irgendwie noch ein... Ne, okay. Wider nur sein kann, dass da noch irgendwas hängt oder so. Als Hinweis. Das ist mir leider nicht. Nichts. 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 Hm. Würde ich sagen. Nichts. Nichts. Harbour. Guck mal. Auf. Okay. 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 Lass mich raten, der klettert jetzt da hoch und geht in sein Versteck. Wir haben keine Probleme bekommen. Ja, aber es gibt einen Weg zu finden. Schau, das könnte aus dem Radio sein. Der, der uns mit uns beschäftigt hat. Wenn er ist, dann können wir uns jetzt ein Ende setzen. Okay, du gehst nach der Straße. Ich gehe nach der Seite und schaue deine Flanke. Wir kommen auf ihn zu kurz. Überraschung. Du willst nur mit diesem Mann sprechen. Oh, wir werden sprechen. Bann dich doch mal, Kenny. Ich glaube, das wird nicht so. War gut. Oh. Ei, 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 ei. Scheiße. Das ist ein Mädchen. Krass. Nein! Clam? Bitte, nicht ihn zuhör. Schau ihn! Wo ist Kenny? Warum hat er nichts gemacht? Außer, dass er da sitzt. Du bist nicht von Crawford. Was? Cindy? Was? Oh, jetzt, jetzt. Alter. Jetzt brauchst du ihn auch nicht mehr. Kenny, nicht! Das war laut. Nein! Er ist mit uns! Scheiße. Was? Wer ist denn? Wer ist denn? Wer ist denn? Ich habe dich erst gefragt. Der Name ist Molly. Molly? Hm? Ich bin Lee. Das ist Kenny und Clementine. Wir suchen keine Probleme. Hi. Tja, ohne Clemmie wären wir jetzt wieder dort wahrscheinlich. Ich hätte das Platinum. Das stimmt. Oh! Oh! Nee, eigentlich nicht. Okay. Some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive. Stop the dead getting it. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero-tolerance policy for anyone who won't, or can't, live by their rules. So, how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. Was bedeutet das? Keine Kinder? Warum nicht? Keine Kinder, keine Kinder, niemand mit einer Medikamenten-Kondition. Keiner kann auf die Gemeinschaft sein. Crawfords ist alles über die Überleben der Beste. Das ist das, wie sie überleben. Während der Rest des Welt um sie herum. Jesus Christ! Naja, wahrscheinlich schauen wir gerade auf die. Oh fuck. Fuck me. Ja, jemand, der krank wurde, jemand zu alt, jemand zu alt, jemand, der wusste, nicht zu stark genug, um zu überleben. Zu ihnen, diese Leute, die nur zu spätten, um 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 zu spätten. Eine Drain auf ihre preciousen Ressourcen. Oh shit. Warum kennst du das alles? Jeder in Savannah wusste, was passiert ist. Was passiert in Crawfords wurde, wie eine Geschichte von Ghost. Nur diese, das war wahr. Hm. Ja, bring die da weg. Ja, wer hat die Glocken, Leute? Ah, nein! Wollte ich gar nicht machen. Mist. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, sie wird mit den Glocken auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Ich weiß, was sie hat die Glocken auf die Glocken auf den ganzen Ort. Ja, das wäre ich. Ja, ich weiß. Ich wusste, sie war die, die uns folgen. Ich geh die Hände weg, Schmuck. Ich schreib diese Hände weg, Herr Papier, bevor ich sie auf die Hände auf die Beste. Ich habe nicht folgen, ich weiß nicht, wer die Leute sind. Ich weiß, was du bist. Ihr solltet uns auch... Ihr solltet euch doch echt irgendwie mal verpissen. Das ist halt ein Schuss, die Feinden. Also, nee, wird erstmal ausgescootiert. Nur ist hier... Macht man so. Ja, du weißt, wie am Karneval? Sie essen nichts, live oder tot. Das ist ziemlich smart, die Bellen. Es dauert viel viel, wie die Möge. Du musst einfach schnell gehen. Gehen in und raus, bevor sie wieder zurückkehren. Schau, ich frage euch Leute wieder. Sie sind nicht von Crawford, also wer sind Sie? Was machst du hier? Wir versuchen nur zu überleben, gleich wie du. Und die einzige Weise zu überleben ist, indem wir auf einem Boot und rauskommen hier rauskommen. Ja, gut mit dem Boot. Aber jemand mit einem Boot aus dem Boot rausgebracht hat, als die Leute zu essen haben. Und diejenigen, die hinterlassen wurden, Crawford stripped ihn für Fahrzeuge. Fahrzeuge, auch. Es muss da sein. Wenn es da war, denkst du, dass ich hier noch sein würde? Ich bin über jeden Inch von der Stadt. Das ganze Ort ist geschlossen. Missed an. Goddammit! Fuck! Hey, moron! Wollt ihr aufhören? Ah, shit. Und... Da sind sie... Ja, genau. Ja, sie macht zu viel Klemme. Wer ist jetzt nur Kenny und Lee, dann... Vorbei, vorbei. Ja. Kenny wieder vorbei. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, und als erstes geht Kenny jetzt. Oh, 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 schnell. Lass mich nicht überfallen, alter. Doch. Shit. Ich kletter auf den Mülleiwahn. Schnell. Ruf da an. Lauf nicht. Oh, schieb die Hütte, Mann. Oh, nicht doch. Oh, Lee, man sagt mal rein. Und jump. Come on, Lee. Get your ass out of there. Oh, hebe man grün die Decke mit Fingern ein, alter. Here, use that to hide open. Oh, oh. Prost, jetzt hier und zack, rück, rück, los. Na! Oh, Quicktime Steam. Ah, shit. Na, 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 na. Was ist dabei? Was ist denn Rinder? Oh, na, na, na. Ernstchen? Knappisch. Oh. Als ob die nicht da hinterher springen. Oh Gott. Oh, Mann, alter. Ja, wie. Ja, wie. Wie nass hat Obst, alter. Okay. Jetzt kommt. Clementine. Kannst du mich hören? Oh. Oh. Ich will dich dort treffen! Ich will nicht sagen, dass Kenny irgendwas mit der Molly macht und... Ja, ist so, dass Molly ihn einfach abknallt. Zum Beispiel. Oder zusammenschlägt. Ja, genau. Also du siehst ja, Molly hat ja jetzt auch Clementine gerettet. Ja, die hätte uns wahrscheinlich gar nicht gerettet, wenn Clementine gar nicht da gewesen wäre. Ja, wir wären tot. Die hätten uns ja am Anfang schon irgendwie... So, schön, schön hier. Vielleicht treffen wir ja die Turtles. So, was haben wir hier? Ah, klassischer Resident Evil-Rötsel. Da brauchen wir ja natürlich erstmal... Merat. Oh, scheiße. Das ist bestimmt da in der Mitte von den Leuten. Oh, scheiße. Erstmal wegspülen. So, kann ich jetzt hier nicht einfach hin? Oh, 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 los! Ja, ja, ja. Oh, kannst du drehen? Okay, falsche Richtung. Aha. Ja. Durst! Durst! Achso, ich dachte, der geht duschen oder so. Shit. Ja, das ist jetzt auch keine geile Ecke da irgendwie. Flupp! Aber vielleicht hätte ich erstmal zudrehen sollen. Oder? Weiß ich nicht, meinst du ja... Der andere geht dann weg? Der... ...voron steht? Na, jetzt steht er erstmal da. Also, ich würde jetzt nicht rauskommen. Und ich glaube auch nichts, um den irgendwie zu Stealth killen. Ah, aber der zieht ja da hinten wieder weg. Ah, aber du kannst das Rad trotzdem noch abdrehen. Ist okay. Na, dann schauen wir mal. Vielleicht müssen wir da nach hier nochmal hin. Kannst du nicht hinten weiter lang? Also, jetzt hier... Nee, das ist ein Gitter. Ja, und jetzt nach links aber. Ah! Okay. Das sah aus wie ein kleiner Mini-Durchgang. Ah, okay. Könnt laut werden? Ach, der ist... Okay. Tja. Schauen wir mal. Oha, okay. Sind... Also, mal blöd gesprochen. Bei Walking Dead sind die Viecher eigentlich wirklich blind und... Also sind die blind? Also... Also... Theoretisch... ...dürften ihre Augen nicht mehr funktionieren. Sie... Sie sehen dich trotzdem. Sie nehmen dich wahr. Von ihr Ruch her auch. Ja, okay. Geruch und Lärm. Genau. Das heißt, wenn ich mich also anpasse in der Kanalisation, sprich mich da drinnen in dieser Suppe wühle, um meinen Duft zu vertunschen, würde ich mich leicht... Das ist ja tatsächlich auch schon... Genau. Das ist ja auch schon mitunter, äh, benutzen die das in der Serie ja als Strategie, ne? Dann beschmieren die sich mit dem Ganzen die Schlabber und laufen dann durch. Genau. Und werden dann quasi nicht von den anderen wahrgenommen. Nein. Das war jetzt nämlich meine Frage. Genau, genau. Okay, okay. So. So. Na, dann spül den Unrat weg. So. Okay. That's it. Ja, aber jetzt kannst du wieder zurück, weil jetzt hast du ja den Weg freigemacht und... Nein! Nein! Hast du ihn gesehen? Nein! Was? Was? Wie? Ich hab niemanden gesehen. Weil er fachack! Oh Scheiße! Oh na, war na. An die Wiese! Chack! Ne, Wiese oder so. Ja, ich glaube, es war schack. Ich bin mir sicher, dass er schack war. Ja, die gehen erstmal hin und wollen alle eine Runde duschen. Ja, erstmal sehen sie erstmal alle aus wie... Studenten. So College-Jacken und so. Oder meinst du, dass der da Chuck ist? Oh Gott, das ist wirklich Chuck. Oh Gott! Oh, der hat eine Kanone. Oh, jetzt von hinten so, mit der... Oh, 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 uh. Das ist ja fies, Alter. Das ist ja fies. Das. Nja, 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 nja. Und jetzt ganz schnell nach vorne und kipp ihm. Sehr gut. Knapp. Oh Mann, Chuck. Oh, scheiße. Also ich hätte jetzt gewettet, dass du das nicht so hinbekommst. Wisschen mehr Vertrauen bitte in dich. Ja, ist okay, ist okay. So, aber ich sag mal, so ein Steigeisen hält ja auch nicht ewig irgendwie. Das ist ja auch relativ leicht. Das ist ja nichts am Hebeln oder irgendwas gedacht. Ja, aber vielleicht finden wir ja was anderes. Ah, das ist nur ein Sein. Das ist nur ein Sein. Okay, gut. Können wir so rein? Das ist aber Mist. Können wir noch nicht mal hinschauen. Okay, gut. Vielleicht ist in diesem Amazon-Paket etwas drin. Nein. Kaputter later. Tja, das Murks. Vorne irgendwas. Also wir brauchen was zum anscheinend aufhebeln, ne? Also, oder? Warte, what can we take? Das ist vielleicht doch nochmal, warte mal, probiert man doch nochmal mit dem Steigeisen. Nicht, dass er jetzt einfach los. Ja, einfach, dass er vielleicht nur einen zweiten Anlauf braucht dafür. Ach, Mann. Ach, Chuck. Hat er nicht verdient. Aber Hirosh hat er, er hat Clemmy gerettet. Muss man ganz klar sagen. Wie hat er das versucht? Er hat keine Barsch. Nee, macht er nicht. Mach's, Barsch. So, kann man das hier wegreißen, irgendwie. Äh, haben wir noch einen weiteren Gang, den ich gerade noch gesehen hatte, irgendwie? Also hier vorne nicht. Nee, aber wenn du jetzt hier in den Tunnel gehst und, und jetzt nochmal so dich jetzt hier rechts hältst. Da, da ist das da so ein Gang oder ist das zugemauert? Okay, kommst nicht rein. Gut. Komm mal in den Tren. Komm schon in den Tren. Komm schon. Okay. Okay, komm auch nicht mehr rein. Okay, können wir dann kommen jetzt zu. Also wir müssen anscheinend hier die Lösung der Forderung vorfinden. Ja, okay, aber wir haben jetzt nur die kaputte Leiter. Äh, können wir mit der, also bis auf uns angucken, können wir noch mit der irgendwas anderem machen? Tja. Also wir müssen jetzt auch mit dem Steigeisen ran zu kommen, ne? Mal gucken, was er für ne Sprungkraft hat. Bestimmt nicht wie Molly. Molly ist ja nur wirklich, die macht ja Parkour. Als Hobby oder so. Ja? What the hell? Aha! Irgendwas ist doch hier spanisch mit dem Schild. Ich hoffe, er hat das Steigeisen mit eingepackt. Und da nicht liegen lassen. Links siehst du den Elementar. Da hast du noch das Walkie Talkie und das Steigeisen. Ach Chuck. Das tut mir richtig leid an Chuck. Irgendwie. Er war, er war, er war okay. Er war okay. Guter Mann. What the hell? Fallout Shelter? Ja, willkommen in Vault 112. Okay. Oh, jetzt mal Nikashi machen wir. Vor allem auch mit ganzen Vorreden und sowas. Aha. Aber hier sind auf jeden Fall Medikamente bestimmt. Oh mit. Oder auch nicht. Nachher ist das hier Unterstück von Molly. So weißt du? Geheimen Unterstück. Das kann natürlich auch sein. Tür! Ah, guck mal! Lul! Der hinten stand Sauerkette. Wer bist du? Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Ich will keine Probleme. Entspann dich, entspann dich. Das ist aber auf jeden Fall nicht die Crawford-Geschichte. Nein! Nein! Ja, aber das kann er ja nicht wissen, ne? Also... Du kannst ihn nicht glauben, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Schreier ihn in die Hände? Warum nicht? Es wäre mehr als ein Merziger, als jemand von Crawford schon mal gezeigt hat. Denk, Vernon. Was denkst du, wenn sie hier finden, dass wir hier stehen, direkt unter ihren Fett? Verdammt. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Ich kann nicht das Risiko. Schau, wir wollen das nicht machen. Wir sprechen, okay? Was zu sprechen? Du kannst uns nicht sagen, wer du bist. Mein Name ist Lee. Ich bin Historie-Professor. Und ich will nicht sterben heute. Und ich glaube nicht, dass du mich möchtest. Ich glaube nicht, dass du mich möchtest. Oh! Oh! Vernon, was machst du das? Schreier ihn! Nien! Oh, das ist nicht! Es ist okay. Es ist okay. Vernon, was machst du das? Vernon! Entschuldigung. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Du bist wirklich nicht aus Crawford? Nein. Ich bin wirklich nicht. Na ja. Wir sind, oder waren. Wir sind weg, als sie das Ort begonnen haben. Wir begonnen, dass wir nicht die Sicken und die Osten damit die perfekte Survivor-Societie nicht beschränkt werden. Nein. Wir haben keinen Platz für Schmerzen oder Wunschung in der kleinen Master Race. Du bist nicht so alt. Also... Du bist leid? Wir sind leid. Wir sind alle Mitglieder der im Krankenhäuser-Societie, die sich hierher befinden, in der Krankenhäuser-Softal. Wir sind in Bezug. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Wir haben uns bereits fünf von uns vor dem anderen aufhören, und erheblich von ihnen hierherst. Das alte Basement hat seit Jahren verabschiedet. Was ist das? Die Morgue? Ja. Die Ironie ist immer hoch auf meiner Liste, wenn ich einen Ort suchen, um zu überleben. Wie hast du dich hier gefunden? Ich hab dir gesagt, meine Gruppe und ich waren über dem Wasser, um ein Boot zu suchen. Jetzt möchte ich hier raus und ihn wieder finden. Ja. Das System der Bühne, die du durchgebracht hast, läuft all over der Stadt. Das wird dich woher du gehst, wo du gehst. Die Bühne sind wie ein verdammt maz. Hast du eine Chance, dass du mir helfen kannst? Ich würde dir helfen, aber wir haben alle unsere eigenen Probleme. Die zwei unserer Gruppe sind krank und brauchen constantes Wettbewerb. Und ich bin der einzige Doktor hier. Außerdem, warum wir dich helfen müssen? Weil das ist deine andere Option. Wie ist das? Wie ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was machst du? Ich habe mich gesehen, als das alles begonnen hat. Ich habe zu viele gesehen. Wenn er ein Typ für die Verwaltungen macht, hätte er es schon gemacht. Ich kenne dich Bluff. Geh, geh. Nein. Warte, hör auf mich. Nein. Obwohl... Ist, äh... jemand in deiner Gruppe sick? Oder injured? Ja. Ich habe einen Mann, der ziemlich schlecht verholt hat. Aber du denkst nicht wirklich, dass du ihn mit ihm gehst? Ich habe einen O3. Verne, mach das nicht. Bitte. Wir brauchen dich. Keine Warte. Ich werde zurück, bevor du es weißt. Geh. Geh. Ich glaube, Verne wird es nicht schaffen. Ich... Ich wünsch es ihm, aber... Ich... 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 Ich kann es mir nicht vorstellen. Wer ist denn er? Er sagt so Janisch und nickt nur. Das ist die beste Kommunikation. Einfach nur nicken. Jaja, einfach nur. Clementine? Clem? Wie sind die jetzt wieder nach zurückgekommen? Das hat euch nicht besser. Molly? Oh, hey. Du hast es zurückgekommen. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ich glaube nicht. Ich bin derjenige, der auf ihn legte, wenn er mich auf den Rücken versuchte. Wer ist das Fossil? Wer ist Clementine? Wer ist da? Sie ist da irgendwoher. Schmerz dich. Ich habe sie und Kenny beide zurückgekommen. Du bist gut. Ich glaube, du hast etwas, was mir gehört. Tatsächlich ist es nicht schlecht, sie in der Gruppe zu haben. Sehr fähig. Lee, danke Gott, du bist zurück. Christa, was ist falsch? Es ist Omid. Er hat viel schlimmer geworden. Viel schlimmer geworden. Ist das der wunderte Mann, den du mir sagst? Ja. Wer ist das? Das ist Vernon. Er ist ein Doktor. Oh, danke Gott. Du musst uns helfen. Bitte. Ich werde sehen, was ich tun kann. Geh mich zu ihm. Ich würde sagen, nein. Nicht so eine schmucke, lederne Arzttasche, aber ey. Mann, Mann, Mann. Geh das. Oh mein Gott. Du bist gut. Leigh hat einen Doktor. Okay. Schauen wir ihn an. Ich arbeite besser ohne ein Publikum. Ich bin sicher, dass du mehr Dinge von deinem eigenen zu betrachten hast. Okay. Dann ziehen wir das Ding durch. Clementine? Okay. Gucken wir mal. Clementine? Du bist hier? Wo ist sie? Clementine? Aber wo ist sie? Wo ist sie? Oh ja. Clem, du bist hier? Clem, du bist hier? Clem, du bist hier? Clem, du bist hier? Clem, du bist hier. Was machst du? Oh, du weißt. Ich bin nur aufgeräumt. Du findest nichts. Wir haben bereits den Ort gesucht. Du wirst überrascht, was die Leute missen. Verrückt mich, ich habe das schon lange gemacht. Wo ist Clementine? Du fragst mich nicht, ich bin nicht ihre Keeper. Hey. Ich kenne mich, als ob ich in der Lage bin, um sich herumschraubt zu sein. Wo ging sie hin? Letztens sah ich, sie war unten mit deinem Redneck-Friendin, und dem College-Kid, der mit ihnen hängt. Warum gehst du sie nicht an sie? Okay. Gehen wir mal runter. Ja, wo sind die denn? Unten. Jetzt wird mich hier nochmal kurz umsehen. Clem? Clementine? Hm. Achso. Nicht, dass sie am Grab ist, oder wird? Naja, dass sie irgendwie da... ...gerade rumläuft. Okay. Clementine, wo bist du? Der Nimmermord. Der Nimmermord. Das ist krass, er wird langsam richtig panisch. Kelly? Oh hey, du hast es zurückgebracht. Guten Job. Guten Job. Was denkst du, was du machst? Was sieht es aus? Wo hast du die Bottele? Findest du sie? Du willst du sie wieder auf dem Trennen? Weil ich lebe besser, wenn ich blöde bin. Kenny, komm mal. Gib mir das. Kenny, gib mir die verdammte Bottele. Geh die Bottele von mir. Getting wasted ist nicht gonna help anyone. Ja? Well, was ist? Wir sind blöde. Molly sagte, dass nicht ein einziger Boot in Savannah ist. Kein Weg raus. Wir haben Walkers all around uns. Das verrückte Bottele von der Radio mit uns. Hell, wenn es jetzt nicht Zeit für einen Drink ist. Das ist schwierig. Ja, nehm ihn doch die Flasche. Warum hat ihn denn nicht die Flasche einfach weggenommen? Ich muss jetzt mal... ...Clementine finden, ja. ...Kneit dich nicht damit dazu. Man lasst mich doch mit euren Befindlichkeiten in Ruhe irgendwie. Man lasst mich doch mit euren Befindlichkeiten in Ruhe irgendwie. Ich hab' ich gesagt, Clementine zu bleiben. Was könnte ich noch tun? Das ist nicht gut genug. Whatever. Don't give me that whatever shit, just tell me where she is. I think she went out to play in the backyard? On her own? With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She's better towards your ass. Alter. Ei, 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 ei. Clementine! Clementine! Oh, nee, ey. Gehen wir in den Schuppen? Ich glaub da, der ist Schuppen, ne? Maybe? Die Tür sind in Weinten. Ich glaub nicht, dass niemand von da herkommt. Hm, okay. Ich glaub nicht. Hm. Wenn nicht, dass die nachher auf die Suche von uns gegangen ist oder so. Scheiße. Oh, warte mal. Kann man hier hinten in den Schuppen? Ah. Hast du gut gesehen? Na komm, Kimi. Oaa. Wee! Hey, Mädchen? Komm, schau! Schau, was ich gefunden habe! Ich weiß, oder? Okay. Na, Kenny? Sieht so aus. Blut! Ja, symbolisch lässt ihr die Flasche fallen. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir das Boot jetzt? Dein. Das ist eine gute Frage. Die Autos funktionieren ja auch alle nicht. Die Frage ist halt irgendwie, ob man es schafft, jetzt irgendwie mit der Anzahl an Leuten das Ding da hinzuschieben. Die duken über die ganze Strecke? Ist also... Da ist halt die Frage, wie weit das ist, ne? Also... ... Wie weit das ist? Wie weit das kann man erwartet, unter den Umständen. Ich habe das, was ich für ihn konnte. Ich habe die Schmerzen ausgelöst. Aber er hat eine wirkliche Infektion. Er ist in einer Fieber. Ohne Antibiotika, oder? Ja. 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 Ja, ich wusste ja nicht. Auch wenn das nicht müssen. Ja. 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 Es gibt nichts mehr da draußen, du hast das für dich selbst gesehen. Sie ist richtig. Na gut. Wie geht es mit dem Crawford? Es scheint, dass sie alles haben, was wir brauchen. Vielleicht sollten wir da versuchen. Jetzt, warte mal. Wir müssen da versuchen. Wenn es Menschen gibt in dieser Stadt, die noch leben, die noch haben, was es gibt? Was kann es tun? Ich glaube, du kennst dich nicht diese Leute. Ich glaube. Du kennst dich mit einem wunderschönen Mann? Du solltest du eine Nuss auf den Kopf legen. Es findet der MCW irgendwie, den ich sehe, mit dem Waldkommen da nicht liegen. Lang bringt nur nichts irgendwie. Ich glaube, ich könnte uns durchführen, damit wir nach dem Zentrum passen können, wo sie ihre Suppe halten. Wir kommen direkt hinter ihnen, nehmen sie mit Überraschung, nehmen sie, was wir brauchen, und gehen raus, bevor sie überhaupt wissen, was sie haben. Das ist eigentlich nicht die schlimmste Idee, die ich noch gehört habe. Ich meine, es ist nahe, aber ich weiß nicht. Vielleicht kann es funktionieren. Ich habe schon gedacht, das zuvor. Ich habe schon gedacht, aber ich habe noch nie die Leute zu tun. Aber ich denke, wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir es ausführen. Und was willst du in der Rückkehr für all diese Hilfe, die du uns hast? Crawford nicht nur haben, was du für dein Boot braucht. Sie sind auch sehr gut mit Medikationen. Medikation, die meine Leute nutzen können, wie du sie können. Wir können das tun. Wir müssen das tun. Wir müssen das tun. Wir müssen das tun. Wir müssen nach Crawford gehen. Wir müssen das tun. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, du bist, aber ich würde lieber eine Chance machen, und nicht ausführen, als wenn du hier nicht so wirst. Das Boot da draußen ist eine Satsache. Wir müssen nur ein bisschen weiterentwickeln. Du bist in oder weg? We should go tonight under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? It's what gonna be dangerous? Crawford. I can't lie to you, Clem. Yeah, it's gonna be dangerous. But it's the only way to get the things we need to make Omid better. And get the boat working. That's why we have to do this. Do you understand? I don't want anyone else to die. I don't want anyone else to die. I don't want anyone else to die. Sometimes we have to take that kind of risk. I guess I should go get ready. Oh, say what now? You said you need all of us to do this. And you said I'm a big help. Remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Right? Where I'm going, it's just too dangerous. For children especially. You said I'm supposed to always stay close to you. Can't I come with you? Oh, man! Hm. Nehmen wir sie mit, oder nicht? Hm, ich würd ja fast sagen, ja. Okay. Mach mal's. Wäre jetzt auch meine Intention gewesen. Bleiben und tun genau, was du dir gesagt hast, die ganze Zeit, dass wir da sind. Okay. Ich werde bereit sein. Ich glaub, wir können sie besser beschützen, wenn sie bei uns ist. In normalen Umständen würdest du kein Kind da mitnehmen. Das ist vollkommen klar, ne? Irgendwie, aber... Kindheit ist hier ein Luxus. Irgendwie, und... Wer sonst passt dann auf sie auf, hier? Dieser Caddy tut's nicht. Der andere Typ hier weiß ich wie er heißt. Ben. Ben, der macht's auch nicht. Ach, nee. Das sind alles Nasen, Alter. Na, die Ladies wollen. Aber ist ja keine von ihnen da. Ja, die haben so mit Mieten auch da. Hatchet, Hacksaw, ein paar andere Tools. Kann kommen in handy auf diesem kleinen Break-In. Nice. Kann ich euch noch einen Moment reden? Was ist das? Ich habe noch einen Blick auf das Boot. Sie ist eine 30-Footer. So? Oh nein. Es passt nicht rein. So, wir werden ein Kapazitätsprobleme haben. Ein Boot dieser Größe nicht mehr als 5 Menschen. Selbst mit einer von ihnen ein Kind. Ich, du, Clem, Christa, Omi, Ben. Wahrscheinlich, dass jeder es wieder zurückkommt. Das ist immer noch eine zu viele. Selbst wenn wir Molly entfernen. Bevor wir das Schöpfe, bevor wir das Schöpfe, Du bist nicht ernst. Schau. Ich sage nur, wenn wir die beste Chance wollen, Ha. Wer ist das denn? Das ist Brie. Sie können uns helfen. Gut. Wir brauchen all die Hilfe, die wir bekommen. Ich war eine Studie in der Schule, wo Crawford ihre Suppe hat. Ich weiß, das Layout. Und was warten wir für? Lass uns gehen. Ja. Also, ähm. Also, ich habe ja Ben noch auf den Kieker. Halt mal einen Moment. Aber das ist natürlich hart, den zu Opfern jetzt, wa? Ja, aber der ist mir auch eingefallen. Also, genau den hätte ich jetzt auch gesagt. Hättest du nicht gehört, was ich gesagt habe, über den typischen Ort, der Crawford ist? Wenn du sie in dort und sie sie finden... Diese kleine Mädchen ist nicht nur excesses Geld. Sie hat uns mehr als einmal aus einem tiefsten Ort bekommen. Sie kommt. Geh mit sie. Du hast den Mann gehört. Lass uns raus. Ja, siehst du hier. Lebend. Ja, kann natürlich auch sein, dass halt jetzt irgendwie... ... unterwegs noch was passiert. Und sich die Frage sowieso erledigt hat. Das ist es. Wir sind gerade unter dem Zentrum von Crawford. Die alte Schule sollte direkt vor uns sein. Okay, Leute. Das ist es. Erinnern den Plan. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben hidden. Und wir bleiben zusammen. Wir finden, was wir brauchen. Und wir kommen zur Hölle raus, bevor jemand weiß, dass wir da sind. Entstanden? Das wird schief hin. Ich seh's doch schon kommen. Ich seh's doch schon kommen. Ich seh's doch schon kommen. Also ich geb'n Tipp ab. Mein Tipp ist, Ben und Bree werden sterben. Und alle anderen, so wie der Doktor und so, die werden überleben. Und der Doktor verdönisiert sich dann wieder zu seiner Gruppe. Und wir flüchten von Savannah. Ich denke tatsächlich, dass der Doktor sterben wird. Das ist so mein Verdacht irgendwie. Und ich kann mir auch vorstellen, naja, wohl, nee. Ja, nee, ich glaube, der Doktor stirbt. Der Doktor. Wir werden uns wahrscheinlich, wir kommen bestimmt in eine Situation, wo wir uns entscheiden müssen. Irgendwie zwischen ein oder zwei Personen wieder. Hat man ja fast jetzt immer. In jeder Episode. Ja, also wenn, dann würde ich mich auf jeden Fall, falls wir dazukommen, zwischen Ben und irgendwen anderen zu entscheiden, würde ich den Ben nehmen. Weil der hat uns in die ganze Scheißlage auch teilweise gebracht. Da hat's der Maul immer noch nicht aufbekommen, wo das denn war mit der anderen, wo wir da angehalten hatten, die erschossen wurde. Ja, tatsächlich denke ich. Aber dass das Spiel uns diese Wahl nicht lässt, irgendwie. Ich habe fast Angst, irgendwie. Also, weil in der Position würden sich wahrscheinlich alle Spieler dafür entscheiden, Ben zu opfern. Ja. Aber wahrscheinlich werden die sagen, irgendwie, rette den Arzt oder rette die Schwangere. Ich komme gerade auf ihren Namen nicht, zum Beispiel. Äh, Christa oder wie auch immer sie hießt. Ja, Christa, genau. Der Junge schreibt auch gerade, hoffen nur, es wird nicht wieder so eine Truppe wie in Folge 2. Ja, die wird tatsächlich, glaube ich, noch schlimmer sein. Und irgendwie. Achso, achso. Kannibalen werden's hoffentlich nicht. Kannibalen werden's hoffentlich nicht sein. Ja, na dann. Let's do it, ey. Scheiße. Ja. Ja. Hallo. Ich bin so halb geknallt wie die Hasen. Sie jetzt auch schon kommen, ey. Wo ist alle? Es sollten die Gäste, die patroleren. Was? Sind Sie zufrieden? Es ist einfach so strange. Ich denke, dass ich einen da vor der Tür sehe. Okay. Einfach dran vorbei. Sneaken. Der Rest von euch wartet für unser Signal. Dann folgt uns über. Jeder hat's? Okay, Kenny. Lass uns das ruhig machen. Keine Schmerz, wenn wir die Wahl haben. Also ich würde, wenn denn er, betäuben anstelle von tödlich. Weil, dann sind wir ja kein Millimeter besser als die Truppe da. Ja, ne. Wir wissen tatsächlich. Halt hier. Halt hier. Halt hier. Jetzt einfach einen mit dem Hammer. Halt hier. In dein Gesicht, Alter. Okay, den nicht betäuben, aber, ne. Wir hätten's auch ausdiskutieren können, da hast du recht, ja. Scheiße, sind die alle tot in Crawford? Ja, die haben's alle selber nicht geschafft. Die haben sich alle selber umgebracht, oder so. Was ist ein Walker hier drin? Geh rein, schnell! Geh rein! Geh rein! Oh, was, was ist... Was hat denn Chris jetzt schon mal gesehen? Ja, tatsächlich sind mir die Walker aber lieber als menschliche Gegner jetzt irgendwie. Muss ich sagen. Die sind zwar trotzdem gefährlich irgendwie, aber halt irgendwie besser als abpicknet zu werden irgendwo. Also, nicht besser, aber... So, bis zum... Nur Nahkampf. Was, was, was? Er kam jetzt nicht... Mit Sicherheit. Ich hab keine Ahnung, was war die Frage? Ja, ob sie uns gesehen haben. Oh! Hey, ojo, grüß dich! Hey, ojo, grüß dich! Was immer passiert, ich glaube. Im Endeffekt... Die Minder sind immer gewinnen. Oh Mann, wir sind so verabschiedet! Nein! Oh, Schutze! Ah! Er hat recht. Ah, ppp! Wir können mit Walkern mit den Wegwerbern besser als unsere Gäste. Ich verstanden. So lange, dass wir nicht sie uns in lassen lassen, können wir das immer noch machen. Der Plan hat nicht geändert. Der Plan hat nicht geändert? Der Plan hat nicht geändert? Der Plan hat nicht geändert? Jedes Mal die Walkern zeigen, hat der Plan verändert. Hast du überhaupt keine Ahnung, wie viele von ihnen da sind? Nein! Willst du einen Kopfhörer machen? Oder willst du, was wir brauchen, und rauskriegen? Komm schon, ich glaube, ich weiß, welchen Weg zu gehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl darüber. Ich habe ein schlechtes Gefühl darüber. Ben Kenobi. Schön. Ist das eine Anspielung jetzt? Okay, jetzt. X markiert. Die Scheißstelle. Ja. Ja, da fummelt er nicht rum. Lasst es doch einfach so. Geht doch einfach weiter. Ja, genau. Also überall, obwohl nichts drauf ist, würde ich nicht reingucken. Ja. Was ist in der Box? Was ist in der Box? Was ist in der Box? Hier. Was ist in der Box? Ja. 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 Wie wirst du das wissen? Das macht nur Sinn, nicht wahr? Ich gehst auf die Beleidung für die Beleidung. Es wird schneller sein, wenn ich mit dir komme. Ich kann dich direkt herunterladen. Ich komme auch. Nein, zwei Menschen sind genug. Du bleibst hier. Verhalten, ob du einige von diesen Tools gehst, die wir brachten, um diese Armourie zu öffnen. Die können den traversieren uns nicht raus raus zur hole. Ich gehe in die Medizin. Ich komme mit dir. Ich weiß, was man mitnehmen. Okay. Ich glaube, das bleibt mir, um uns eine Batterie zu finden. Ich gehe mit dir. Schau dir zurück. Okay, wir haben einen Plan. Jeder, bemerkbar. Bleib bei uns. Wir werden alle wieder hier, oder Mama? Glückwunsch. Nein, auf gar keinen Fall. Nein! Sie bleibt da nicht... Nein! Nein, das ist bei uns. Was für mich? Was kann ich tun? Nein! Nein! Ich stehe dich mit ihm, okay? Ja. Du verlagst mich mit Ben? Ich werde ihn nicht mit Ben. Ich werde ihn mit dir verlassen. Verstehst du? Oh, okay. Zurück bevor du ihn weißt. Xafid ist da fühlt mich nicht wohl bei. Nee, ich auch nicht. Ganz starke Bedenken. So, kurz hier mal ein Mikro werfen. Wo sind wir denn? Was mit Ben? Warum mögen wir Ben nicht? Ja, Ben hat natürlich uns in der vorigen Episode, hat gebeichtet, dass er den Banditen die ganze Zeit irgendwie die Medikamente und so gegeben hat. Und dann hat er in dieser Episode, war er mit der kleinen Clementine vor... musste er vor Walkern fliegen und stand Mauer mit dem Rücken zur Wand irgendwie und hat die Kleene da stehen lassen. Er hat sich selber verpisst. Genau. Ohne die Kleene zu retten. Deswegen mögen wir Ben nicht mehr. Da sagten wir nur Ab mit dem Kopf! Und so wird es auch sein. Irgendwie. Und wir haben schon so einen Tipp bekommen irgendwie, dass auf dem Boot nicht hier noch Plätze sind. Und deswegen... Ab mit dem Kopf! Jetzt! So, ok. Ah ok, blöder Typ. Ja! Aber... Das Spiel ist so unfair, was das angeht irgendwie, das wird uns wahrscheinlich nicht die Wahl lassen. So, und hier Feuerländer. Hast du jetzt eigentlich aufgepasst, wohin wir eigentlich gehen? Was holen wir? Batterie! Batterie! So, ok. Batterie. Du sagst jetzt alle durchsuchen oder sag einfach aussehen? Nee... Hier... Ich würde eher sagen Batterie suchen. Ok, gut. Dein Feuerleiter. Ach, das hast du dir gemerkt? Batterie bei der Feuerleiter? Nee, hat er gesagt. Dadurch kommst du zum Motorpool. Oh, wer wird dein Beikönig? Oh... 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 Oh, krass. Kinder unter 14 nicht erlaubt, Alter. Oh, das ist ein Dreckspack. Hoffentlich seid ihr alle tot. Nee, du musst sogar da. Komm mal da. Okay. Ja, hast ja gesehen, die sind ja alle, ne? Sind ja alles, äh, Zombeys. Was ist denn das hier? Der Alleyway zu den Autoschoppen ist hier. Kommt ihr oder nicht? Ja, ich komme doch. Ja... Warte mal, was ist denn hier alles? Stopp mal. Wir wollen mal kurz mal gucken hier. Blut jetzt... Na? Na? Wir wollen es nicht tun, ohne die Kombination. Oh, ohne die Kombination? Oh, Logan. Also wir finden da was nützliches, oder? Naja, wahrscheinlich finden wir, warum... ...n Zombie ja so Logan irgendwie so... ...auf der Weste zu stehen hat. Schlip, 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 schlip. Okay. Das hört sich aber dahinter nicht... ...nicht so... Das muss ja die Tür zum Alleyway, wo die Autoschoppen ist. Aber wo der Hölle ist Molly? Molly. Naja, Molly ist halt einer von hier, ne? Irgendwie. Machen wir uns nicht vor. Machen wir uns nicht vor. Abby! Bist du hier raus? Scht! Ich glaube, ich gehe nicht da hin. Ja, das ist richtig. Ist der da? Ich denke, naja, gut. This way. Lieferung wieder dort. Lieferung wieder dort. Schön. Das ist, äh, das ist großartig. Luthersbisch, oh scheiße. Alles klar, Plünderer werden erschossen. Was haben wir hier noch? Haben wir hier irgendetwas? Schön nicht? Kommen wir hier irgendwie? Eine Axt oder irgendetwas? Sollen wir... Oh, was haben wir da? Loch. Ah! Damit du da so rüberkommst und durchkommst und so. Da ist Molly bestimmt schon lange durch. Ja, wahrscheinlich. Ja, die ist über der Wand so. Toc, toc, toc. Prince of Persia Style. So, das glaube ich, können wir nicht aufschieben. Aber wir probieren es trotzdem. Könnt laut sein. Oh! Ah! Stohle mehr essen. Ist damn tight. Na gut. So, kann ich den wieder... Ah! Was da noch nicht so schön. Ah! Na, das ist好. So, ok. Die, die machen doch nur Würfelspiele. Kennt man da so? Würfeln, hier so. Würfeln? Woher er denn hier? izza! Was aus der Krankenstation? Wahrscheinlich. Er ist meine. Gehen wir los. Äh, äh, hast du? Ich glaube, sie sind gerade ein bisschen Rache. Kumpelchen. Das ist bestimmt Globen. Molly! Was? Chill mal deine Base, Alter. Globen, du hast ja nicht erledigt. Eine weitere! Für Glück! Er trägt Medikamenten. Einen typischen Wissenschaftler oder Doktor vielleicht? Ja, aber... Er ist nicht verdammt! Hast du uns einen Weg in gefunden? Ja, aber die Gartenklappe ist verabschiedet. Ich kann es nicht erledigen. Tja, dann wird wohl einer drunter durchkrabbeln müssen. Nicht ein Problem. Schau, was ich gefunden habe. Ach, ein Wagenheber! Oh ja. Das wird funktionieren. Ja, das könnte jetzt lauf werden, ne? Na, der Zaun wird auch nicht ewig halten, so wie er aussieht. Na dann... Hoppidi! Aber schnell! Komm! Komm, pump ihn her. Pump seinenาน! Und schnell runter und... Kick den Ding jetzt weg! Los! Genau! Nein! Du hättest sie doch nicht aufhalten sollen, ihn da kaputt zu machen. Alter, er bewegt sich nämlich noch, der Gude. Schau rund um. Ich mache sicher, dass keine Stragler unter der Tür kommen. Okay. Meinst du, du packst das, ja? So, okay. Wir brauchen ja zum Glück nur eine Batterie. So, dann lass mal einen Wagen runter. Okay. Okay. Ist aber so ein smoother Gang hier, Alter. So, komme ich jetzt hier, irgendwie ist er im Nebenraum. Okay. Mal da. Ja. Uh, okay. Ach so! Maybe if I had something to cut it with. Ja, da würdest du das natürlich, ne? Ist klar. So. Werkzeugkasten. Wie sieht's denn aus? Muss man irgendwie Werkzeug finden? Na, was haben wir denn da? Well, I can see where the battery should be. Das ist ein Motor. Und wieder zu. Und wieder zu. Na, tolle Wurst. Na, hier werde ich jetzt wahrscheinlich nicht rankommen. Nee. Das kommt ein bisschen. Na, von unten. Ja, genau. Mach ich halt auch immer. Ja, wenn ich halt vor irgendwas stehe, war so drei Meter hoch, steck mich auch erstmal so hin. Nee, komm nicht an. Nee, komm nicht an. Man muss es, man muss es erstmal selber probieren, um den einfach festzustellen. Nee. Wurde nichts. Haben wir denn noch... So, nach hinten kommst du nicht. Hast du denn kein Werkzeug oder irgendwas? Ach so. Dann nehmen wir mal hier deine Kletterkralle. Ja. Äh. Kann ich meine Habe noch? Oh. Aber dann hat's ja keine Wache mehr. Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammengebracht. Hilda. Hilda. Das ist was ich sie nennen. Keine Jurgen. Bitte, kann ich Hilda? Ich nehme gut an sie. Sie wird keine Schlange bekommen. Abbekommen. Schön. Ich habe jetzt deine Vermeidung. Nicht eine Schlange. Oh, wow, wow. Mach das aber bitte nicht zuhause. Oder in der Werkstatt. Ich denke, die wenigen werden jetzt... Die wenigsten werden so eine Hydraulikanlage zuhause haben. Woa, woa. Das ist wahrscheinlich nicht gut. No, Scheiße! Ich versuche sie zu holen. Hervorrag! Ja und jetzt nur noch die... Warte schon! Nur noch einfach raus! So, rumpet ab, Junge! Nimm doch ab! Ja und? Also... Mach es doch gut fest, hier schraubt! Ja und nu? Warte mal, wo ist denn hier? Ist denn hier irgendwas? Schraubt's hier oder irgendwas? Mach doch mal da unten irgendwie... Achso, man muss das jetzt... Mach es doch ab! Nimm es doch! Mach es doch! Endlich und jetzt oben! Molly! Oh! Okay! Zielt das jetzt eigentlich als Quick-Type? Hahaha! I did it! Woah, woah! That's probably not good! No shit! I'll try to hold them off! Hurry! There's the Bat! Yeah! So! Und nochmal! Jetzt aber! Ja, ist doch... Nimm es! It's off! Ja! Äh... Wunderbar, wunderbar, wunderbar! Ist die... Und jetzt sind die Batterie... Hat er! Nice! Yeah, but we still got a problem here! Put it in here! I'll carry it! Hahaha! Also das ist echt schwer! Okay! Äh... Okay! Move your ass! Okay! Los! Get off da! Hurry, hurry, Mr. Curry! Okay! Jetzt! Skyline! Okay! Na gut! Wollte grad sagen, also Lärm kannst du ja jetzt auch machen! Das ist jetzt so... Ja, die ist jetzt ruhig! Also Kletterhaken... Ist schon echt geil! Die hat echt Power! Die hat richtig Power! Also mehr als Caddy! Kenny hat uns wieder fallen lassen! Ja, Kenny hat schon... Sonst will ich mal fallen lassen! Die, die Wurst! Aber die ist auch nicht schossen! Ja! Schaffen wir niemals! Und die hat ne Batterie hinten drin, Alter! Come on! What are you, Chicken? Jump! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Yes! Ging doch! Rüber! So, ob die anderen auch schon so erfolgreich waren? Ich glaub nicht! Komm! Later! Was? Was? Sag mal, du hast die Batterie! Willst du mich verarschen? Warte! Du hast noch die Batterie! Ja! Ich denke, ich werde es halten! Sicher, dass du nicht ohne mich verlassen! I will das jetzt wiedersehen! Ach so jetzt keine Scheiss Einzeltour da! Oh! Oh! Oh, wer bist du denn? Achso, das ist der Arzt. Du brauchst keine Hilfe? Danke, aber ich denke, wir sind fast in. Wir sind vorhanden, Lee. Nichts Worte. Nichts Worte, okay. Wir stehen einfach vor einer verschossenen Tür. Mit den anderen jetzt. Ja, der Clementine zum Beispiel. Und ob ihr an die Ammu-Nation kommt. Was ist nur los? Wo? Wie? Und smasht euch mal. Mach zu, das Ding. Mach zu, das Ding. Mach zu, das Ding. Ja, was? Die nimmt da in die Axt. Mach zu, das Ding. Mach zu, das Ding. Oh, das Ding. Nein, 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 nein. Oh, nein, drücken. Hat er. Sehr gut. Das ist die Glasstür. Ich glaube nicht, dass sie groß hält. Ja, wir haben das Benzin. Okay, sehr schön. So, damit hätten wir jetzt schon mal zwei Sachen. Ja, tatsächlich, ich habe auch ein bisschen eine gerade. Ja, das sieht man. Das ist die ganze Zeit immer nur so an dem Türknopf, so. Scheiße, geht nicht auf? Ja, Molly hat es. Sie sollte bald hier wieder sein. Sie wäre besser gewesen. Kannst du auch hier mit, äh, Brie? Hey, Lee. Danke für all deine Hilfe da hinten. Ich glaube, wir hätten es nicht ohne dich gemacht. Kein Problem. Wir sind alle im selben Boot. Noch nicht. Ein paar Jahre. Er hat unsere Unterstützunggruppe. Er war wirklich groß, um mich zu Ende zu kommen, mit meiner Krankheit zu kommen. Aber wie kommt ihr mit etwas wie das? Mit einem Ort, wie Crawford. Ich weiß nicht, was ich oder die anderen Survivoren hätte, ohne Vernon. Er ist derjenige, der uns zusammengehalten hat. Er hat uns lebens. Was denkst du über diese ganze Situation von Crawford? Ich würde nicht sagen, dass es nicht zu sprechen. Ich würde nicht sagen, dass ich in der ganzen Zeitung bin. Auch wenn ich zurück hier bin, gibt mir eine schuldige Gefühle. Auch jetzt? Mit jedem tot? Ich habe keine Sympathie für das, was mit diesen Leuten passiert ist. Sie verraten aus, die Psychen und die Osten. Auch Kinder. Die, die nicht zufrieden, sich zu retten, damit sie ihre eigene Haut schützen können. Was da hier passiert, was da passiert, wie lange Crawford fiel, Ich finde es wie poetische Justiz. Verdammt, Frau, das ist cool. Das ist, wie ich fühle. Wenn du gesehen hast, was ich gesehen habe, Das ist doch schön, ob du die da unten drin rumpumpeln. Ja, ich wurde getestet, als ich in der Schule war. Ich habe seitdem die Träten bekommen. Nur, als ich zu verbessern war, als ich dachte, dass ich etwas Hoffnung hätte. Alles, was passiert ist. Ich verletzte meine ganze Familie. Ich bin der einzige, der überlebt. Es ist lustig, wie es funktioniert, oder? Ich bin ein wenig beschäftigt, Lee. Vielleicht solltest du die Batterie holen, oder mit der Medizin zu helfen. Okay. So, was haben wir hier? Wollen wir ein bisschen spielen? Ein bisschen malen? Auf den Teppich? Auf den Teppich. Oh, schön, gut spielen. Na, machen wir. So, oh, was haben wir hier? Vielleicht ist hier eine Kombination? Es sieht aus, dass sie hier ziemlich ein System haben. Crawford's finalen Lösung. Ah, aber guck mal, das war Number of the Inlegable Citizen found. Initials of Person Conducting Search. Ah, okay. Zwei, was ist das? Days since Outbreak, drei. Okay. Okay. Achso, ne, Numbers of Walkers found, drei. Okay. So, und Clemmy, wie läuft's? You okay, Clemm? Ja. Ja. Diese Desk ist wie die, die wir in meiner Schule haben. Ich weiß, es ist wunderschön, aber ich vermisse es, in der Schule zu sein. Ja, das glaube ich, der Clemm. Ich auch. Ich war ein Lehrer, nicht wahr? Ich erzähle dir was. Wenn wir uns selbst ein sicherer Ort gefunden haben, ein kleines Klasse. Nur du und ich. Will da sein homework? Kein homework? Kein homework. Wo ist Molly? Sie musste nachher gehen. Sie wird bald zurück. Ich hoffe, sie ist okay. Sie wird gut. Sie ist ziemlich schwer. Sie müssen nachher gehen. Ich weiß nicht, dass sie wieder normal sein werden, dass sie wieder normal sein werden? Sie müssen nachher gehen? Wie wie es die vorher waren? Oder vielleicht. Es ist einfach kein Weg zu wissen. Ich hoffe so. Das ist gut. Du hältst an das Haus. Das ist die einzige Sache, die man von diesem kann wegnehmen. Kein Kraft, keine TV. Vielleicht. Vielleicht finden wir ja noch den Schrankcode von dem Typen. Ja. Logan. Logan. So. Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Wir holen noch ein paar Bücher. Problem. Großer Bücher-Fan, aber da hört es mal auf. So, na dann. Lass uns doch mal schauen, ob wir ein paar Medikamente besorgen können. Ich wollte ja tatsächlich noch das auf dem Boden hier aufnehmen. Das, was er da irgendwo hat. Deswegen, genau. G-Grabbeln? Patronenhülsen. Nerf war sicherlich nicht schön, ne. Okay. Ja, ne, oder? Also, weiß ich nicht. Weiter oben? Was hast du denn weiter oben? Naja, ich kann jetzt hochkommen? Irgendwie. Die Frage ist... Oh, na das wird doch nichts. Oder? Warte mal kurz. Soll ich jetzt das Feuer eröffnen? Ich meine, die andere Tür ist ja quasi verbarrikadiert. Angeblich. Na, Marc, wir knallen die alle ab. Wir knallen die alle ab! Okay. Sternt! Na, jetzt muss es aber gut sein. Kein Problem. Das war mal wirklich nicht schlecht. Was zur Hölle ist passiert? Sie wanderten in die Halle, nachdem wir in die Tür kamen. Ich denke, sie haben uns gehört, um uns herum herumzuhalten. Das ganze Ort ist infestiert. Sie sind überall. Und jetzt... Du... Du wirst, wer den... wer die Kombination haben wird? Äh... Den Typen, den Molly von wahrscheinlich umgelicht hat. Und jetzt... Du wirst, wer den... wer die Kombination haben wird? Äh... Ja, das wäre viel schneller, wenn wir nur die 4-Digit-Kombination hatten. Nun, ich glaube, sie haben es einfach geschrieben und es hier verlassen, um uns zu finden. Wir sollten nur versuchen, es zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Okay. Du kommst jetzt. Ich schaue mal. Ich schaue mal, um zu sehen, ob ich etwas sinnvolle finden kann. Oh Gott, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier den Code irgendwo finden. Im Kopierer noch. Ist bestimmt gerade kopiert worden. Puh, 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 Puh. Just a bunch of papers. No safe combination though. No safe. Voll die ganzen Details, ja. Die Decken mit den Löchern drin. Ja, das sind diese Akustikplatten, ne? Irgendwie. Das haben wir wirklich sehr, sehr cool gemacht. So, hier haben wir Zettel. Krankenakte. Na, von wem wird die wohl sein? Anna. Oh je, noch ein Tape. Wie kommt's? Slow. Too slow. I'm worried that by the time we manage to get this thing open, it may be too late. Ja, ich quatsch jetzt nicht mit dir. Wir müssen da jemals aus dem Pusche kommen. So, Telefon wird nicht funktionieren, weil geht Strom. So, hier auf dem Bett. Ein bisschen Pipi. Ja, time to rest. Oh, okay. Bild. Ultraschall. Es ist ein Sonogramm. Ich wollt grad sagen, können wir das nicht aufschließen einfach? Meinst du? Aufs Schloss? Also, bei jedem normalen Safe-Side. Ja, nee. Okay, ja gut. Bei jedem normalen, aber das ist ja jetzt einfach nur... 0,15 Schloss, oder ne? I don't know. Sieht sehr stabil aus. Kriegen wir nicht mit der Welt auf. Ich glaub, wenn du jetzt schießen würdest, dann würdest du es vielleicht sogar, na, vielleicht sie sogar verletzen? I don't know. Ihr habt alle schon die Schrauben verletzt? Ja, Lee. Nichts in da, wertvoll zu nehmen. Ah, damn. Oh, da ist der Code gegebenenfalls... Ja? Äh... In dem Fach von Logan. Das kann auch sein. Warte mal, Kamera? Geh mal zur Kamera, die Kamera kannst du auch noch andütteln, oder? Oh, da kannst du dir das Tape angucken. Das ist bestimmt noch jeder, der gerade die Kombination einnehmen wird. Vernon, Christa. Komm, schau an das. Das ist Tag 82 seit der Ausbruch. 1547. Dr. Logan in Consultation. Anna Correa. Anna Correa. Das ist... Das ist... Das ist ja typisch. 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 Ich brauche dich an, Anna. Das Sonogramm wird festgestellt, dass du dich heiratet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Molly? Ne, die... Christa. Das ist ja typisch. Das ist ja typisch. Du musst ihnen nicht sagen. Sag ihnen, es war nur Nausea. Aber du gabst mir etwas für sie und es ging weg. Das ist mein Problem, nicht deinem. Wenn Oberson findes, dass ich eine Beziehung von einer Pregnanzung verhebe, dann bin ich sorry, aber diese sind die Regeln. Ich gebe dir ein Sedativen. Das wird die Prozedur einfacher. Ich will die Prozedur. Ich will mein Baby. Ich will die Prozedur. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Anna. Du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen Zeit mit dabei nehmen. Aber ich brauche dich, um nicht später zu kommen. Oder ich habe keine Wahl, aber mich selbst informieren. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Gibt es jetzt noch den Code ein, oder nicht? Was? Verdammt. Wir haben es fast gehabt. Was für die Hölle für ein Ort war das? Wie Molly sagte. Der Schlimmste. Lee, vielleicht gibt es noch andere Tape. Wir müssen weiter schauen. Ich denke, dass ich diesen Doktor erinnere. Er war einer der Walkern in der Alley bei der Auto-Shop. Vielleicht solltest du ihn suchen. Mal sehen, was er an ihm hat. Nein. Nein. Na gut. Dann, weißt du ja, ne? Wieder einmal rausgehen. Und dann gucken wir uns doch mal um. Wir haben keine Waffe mehr. Also wir haben jetzt eine Pistole noch irgendwie, die wir wahrscheinlich jetzt aber schon mal irgendwann leer geschossen haben. Irgendwie. Was waren das? Fünf? Sechs Walker? Vor der Tür? Der Beil haben wir nicht mehr. Das steckt da in der Tür. Sieht nicht gut aus. Exakt wie das? Ja. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir gehen entweder direkt, instant zu der Autowerkstatt. Oder wir gehen nochmal zurück zu Kenny, um zu gucken, ob sie endlich den Munitions-Dings da rumste offen haben, um uns nachzumunitionieren. Also, ich glaube nicht, dass sie das jetzt offen haben. Also, ich weiß ja nicht. Geheimwaffe Klemmen ist aber auch noch da. Ja, aber die möchte ich nicht einsetzen. Oh, Euro-Palette? Euro-Palette! So, jetzt hier wieder rüberklettern. Ja, und jetzt bricht das jetzt nicht kaum. Wuh! 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 Du Schwalen! Und jetzt tritt ihr ins Gesicht! Oder so. Ihr habt noch ein Fernseher bei ihr gehabt. Hat Molly gerade geschmissen wahrscheinlich. Mal blöd gefragt, wie kommen wir denn danach wieder da weg? Also, wenn wir jetzt über den... zu spät drüber sind. Ja, das ist eine gute Frage. Äh, ist der Typ weg? Oh, no! Achso! Acreed! Na dann hinterher! Ja! Ei! Ja, warum denn? Das ist auch nicht schade. Ja, und jetzt mal nochmal ein bisschen angrabbeln. Den TV hatte sie auch in der Handtasche. Ja, die Molly. Wie, dem Wagenheber? Ach, der hat nur ne Kassette bei ihr gehabt. Und was ist das? Es sieht aus wie ein bisschen Kabel. Der Kabel in der safe Kombination hat nur 4 Nummern. Ja, aber wohin? Wie denn? Lol, er kommt einfach so zurück. Okay, wir müssen uns keine Gedanken machen. Okay, cool. Oh, warte mal. Wirklich schon mehr neue Stöhne? Hm. Mhm. So, Koffer, er remembered sich jetzt. Äh... Do you remember? Ja. Nice. Und, was haben wir da? Was hat der Arzt da? Noch ein Videoband. Ja, er zog schon mal den Popcorn? Wo ist denn das der View-Abend jetzt? Nose. Jetzt sind sie weg. Okay. Ich habe zwei mehr Tape gefunden. Eine von ihnen ist auf Oktober 10. Das ist der Tag nach dem ersten, den wir gesehen haben. Lass ihn in. Lass ihn in. So, das ist ja geil. Und jetzt mal der Kotofer. Hast du eine Entscheidung gemacht? Ich dachte, du sagst, dass ich keine Wahl hatte. Also, tecniclich machst du das. Du kannst die Pregnanzierung termineieren. Oder Crawford verlassen. Natürlich wäre das für dich und dein ungeborenes Kind. Vielleicht ist das besser. Ich habe all das letzte Mal gedacht. Warum versuchen wir überhaupt nicht zu leben? Wir versuchen immer zu leben. Wenn das ist das, was es braucht. Wenn das ist das, was wir uns in. Ich mache nicht die Regeln, Anna. Doktor, ich versuche dich. Bitte, hilf mir. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sind, kannst du wieder versuchen. Aber für heute, wir müssen das machen. Okay. Los. Nice. Abgestochen. No. 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 Hat er jetzt den Code eingegeben oder nicht? 727 habe ich einfach. Vielleicht noch eine Müll. Echt? Ich habe irgendwas mit einer 4-2 gesehen. Chat? Komplett. Andere 724. Wie weiter? Okay. 724. Wie weiter? So, okay. Geil. Jeder hat was anderes gesehen. Oh ja. 1386. Was hast du? Das ist nichts. Das war einfach... schwer zu sehen. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Lass uns die Mädchen rauskommen. Wir sind im Geschäft. Antibiotika, Morphine. Wir nehmen so viel davon, wie wir es können. Okay. Ich denke, wir sind gut. Gut. Das ist mehr als genug für eure Leute und meine. Ich kann die Party starten. Wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben die Medien für Olmede. Das ist alles, was ich übernehme. Wir gehen zurück in die Klasse. Nicht zu lange, Lee. Jetzt ist die Frage. Wollen wir uns jetzt noch das dritte Band angucken oder nicht? Na ja. Ich würde sagen, ja. Okay. Alles gut. Und ich sage, Molly ist drauf. Würde ich jetzt mal tippen. Ansonsten hätte ich nicht so krass auf den Arzt reagiert. Irgendwie. Also ich muss den Arzt kennen. Oh. Oh, iiih. Oh, listen. As fun as this was, I have to put a stop to this little arrangement. This is the last I can give you. Why? Oberson had someone down here yesterday taking inventory. He's really cracking down. I just can't risk it. We had a deal. Yes. We had a deal. We don't anymore. My sister needs this medicine. Without it, she'll die. Or she'll start showing symptoms and they'll take her away. I can't let that happen. I'm sorry, Molly. I've done all I can. But I have to look out for myself here. Yeah. Yeah. That's the Crawford way, isn't it? Mal ehrlich gesagt, hat der das gefilmt, der Typ? Okay. Okay. Well, shit. Tja. Ich denk ja. Ich denk ja. Hat er verdient, was er echt hat? Der Arsch. Hat er verdient. Also, was danach passiert ist. Nicht auf dem Video. So, na dann kann ich ja nur hoffen, dass Molly jetzt mal langsam mit ihr Brucksack voll Batterien und ähnlichen und Fernseher und was da noch alles so drin hat zurückgekommt. Jesus Christ! Ooooooh. Das ist so nett, Ari. Wo der fuck hast du den? Sightseeing. Ich will jetzt die Batterie nehmen. Oh, ja. Um zu dem... Ja? Was ist mit der Batterie? Ich bin nur schade. Hier geht's. Nicht witzig. Echt nicht witzig. Haaaa! Was ist das? Nichts. Du kannst mit deinem Geheimdienst. Ich weiß, du bist aus Crawford. Was? Wer hat dir das gesagt? Ich sah dich auf einem Sicherheitsdienst. Warum schiefst du mir? Ich sagte, es gab Geschichten über Crawford. Ich habe nie gesagt, wie ich es wusste. Ich habe nie zu dir schiefst. Und auch wenn ich das getan habe, was? Ich schief dir nichts. Du schiefst meine Leben zweimal, aber du kannst mir nicht die Wahrheit sagen. Wir werden das wirklich jetzt machen? Ich glaube, das ist für dich. Ich war hier mit meiner Frau. Sie war 14 Jahre alt. Als die Mäste angefangen zu gehen und Crawford sich in, war es ein ziemlich guter Deal. Wir waren sicher. Wir hatten alles, was wir brauchen, um zu überleben. Dann kam die Regeln. Keine Person, die nicht verraten ihre Platz und ihren Geheimdienst. Keine Person, die eine spezielle Geheimdienst haben. Meine Frau war Diabettig. Und bei Crawfords Regeln, das machte sie eine Liability. Ich habe sie ein Geheimdienst. Ich habe sie sicher für so lange, wie ich konnte. Aber im Endeffekt, ich konnte sie nicht schützen. Das ist, wenn ich rausgekommen bin. Crawford... Sie haben immer darüber gesprochen, wie ihre Systeme funktioniert. Wie alles besser war, als einer von ihnen zu werden. Aber ich sah, was sie bereits geworden sind. Meine Mutter. Ich wünschte nur, dass ich es gesehen hätte, bevor es zu weit war. Bevor sie kamen und meine Freundin entfernten. Ja, sehr krass. Sehr mutig und sehr engagiert von ihr, ne? Irgendwie. wir machen einfach so, was ich jetzt Doesn. Das ist alles, was ich her Delhi habe. Für mich ist Stefanler. Ich habe keine Zeit, um sie zu haben, bevor ich aus étr cutting. Ich habe nur nochrasch 않�, okay? Ich hatte nur noch eine Zeit, sie ist okay. Das lässt sich ein cliff, okay? Das ist Bist. Das wäre scheißegal. Woahharmen. oder uns geguckt. Okay, die sind weg. Mh, mh. Und wir rennen hier rum wie so ein Schlumpf, Alter. Wir haben nur eine Molli bei. Schnauze, wo ist Clementine, Alter? Schon wieder? Wo hat er die Axt her? Hat er die von aus der Tür? Ja. Ja. Oh, Ben. Oh, shit. Oh, Ben. Oh, das sind auch mal die Actions. Nice. Ja, ja. Das Schießdrehen hat sich, äh, bezahlt. Was ist denn los? Sie kommen. Oh, shit. Das sollte sie halten. Sir, aber jetzt, wie können wir rauskommen? Durch die Armourie. Wir können nur diese verdammte Tür öffnen. Komm, verdammt ihr! Das ist wie der Ben, der ist auch nicht so... Die Hälfte kratzt. Nein, warte. Ich will wissen, was er bedeutet. Was bedeutet, das ist all deine fault? Kenny, ich bin so sorry. Ich bin so sorry, Mann. Kunde, das ist nicht der beste Zeit. Was, was du getan hast, save es für später. Ben, schau dich auf. Fuck you, Lee. Ich kann das nicht mehr tun. Es hat mich alles zusammengefasst. Ich habe alle uns in Gefahr. Katcha und Duck, it was all me. Mann, Alter. Ich habe in den Keller und dann ist gut. Jetzt irgendwie. Reist dich zusammen. Was ist denn, Ben? Es war ich, der hat den Deal mit den Banditern in der Motorhof, und sie verbringten Supplieren. Ich dachte, vielleicht kann ich sie aus unserer Beine geben. Wenn es herausgefunden wurde, wurde das, wenn sie attacken. Und das war, wenn Duck... ... ...wann sich Penny wahrscheinlich töten. Jenny, lay off, Mann. Ben, das nicht bedeutet, dass das überhaupt nicht passiert ist. Es war alles nur ein Verzicht. Ich habe keine Scheiße. Du little Piss-Hit. Du bist tot, mein Vater. Du hörst mich? Vater, meine Frau und Kinder. Du hast die Böse tot, mein Vater. Du hast die Böse tot, mein Vater. Sollen wir uns jetzt gegen Ben stellen? Jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also ich wäre dafür. Ja, klar. Nein, wir stellen uns ja dagegen. Oh, shit. Okay. Stopp mal kurz. Also, wir haben jetzt die Wahl. Wir können jetzt Ben doch über die Klinge springen lassen, wahrscheinlich. Aber, den haben wir bei Klim verschissen. Den haben wir bei dem kleinen Schmetterling verschissen. Aber sie kennt doch nicht alle Fakten. Also, außer das, was sie gerade gehört hat. Ja, das ist aber die Situation, die denn ist. Das muss uns klar sein. Chat? Was sagt ihr? Also, ich würde ja wirklich sagen... Was du... Ist mir schon klar, was du... Weg. Ganz einfach weg. Ey, er hat uns zweimal angelogen. Also, wir haben ihn mehrfach gefragt. Ja, im scheiß Wohnwagen. Von wegen, warst du das mit den scheiß Medikamenten in den Bandit? Nein, ich war es nicht. Ich war es euch. Ich war es nicht. Dann wurde die eine wegen seinen Lügen gekillt. Die andere haben wir da gelassen. Die, die andere gekillt hat. Mit der wir eigentlich ein Date wollten. Verstehst du? Und er hat immer noch nicht die Schnauze aufbekommen. Dann am Ende fragen wir ihn auf dem Zug. Fragen wir ihn nochmal ernsthaft. Unter vier Augen. Ey, Freundchen. Wie sieht es aus? War es das nicht? Was macht er? Nein, ich war es nicht. Ich war es nicht. Und dann kommt er um die Ecke mit. In der Schule. Ah, du, hör mal zu. Mein Gewissen plagt mich. Ich war es doch. Ey. Was für? Nee. Einfach weg. So, was sagt der Chat? Ja, ist schon sehr stimmig, deine Argumentationskette. Die Frage ist halt. Kann man jetzt nicht alles sagen. Wenn du es nicht lasst. So, Jojo ist meiner. Ich sag es dir. So, weg mit ihm. Wie gesagt. Wenn du ihn schon mehrfach ansprichst. Ey, hör zu. Komm, wir sind unter vier Augen. Komm. Vielleicht war es scheiße. Hast Kacke gebaut. Okay, cool. So, pipapo, bla, bla. Und er sagt die ganze Zeit. Nö. Du, nee, ich war es nicht. Und dann kommt er auf einmal um die Ecke mit. Ey, du, hör mal zu. Ich war es doch. So, wir müssen uns jetzt. Okay, also Ben muss weg. Gut, wir haben uns dafür entschieden. Komm, tu es. Ja, schön. Jojo, schön. Du es. Los, tu es. Tu es. Die Frage ist jetzt. Auf welcher Position ist denn das jetzt? Weil wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit da ist, um da jetzt was anzuklicken. Ich weiß, dass enthalten wir ganz unten war. Ben, glaube ich, da lassen wir, glaube ich, mittig. Mittig oder oben. Okay, dann habe ich jetzt nicht viel Zeit. Wir lassen ihn gehen. Ich habe genug von Crawford gesehen, dass sie wie sie sein, das Anfang des Endes ist. Ich wähle, Ben bleibt mit uns. Ah, fuck. Nein. Nein, Mann. Und jetzt bleibt wieder eine da liegen, wegen, äh, Mann. Ja. Okay. Nur weil er so blöd war und eine Axt da rausgenommen hat, die zu barrikadieren war, Alter. Sagt dir eins. Ne. Ach, scheiße. Oh, mach zu, mach zu, mach zu. Äh, wie geht's? Oh, Shutdown. Okay. Ihr zielte Kopfschüsse, bitte. Ja, wenn sie S umzufliegen, also nach hinten. Immer schön nach hinten laufen. S drücken, S drücken, S drücken, S drücken, S drücken, bevor du überrannt wirst. S drücken, S drücken, S drücken, bevor du überrannt wirst. S drücken, okay, wo du überrannt wirst. S, hast du mich gedrückt. Beat oben, Stand mit zurückgehen. S drücken. Ben, du bist, du bist, du kommst bei mir sehr leise an, tatsächlich. Du bist sehr leise. S drücken, um nach hinten zu gehen, S drücken, S drücken, S drücken, drücken Sie bitte S, damit Sie weiter nach hinten laufen und nicht gefressen werden. Dankeschön. Na schön, der Teig jetzt von deinem S drücken. So, Pirl, los, hol den B-Raus. Los, ziel doch mal ran. Das lief jetzt nicht so gut. Verpisst euch! Jetzt hol doch endlich dein scheiß B-Raus, Mann. So, bitte. Oh. Wer schneibt da? Das ist ja toll, Alter. In your face! Fasermacker. Und hier noch längst ein paar und rechts ein paar, mein Freund. Und du bist so noch ein paar drin. Das ist Sparta, mein Freund. Zack und du hier und... Ach du Scheiße. Ach, der ist aber geiler Move, Alter. Ja, Klemme. Na, die so richtig viel Blut. Klingt immer so, als hätte er ihn im Tee, Alter. Ja, so Railroad, ja, so. So, was haben wir so eine halbe Stunde? Go, go! So, nun! They're coming! Come on, let's go! Oh. Verrollen! Der Boss. Der Boss. Hold on, Ben. I've got you! Lass ihn fallen. Oh, Scheiße. Lass ihn fallen. Scheiße. Lass ihn fallen. Lass ihn fallen. Ja, wir müssen los. Jetzt ist es auch das, wenn ich immer sage, dass Ben einen etwas anderen moralischen Kompass hat. Ben opfert sich, siehst du? Jojo sieht's auch. Ben opfert sich zum Wohle in der Gruppe. Tschüss. Wir müssen uns beide wissen. Lass mich gehen. Let's he go. Let's he go. Er möchte es für unsere Gruppe tun. Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Oh. Sehr gut. Ich sage nur, dass das Clemmy nicht gesehen hat. Oh, er lebt noch. Nicht mehr lange. Oh, Gott, Alter. Tut mir trotzdem ein bisschen leid um ihn. Ja, mir auch, aber er hätte einfach von vornherein die Scheißfresse aufmachen sollen. Und sagen sollen, ey, Scheiße, ich habe Scheiße gebaut. Boom, fertig. Ja, denn selbst ist ja nicht nur mit Lügen. Waren ja noch andere Sachen. Ja, aber durch ihn sind wie viele Leute jetzt gestorben? Alleine? Also wirklich nur alleine durch seinen Aussagen und seine nicht vorhandenen Taten? Christa, nicht. Bleib zurück! Ich sollte dich nie verlassen. Ich bin so sorry. Christa, weg von ihm. Ach, schießt ihn! Ach, schießt ihn! Oh, schön, schöne Pillen, schöne Antibiotika. Ach. Das stimmt ja gar nicht. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Du hast das richtig gemacht. Fertig mir, sie will verstehen. Und ich hoffe so. Ich werde beginnen mit dem Boot. Okay, mit ein wenig Glück, du solltest dich besser fühlen. Ich werde hier noch ein paar Stunden, um zu checken. Ich weiß, ob du etwas brauchst. Danke, Doc. Ja, danke dir so. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeit für dich und ich ein bisschen zu sprechen. In privaten. So ist es immer so, was ich weiß. Was ist das? Was ist mit Brie? Nicht schrauben dich über das. Es gab nichts, was du gemacht hast. Du willst wissen, was der schlimmste Teil? Was? Ich fühle mich nicht viel. Ich meine, ich fühle mich nicht genug. Ich sollte nicht mit dem, was zu ihr passiert. Das ist wie ich war, als ich meine Mutter verloren habe. Als ich meine Freunde verloren habe, in den ersten paar Wochen. Aber jetzt... Es ist so, dass ich so etwas wie das. Das ist das, was unsere Welt ist jetzt. Und wir haben es besser versucht. Was wolltest du mit mir sprechen? Ich weiß, dass du mit Clementine interessierst. Jeder kann das sehen. Und ich weiß, dass du das besser ist. Aber dieses Plan von deinem? Dass du alle auf einem Boot mit keinem Bestand? Du glaubst, dass das die beste Chance ist, zu finden, wo sie sicher sein kann? Weil ich nicht. Also, ich will dir einen Anbieter. Was? Was für eine Anbieter? Ich nehme sie aus, und nehme sie mit mir, mit meinen Leuten. Wir sind gut geplant, gut geplant. Wir haben viele von uns, Kinder unserer eigenen Kinder gehabt. Und jetzt hat Crawford fallen, wir haben nichts mehr, um sie zu Angst zu schützen. Sie wird sicher mit uns sicher sein. Sie wird sicher mit uns sicher sein. Sicherer als sie wird, wenn sie mit dir bleibt. Ich versuche es dir. Das ist, was du willst. Ist das, was du willst? Ist das, dass du sicher bist? Ist sicher? Und zu bleiben mit dir, ist das, was du besser für sie ist. Wenn niemand anderes hier wird dir das erzählen, dann werde ich das. Das kleine Mädchen ist in meinem Wettbewerb. Wir haben viel mehr zusammengefasst, als du kannst. Jeder, der versucht, zwischen mir und mir, jeder, wird sie sterben. Du hörst mich? Geh deine Hand aus mir. Tja, hätte jetzt nicht zu Ende müssen, aber, hat es ja so gewollt. Also, geht doch die Kleine jetzt da nicht irgendwie zu, zu den ganzen Kranken und Klingt jetzt bescheuert, aber Schwachen. Das ist doch, wo sind denn da ihre, ihre Überlebenschancen irgendwie? Nur weil sie da ein paar vorgekommen haben. Das ist richtig. Du solltest mit uns kommen. Auf jeden Fall. Kenny ist jetzt auf dem Boot gearbeitet. Ich dachte, du wärst mit uns gekommen. Gott weiß, dass du es gewonnen hast. Ja, ich habe es überrascht. Es ist nicht für mich. Es klingt, es wäre ziemlich großartig. Und ich mag das Wasser. Du bist sicher über das? Ich bin sicher. Ich habe es immer besser gemacht. Auf jeden Fall. Hör, ich bin nicht viel für Glück. Sag die anderen vor mir. Sicher. Du schaffst dich von dir selbst, Mama. Du auch, Lee. Schade. Sie wäre eine gute Unterstützung gewesen für die Truppe. Ich mag die Folgen. Die kleine Psychopathin. Und du bist sicher, dich um die kleine Mädchen zu beschäftigen. Du wirst wissen, dass sie die Welt von dir denkt. Good luck. Ain't nothing to do with luck. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. 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 Was ist? Was ist passiert, Ben? Was hat Kenny gesagt, wenn er gesagt, dass du das, was du musst? Ah. Clem. Ich habe mich versucht, ihn zu retten. Aber Ben nicht will. Was hast du gesagt? Was Ben getan hat, war sehr leid. Er wusste, dass wir nicht mehr Zeit haben. Und dass es ihn schaffst, wird alle anderen in gefährlich sein. Er hat mir gesagt, dass er ihn hinterlassen damit die resten von uns können weggehen. Ich weiß, das ist schwierig zu verstehen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Er hat gedacht, über andere Menschen bevor er sich gedacht, über ihn selbst. Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass das eine gute Person macht. Na gut. Sie war richtig. Bevor wir morgen, haben wir Zeit für meine Eltern? Ja. Ja. wir sind nicht gut. Aber wir müssen uns überlegen. Wir sind nicht wirklich. Wir müssen uns nachfass. Wir müssen uns überlegen. Wir müssen nachfass. Das war, wir müssen nachfass. Ich bin so, wir müssen nachfass. Wir müssen nachfass. Ja. Ahhhh... Ja, schön verkackt jetzt hier, ey. Dreck. So ein Mist. Nein, lass doch nicht da ein Funkgerät jetzt da. Die Beknackten haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Nee. Aber er bleibt dabei hier. Also, er lässt das Funkgerät ja nicht einfach nur da. Ja. Aber er schläft ein. Ach so, der Funkgerät wieder am Guttel. Schön. Oh nein. Ist sie jetzt alleine auf dem Weg zu Crawford gegangen, um zu gucken? Nach ihren Eltern? Oder sind alle abgehauen? Und wir wurden zurückgelassen? Das wär ne krasse Nummer. Das ist doch nicht genug Platz auf dem Boot gewesen. Clementine! Clementine! Oh Gott. Oh nein. 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 Meinst du es ein Bait? Okay, Edward Bait. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Hack dir den Arm ab, Mann! Zeigen, verstecken, zeigen, verstecken, zeigen, verstecken! Weiß ich nicht, verstecken? Weiß ich nicht, verstecken? Sie sagten, es sollte besser aus sein. Scheiße, Scheiße! Ich wusste, dass wir diesen Scheiße nicht glauben können. Woher er ist. Wir müssen ihn finden. Also für manche Entscheidung machst du echt wenig Zeit, ey. Lee, ich bin sorry, wir können nicht. Es ist zu riskierend für uns. Und ich muss ihn zuerst setzen. Er ist nicht gut genug, um auf eine Lösung zu gehen. Krista, ich bin gut. Ich kann... Ah! Er ist einfach nicht auf 2.8. Und ich werde ihn nicht wieder verlassen. Ich bin wirklich sorry. Ich hoffe, dass du ihn findest. Aber du musst es ohne uns zu tun. Ja, kann man irgendwo nachvollziehen und auch verstehen. Ja, klar. I understand. Kenny ist mit dabei. Hey. Ein schlechter. Good luck. Ei, 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 ei. Krass. Das sieht nicht gut aus. Pass auf, jetzt ist da auch keiner mehr. Ja, würde mich nicht wundern, wenn die weg sind. Wie überraschend. Genau. Wo sind sie denn? Es sieht aus, dass sie weg sind. Vernon! Geh raus hier! Es gibt keine Probleme hier. All ich will ist die Frau. Gib sie zurück und niemand muss sie verletzen. Puh. Hm. Shit. Natürlich kommen die jetzt. Okay. Okay. Aber die sind nicht wegen uns hier. Vielleicht doch. Weiß ich nicht. Clementine. Bist du okay? Wo bist du? Vernon, du Scheiße! Goli. Motherfucker. Wer ist das? Es ist nicht Vernon, wenn du das denkst. Dann sollte du wirklich schauen. Gremantin ist okay. Aber wenn ich für dich wäre, ich würde mich auf meine nächste Worte sehr vorsichtig nehmen. Okay. Oh ho 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 ho. Nein. Nein. recently, in the walking dead what if my parents come home and i'm not there i've got my walkie talkie in case they try that way hey, there were some batteries in one of those boxes here, you can help some too i think we should look for your parents they always stay in the same place when they go there the marsh house? yes, thats it Ja, und das war natürlich noch die krasse Zimmer. Wir wohnen hier Bissen. Ja. Ich hoffe, dass du sie findest. Aber du musst es ohne uns tun. Welcher Freund wäre ich, wenn ich jetzt nicht für dich für dich gewesen wäre? Freund? Du bist Zeit. Nein! Ja, und vor allem, wir haben ihn bis verschwiegen von unserer Gruppe. Also die Gruppe weiß das nicht, dass wir nicht verzieht sind. Stimmt! Ja, das war so. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Who is it? The time. Are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch. The Holy? Who is this? It's not Vernon if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd use my next words very carefully. Please, don't hurt her. Hurt her. I'm not the one who hurts people. There's a portion of debt between you and me and her. And if I can thank God for anything anymore, it's that. Is that maybe someone from our past, actually? From Lee's past? Yeah, but we are. We have a man who killed him. Yeah. He killed him. He killed him. He killed him. He killed him, Clementine. I'm coming for you. I'm coming for you. Don't worry, Al. We're back. We ain't flush with time. We ain't flush with time. We got less than I thought. I'll be ready to kill anything that tries to get in. You got it by yourself? Damn right. You just trying to find another way out of here. Got it. And Lee. I'm glad I didn't let you come alone. Okay. Wir gucken uns erstmal um. Wir schauen uns. Nothing through here. There he is. I was kind of hoping they dug some secret tunnels or something. So, okay. Was können wir denn noch entdecken? Ah, eine schöne Waagschale. Das wird nicht helfen. Oh, hier vorne. What? Just some surgical supplies. Hm. Nicht. It's empty. It's empty. Ah, ein Spreizer. Den nehmen wir mit. Looks like a Kajak. Ich will nicht vorstellen, dass es auf einem Körper benutzt wird. Schön. So, was haben wir noch? Nichts. Die Mois-Stars noch mitnehmen. Und dann geht's dann auch los, ne? Dann holen wir uns unsere neue Leiche. Die Mois-Stars. So, gucken wir uns hier nochmal kurz hinlegen. Well, Clementine ain't with them. So, fuck them. So, warte. Achso. Werder jetzt wahrscheinlich lieber lieber nicht die Tür aufmachen. So, können wir denn nach oben noch irgendwo hingehen? Da-da-da-da-da-da-da-da. Schwuppidi-boom. Hallihallo. Tür. Okay, die könnten wir aufknacken tatsächlich. Jetzt wird die wahrscheinlich zu- Da ist jemand hinter, ne? Ja. Ja, da ist, äh, Action. Ich würde mal sagen, wir lassen sie zu, oder? Würde ich auch erstmal sagen. Vor- also, ne? Erstmal nochmal umschauen. Äh, gucken, was wir da noch für- 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 für Sachen finden. Tatsächlich ist ja auch nicht mehr viel. Ja, aber irgendwo müssen wir ja dann weiter. Also, wir müssen ja irgendwo raus. Oder wollen wir da raus, wo Kenny ist? Weil der eigentlich halt so steht, wie so ne- Wie so ne- wie so ne Pistole. Äh, mit seiner Pistole so rum. Ha, 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 ha. It's been you and me, pal. Since the very beginning. Yeah. Hey. Clementine needs you. Get back to it. Ach, und die wissen nicht, dass wir hier wissen, warum sind. Ich- ja, oder wir probieren's doch mal da oben raus zu gehen, weil ich denke, hier- Endet's ja jetzt. Also, wir- wir können jetzt nicht mehr machen hier. Ja, okay, aber da sind auf jeden Fall welche dahinter. Also, dann- ja, dann müssen wir halt gucken, ne? Warum können wir denn hier nix machen? Guck mir die Sache mal an. Ja, dann schau mal. Hey, ich denke, ich hab einen Weg raus. Ja, und die machen wir jetzt mit dem Wagenheber auf? Ja. Ich hab ein bisschen Angst, die Hand aufzumachen, aber dann- ach komm, let's open it. Was soll sein? Mehr als hier wissen wir, dann können wir nicht. Schön. Okay, wir müssen wirklich da- In zwei Sekunden. In zwei Sekunden. Guck, knuck, knuck, knuck. Oooo, ooooh. Los, jetzt, Baller da rinn. Krieg doch erstmal rin. Nee, der macht direkt- Oooo. Oooo. Oh, scheiße. Die ersten Ausfallerscheinungen. Schnell, Temos Käsestulle, ich bin am Arsch! Fuck. Scheint schnell zu ihnen. Oh. Die Zeit wird knapp. Okay. Na, was für eine Overtüre wieder hier. Jetzt kommt wieder bestimmt eine Katze. Sind Sie okay? Oh, fuck me. Wann ist das passiert? Gott, verdammt, Lee. Läuft die jetzt wieder so scheiße? Okay. Die Statistik sagt noch instabil, aber der Bogen geht wieder nach oben gerade. Also, er pegelt sich gerade wieder ein. What? Oh nein, er hat mitbekommen, dass wir gebissen wurden. Ja. Ich habe dein verdammte Geheimnis gefunden, du schuldige Scheiße. Du bist gebissen? Fuck, Mann. Wann warst du... Gott! Es ist passiert vorhin. Oh. So? Sorry, ich habe nichts gesagt. Du musst dich nicht sagen. Was machst du? Was machst du das für dich selbst? Ja, schön, schön. Äh, tun wir es. Das wird nicht mehr funktionieren. Nein, wir lassen das. Scheiße, geh ihn ab. Wir sind doch schon, es ist doch schon zu lange her. Hätten wir gleich machen müssen. Ja, das stimmt. So ist es. Klare Ansage, klare Ansage. Also, hätte er jetzt wahrscheinlich halt uns wesentlich mehr geschwächt, irgendwie, wenn wir jetzt noch irgendwie einen Arm noch verloren hätten. Außerdem denke ich auch, dass wir ihn nachher brauchen. Für irgendwas. Gott. Ich bin kurz erschrocken. Normal, kurz zum Verständnis, die Aufzugstür wäre wieder zurück. So, hier weg jetzt ohne Arm hoch. Jaa, geht doch nicht. Jaa, geht doch nicht. Schhh. 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 Okay. Okay. Oh, wat, wat, wie? Schhh. Schussscht. Silencio. Ja, das wäre doch jetzt hier nicht geworden. Irgendwie ohne Arm. Oh, da sind wir... Oh, oh. Achso, geil. So dran vorbeiflogen. Pass auf! Schön. Na los, weiter. Hoppi, hoppi. Wir essen zeitig. Oh nein, was ist denn? Nein! Ah! Schon wieder unmächtig, oder was? Achso! Was ist denn jetzt? Schau! 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 Achso, ich wollte gerade sagen, ob der einfach runtergefallen ist, aber der hängt da anscheinend. Okay. Das ist Kopfschmerzen-Deluxe. Ich kann dir nicht wieder runterkommen. Du kannst dir nur aufhören. Schau! 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 Guten Bauchmuskeln! Da müssen die auch mal ackern! Wenn die keiner von uns wäre jetzt hochgekommen. Keiner! Ich lass mich einfach fallen, nicht egal! So, was ist mit dir? Hallo? Oh, guck mal, die will Hallo sagen. Hallo! Oh, da sind noch ein paar, die... Oh, okay. Das ist ne Party. Wir gehen mal weiter. Das ist quasi das Weihnachtsfeier hier gerade. Von der Firma in der dritten Etage. Nein! 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 Es wird das irgendwie schade, dass Liya wissen wurde. Irgendwann nicht Hilfe. Ja, aber wir müssen erst mal gucken, wie wir jetzt wieder zu Clementine kommen. Ja. Also, du kennst das... Also, du hast gar keinen Plan, wo die jetzt hinwollen. Also, klar, erst mal raus, erst mal weg da, aber... Ja. Full House, ja. Willst du darüber reden, was da drüber passiert ist? Äh, was ist der Wiss? Ich hab nur ne Show gemacht. Ich weiß, ob du wirst lustig fühlen. Ich weiß. Es ist einfach Dizziness, das ist alles. Ich bin alles gut. Gut. Man darf ja auch nicht essen. So groß die Essen haben sie ja auch nicht. So, wir müssen von diesem Dach runter. Vielleicht gibt es ja noch eine Liegenheit. Wir müssen uns auf diesen Rücken so schnell wie möglich gehen. Ich bin mit dir. Wir müssen einfach nur eine Chance finden, um sicherlich zu gehen. Ich denke, Schritt 1 ist eine Richtung zu finden. Zurück nach der Mansion ist mein Wahl. Ich bin doch alles umgekehrt. Es ist zwischen uns und River Street. Wir können uns stoppen, wenn wir es brauchen. Wir müssen unsere Schritte vielleicht zurückziehen. Und sie gehen nach einem Hotel, wo Clems' Eltern stehen. Okay. Wir gehen nach unten und finden eine kleine Mädchen da. Ruckel die Ruck. Schon wieder ruckelig? Ich schau mal gerade kurz. Ja. So, ich hab hier ne Leiter. Ja, okay. Schnipp, 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 schnipp. Machen wir weiter. Kenny. So, hier haben wir noch ne Leiter. Okay. Okay. So. Und? Ja. Feuerleiter Ja, eine halbe die totale Population in Georgia würde nicht in den Straßen da oben gehen In der Serie konntest du dich halt auch so ein bisschen beschmieren, ne, mit den Untoten und dann bist du da durchmarschiert Also quasi so deinen eigenen Duft quasi übertönen, ja, oder übertünchen Genau, richtig Fußspuren, oh, Fußspuren Fußspuren Ja, durch die weiße Farbe durch So, was sollen wir jetzt irgendwann mit der Leiter machen, ich sehe doch, komm Ja, aber willst du die, wo willst du die denn hinstellen? So, hier müssen wir nicht durch Schauen wir mal, ob wir hier hinten irgendwann ankommen Majore schreibt auch gerade wieder Vorhin war die Kamera so auf dem Turm mit der Glocke Könnte man die zur Ablenkung nutzen? Oh, warte mal, ich mach mal hier kurz eben auf dein Leid Oh, oder auch nicht Schade Aber vielleicht brauchst du dafür die Leiter, dass du die einfach, weißt du, so quer rüber, damit er dann so drüber klettern kann So, wir probieren's mal Und durch die Farbe durch So, okay Jetzt kann man sie nehmen Schau mal an Er hätte auch gedacht, wie Jojo von wegen Ablenken mit der Glocke irgendwie was gegenschmeißen oder so Schmeißt du jetzt die Leiter rein? So Lee, der Meister im Leiterhof Wunderbar Früher hab's mal so ne Wärmung Über so nen Gletscher zu klettern So, mit so ner Hi-Lo Leiter Können wir uns ein bisschen Zeit Schauen wir uns ein bisschen Schauen wir uns so viele, wie wir können Das hier Schauen wir uns aus dem Roof auf der Opposite Seite und schlafen wir uns zurück in die Mansion So Du denkst, dass du derjenige sein sollte zu gehen? Ja klar Lass mich das Nein Nein Wenn wir entscheiden, wer so ein Risiko nimmt Das ist der Mann, der 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 Was ist das Schlimmste das kann passieren? Ich bin wieder Ich bin wieder Wenn irgendwas mit mir passiert Nee Du bist die einzige Chance, die sie hat Sei vorsichtig Aber er hat ja auch seine Familie verloren, ne? Der Kenny ist ja auch nicht so gut Ja, vor allem ist er auch noch angeschossen worden Ja, das ist ja jetzt auch nicht soo ultralange her Also Das ist der Plan Jetzt kommen hier aber alle echt coole Sprüche raus So richtig Step by Step Ich wollte es auch gerade singen, wirklich Oh Baby Ja Oh 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 Jesus Bist du dir gut? Hohohoho Ja, ich bin gut. Versuch, einen anderen Weg raus zu finden. Ja, das kann auch sein. Ah, ein Dilemma. Das hat den Trick, Pal. Jetzt komm zurück! Ja, ähm, wie? Wer hat's da sprungen, wa? Oh, naja. Weiß ich nicht. Also, ich würd mir das nicht zutrauen. Naja. Aber irgendwie kann's ja nicht ewig da drauf bleiben. Würde schon... Ich denke, ich muss aufrufen. Es gibt keinen Weg zurück. Du kannst es machen. Es ist nicht so weit. Du schaffst das. Du hast das. Du hast das. Du hast das. Bei nem Anlauf, alter. Okay. Ja. Pass auf, jetzt bricht der irgendwo ein. Oh, oh, oh. Hast du schon? Nein, fast da. Ich sag, ohne Arm wäre nicht schlecht geworden. Let's get the hell off this roof. Wuhuuu. Na, siehst du. Das hat auch funktioniert. So war da von vornherein der Plan. Jaja. So. Tatsächlich sind's die Ladezyklen irgendwie, die mich hier schlichten. Ja, ich seh das auch gerade, dass deine Cam quasi kurz immer einfriert jetzt. Das ist die Schockstarre von mir. Das ist die Schockstarre von mir. Warte nu, warum gehen wir denn da jetzt wieder zurück? Warum sind die eingesperrt? Warum sind die eingesperrt? Was macht ihr in dem Scheiß Schuppen? Jetzt ist die Frage, von wem wohnen die eingesperrt? Was ist die Schockstarre? Werner, seine ganze Krucke, sie haben sie das. Sie haben sie das. Sie haben sie das. Sie haben sie das, Clementine. Sie haben sie das. Sie haben sie das und uns hier. Die Invalid? Sie haben sie das, äh, unterhalten deine Charakteristik. Aber, ja, die Invalid. Sie haben sie das. Sie haben sie das. Sie sind richtig. Sie sind nicht Invalid. Sie sind einfach Leute. Sie sind die Menschen, die Menschen mit schützlichen Situationen, sogar länger als wir haben. Sie haben sie das. Sie haben sie nicht auf uns. Ich weiß nicht, ob ihre Make-A-Wish war ein fucking Boot-Ride. Wenn ich sie finden, werde ich sie wegschrauben. Sie haben sie nie gefunden. 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 Nicht so wie das. Wir würden wir guten Menschen, um zu schützlichen. Wir haben wir Essen. Sie sind zu leben. 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 Was ist das auf deinem Bruch? Das war's. Was? Er hat's freiwillig gemacht. Sie ist selber so. Ja. Gott, wir würden mit dir gehen. Wir werden alle ein oder zwei Wagen enden. Es ist großartig, dass du es schwer sein kannst. Aber wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ohhhh. Ja komm, ich spät mir noch ein bisschen. Was ist getan ist. Wir müssen uns fokussieren, auf finding Clementine. Christa heißt sie. ... Ja. Ja. Umid kann doch wieder relativ viel dufen. Ja. Was ist das? Er hat doch was. Er hat doch was. Also wir bekommen Clementine und dann was? Stimmt! Ich bin mit den Städten. Wir gehen ins Land und machen davon. Ja. Aufs Landteam. Ich will wieder raus. Dann nicht. Geh deinen eigenen Weg. Du bist jeden Mann für ihn selbst. Bis du und dein Freund wirklich etwas brauchen. Du hattest das aber nicht ohne uns. Also schau es, okay? Christa ist richtig. Vogel ist ein Pipe-Dream. Wir gehen immer nach Clem. Du musst auf jeden Fall ausstehen aus dem Städten. Rethink? Ja. Das ist das, was ich sage, was wir tun. Komm her. Komm her. Wir können das in den Yard. Wir können das in den Yard. Wir können das in den Yard. Das ist wie ein Song von Missy Ellett. Wir können das in den Yard. Was denkst du, Lee? Was machen wir jetzt, ohne ein Boot? Ich weiß, dass du zwei nur nach Nummer 1 schauen. Aufs Land. Nummer 2. Du weißt, dass du dich selbst. Wir gehen nach dem Land. Wir gingen mit den Städten, mit den Städten, mit den Städten, mit den Städten, Geh sie weg. Wir leben so安全 wie du kannst, okay? Ja. Wir müssen raus in ein paar open spacesen. Wir wissen, das ist das, was ich für. Das ist blöchst. Du vielleicht nicht mehr da sein. So, mit all due respect, Lee, seine Meinung hat nicht viel Kraft. Hey. Es ist seine kleine Mädchen da. Sie ist Nummer 1. Das ist das Ende. Okay? But what about? Oh shit! Here we come! In the house! Er hat dann eine Tor aufwürgen lassen. Mann. Ey, Leute. Die erste Regel. Tür zu. They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Christa. Oh, no. Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny. Verschiebe die Möbel. Move anything you can up against the doors and windows. That's what I was thinking. Omid, du machst nen Kaffee. Was ist das? Omid? Was ist los? The door. Front doors. Woah. Oh, 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 oh. Kick him. Kick him like Beckinside. Los, und da mal. Und da mal. Und gib ihn. Los. Igitt. Lee. Help. Cut the fucking arms off. There's gotta be a knife or something in there. Hurry. So. Ja. Schön. Wir suchen mal ein Messer. Wunderbar. Schublade. Ah. Hackerlei. Jawoll. Lufig. Okay. Auf jetzt. Zack. Und bam. Und jeder kriegt hier noch was ab. Und wer will noch mal mit dabei sein? Die ganz große Freiheit spüren hier. Wo ist hier noch einer? Da oben. Finger weg. Oh. 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 So. Bereiten wir uns auf die nächsten Kampfhose. Get ready to fight. This place seems dirty to me. I think we're fine. Hahahaha. Großartig. Oh. Resident Evil. Geil. Geil. Get upstairs. So. In your head. Ah. Warte nicht. Die Dings? Wer? Die hier von da? Mann. Dallert nicht rum. Dallert nicht rum. I'm coming. Los. Oh. 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 Super. Huch. Du es. Get it. Oha. Okay. 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 Ich bin raus. Ich bin raus. Ich auch. Ich bin raus. You're at 부분. what are you doing? Und das wird's. Ah sehr gut. Hopp. Ich bin raus. Oh. Ich bin raus. Okay. Okay. Let's get out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Well, we're not going out through this window. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead? Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. Naja, wir haben halt ein Holzdach, ne? Irgendwie. Also, ich lobe, sich da durchzuarbeiten. Äh, wir müssen einen anderen... No ideas, then. It's gotta be another way. Check the floor for any other access. Event. Anything. Or we wait for the house to clear out and stick to the high ground. Whoa, Lee. You okay? Yeah, yeah, I'm... Oh, 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 oh. Oh Gott, jetzt wird der alle vor der Nase ummächtig, ey. Nee, aber, äh... Verwandeln wir uns irgendwann dann? Oder, oder... Ja, klar, natürlich. Fieber wird dann irgendwann zu krass und dann... Okay. Stirbst du und... Please. Please. Ich bin okay. Ich bin wirklich bei den Eltern. Oh, nein. Was? Alter? Die, jetzt ist sie doch bei ihr, Alter. Was, jetzt wirklich? Hörst du das? Ja, ich habe es. Was hat das bedeutet? Sie ist in dem Hotel, wo ihre Eltern stehen. Er hat sie noch nicht geändert. Oh, nee. Einfach ein kleines Mädchen. Weiß er da noch, wo du es warst? Na, wahrscheinlich haben wir deshalb da rübergeguckt im Rathaus. Wie ist das das Hotel? Der Witz. Oh, das ist ein kleines Mädchen. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht. Okay, jetzt ist dein Leben auf das. Wie ist das hier? Ich weiß nicht. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh, das ist ein kleines Mädchen. Stop. Wir können nicht panisch. Wie lange du denkst, wir haben? Was? Ich... Ich weiß nicht. Du solltest es aufbauen. Es ist zumindest dann, da wäre eine Chance. Well, du hast nicht. Und es ist zu late, jetzt. Ich denke, wir müssen... Wir müssen jetzt ein kleines Mädchen überlegen. Über was passiert, wenn Lee noch ein kleines Gehirn nimmt. Hey, look. Wir können jetzt mal schauen, die Situation von Larry hier. Wer ist Larry? Es geht nicht. Wer ist Larry? Er sieht gut aus mir. Ich denke, es wäre besser, wenn wir nur über Klem kommen. Wir werden nicht mehr tun, wenn du uns verletzt hast. Das wird nicht passieren. Wie wissen Sie das? Leute, ich weiß nicht was, bevor wir uns mit ihm geliehen haben. Wir können uns überlegen, wenn wir uns überlegen. Lee, ich habe nichts hier. Aber wie ist das nicht so? Wir haben auch über Clementine gearbeitet, dass wir vergessen, was dir passiert ist. Mein Arm ist nicht das Problem. Ich bin nicht das Problem. Die 500 walkers in der Haus, und keine Tür in dieser Runde ist ein Problem. Ja, vielleicht im Moment, aber wer sagt, wenn es ein Problem wird? In diesem Punkt, es gibt keine Zeit, um es zu tun zu tun. Das ist ein Problem. Komm an, Kenny. Wir werden Clementine zurück, mit oder ohne dich. Weil ich nicht alles, um zu sterben, weil wir dumm waren. Entschuldigung, okay? Scheiße, wir können das nicht tun. Wir müssen es tun. Ja, ich sag doch, man, durch das Ding da durch. Das ist doch nur Holz. Das hast du alles nicht für die Ewigkeit gebaut bei den Amis da. Die ganzen Häuser sind doch nur so hochgezogen, oder? Was ist auf der anderen Seite dieser Wall? Eine 30-Foot-Dropel? Nein. Diese Mansion ist gegen die eine neben der Tür. Quatsch mal weiter. Fadi macht sich jetzt erstmal an die Wand. Okay. Ja, wir können das machen. Okay. Wir arbeiten in Schiffen. Omid, Krista und ich. Lee, du resten. Wir müssen schnell arbeiten. Tja, na dann. Das war's nicht so gut. Ja, sure, pal. Ich weiß. Er hat wieder einen Miss-Click gemacht? Nee. Manchmal ist das halt so, man muss sich schnell entscheiden und manchmal ist die Entscheidung halt … Käse. Aber im Nachhinein wes Menschen uns immer besser, wenn das Kinder die Zeit hat jetzt zu verarbeiten. Ich weiß nicht, dass du uns nicht sagst, dass du dich verletzt hast. Was ist das? Nicht uns? Nicht Clementine? Du warst Angst. Ich würde dich nicht verletzen. Ich würde dich nicht verletzen. Ich wünsche dir, dass du es ausgesucht hast. Ich glaube, dass du es nicht verletzt hast. Ich glaube, dass du es nicht verletzt hast. Wirklich? Ja, es ist heiß. Wie wenn du ein Bohnen verletzt hast. Aber klingend. Wie es ist im Schlaf. Also, wenn wir diesen Mann bekommen, was denkst du? Wir holen Clementine darum jetzt. Wir halten uns nebenbei seinen Väter. Ja, aber Clementine hat auf jeden Fall Prio. Hallo? Absolut. Aber es ist nicht so einfach. Wir tun, was es braucht. Und, du weißt, was, was mit dir passiert... Wirklich? Können wir nicht so so sprechen? Ich bin ein bisschen. Wir wissen, dass das ein Rapp ist. Es muss etwas sein. Ich will, dass ihr sie aufnehmt. Stopp. Ich bin ein bisschen zu labil dafür. Ich bin ein bisschen glücklich. Wir machen das jetzt nicht. Krista. Listen zu ihm. Das ist das, was ich will. Okay. Ich bin aus dem Gas. Du bist gut und ruhig. Natürlich. Wenn du nicht ein Bohnen verletzt hast. Du willst mir das machen? Nein. Du kannst nach mir in. Okay. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Wir müssen nachdenken. Ich habe gehört, dass ihr Lies ein bisschen zu verdienen. Ja, natürlich. Ich hätte das gleiche gemacht. Ich hätte das gleiche gemacht. Wie geht es dir? Ich bin... Ich weiß, wie ich das zu antworten. Ich bin... Ich weiß, wie ich das zu antworten. Ich bin... Ich bin... Du hast mehr als jemanden verloren. Ich bin... Ich bin... Es wird alles gut. Es wird alles gut. Ich bin... Ich bin... Ich habe es... Ich habe es... Die beiden davon... Wir haben viele Familien verloren. Na? Der Mann hat dir etwas über das, was wir durchgezogen haben? Ein bisschen in Piezern. Bevor wir uns hatten... Wir hatten diese Frau, Lilly... mit uns. Der Herr weiß, wo sie jetzt ist. Anyway, wir mussten... machen einige schwerer Bezüge mit ihrem Vater. Sie kam zwischen Lee und ich ziemlich gut. Und ich spiele viele Nachts, lief zu diesem Mann. Ich bin sorry, dass du dich in irgendein Weise hast, Kinney. Es ist unmöglich, durch die Leben, ohne eine Art Geld zu machen. Aber manchmal kann ich nicht helfen, aber ich weiß nicht, ob ich jemanden kenne. Du und ich beide, Doc. Na gut. Ich bin durch! 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 So, aber hier werden uns Bücher draus helfen. Oder Telefone und Hörer. Wer weiß! Dieses Ort scheint ziemlich ausgelöst... ...wenn... Oh. Okay. Oh. Freitod. Okay. Oha. Gehen wir weiter. Ja. Die Pistole könnte ich da vielleicht noch mal checken. Wegen Munition? Ja. 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 Gut. Wurde grad sagen, Alter. Was sind denn für Magazinen, Alter? Lee, figure out where we're headed. So, okay. Dann erstmal schauen wir uns mal ein paar Bilder an. Wir haben noch das Hackebell die ganze Zeit in der Tasche, oder was? Ich kann's mir nicht vorstellen, tatsächlich. Doch, doch, doch. Da, links haben wir doch noch. Oh, guck mal. Ah, man sieht doch schon die nächsten Sprung. Hol die Leiter. Das ist ja so die Frage. Wie könnten wir jetzt da rüber kommen? Wie könnten wir jetzt da rüber kommen? Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Das ist ja wirklich springbar, also. Naja. Ja, komm. Okay, okay. Die Kameraspannfeld nicht schafft. Kenny. Er hat so tief ins Glas geschaut. Oh, okay. Äh. Jetzt werden die frei gewesen. Wäre aber noch mehr gewesen, wäre wahrscheinlich ihn abgestürzt. Stimmt, weil wir hätten ja noch einige, ja, mitnehmen können. Oh, was hab ich nicht? Äh. Irgendwas im Auge. Oh, er sieht schon ein bisschen schlechter aus. Oh, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Oh, das sieht aber auch nicht soo locker aus. Hm. Tja, Krista, zieht's durch. Uh. Okay. Weißt du doch schon, komm, wie, wie, wie... Gleich geht irgendwas kaputt und... Das wär ja was für mich hier mit Höhenangst. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay, gleich gleich spitz die Hände, ey. Krass. So, das haben wir gemeistert. Okay, warm, der sieht schon richtig scheiße aus, ne? Ja, also, der ist... Lange macht er nicht mehr. So, ich seh hier keinen. Was, dieses Dach könnte anstürzen, wir sollten hier runter. Das war jetzt. Ja, das. Let's keep going, you bunch of lollygaggers. Das war jetzt... Oh nein. Oh fuck. Das war nicht so clever. Äh, wir müssen jetzt zurückholen. Ja, auf jeden Fall. Das ist für Clementine. Aber wir können diesen Mann ohne ihn finden. Und was, wenn wir nicht? Wir brauchen alle Klu, die aus ihm kommt. Lee ist richtig. Ich bin so fucking sorry. Es ist okay. Wir müssen nur herausfinden, wer da runter geht. Nein, wir nicht. Klatsch, natürlich. Wie wär's denn? Das hat ja einen schönen Corona, muss ich sagen. Ja, aber wie wär's denn, wenn Kenny einfach mal runter gesprungen wäre? So, weißt du, er ist da schuld daran. Ah. Schau, wir können nicht erreichen. Findet etwas, schnell. Schnell bindet eure Pullis. Das wäre gut. Oder eine Menschenkette. Weißt du, einen von oben, weißt du, an den Füßen gegräbelt, einfach runter gelassen, der gräbelt sie und die restlichen ziehen von oben hoch. Fertig. Ich hol mal hier das Fenster. Du machst das? Ich muss ganz kurz, ich weiß nicht warum, aber jetzt muss ich pinkeln wie sonst was. Und gleich wieder da. Europalette. Es gibt überall Europaletten. So, wir kommen hier. Sperrholz. Wir brauchen nichts. So, was haben wir denn hier? Eine Rüstung. Hier, ein Stück Rüstung. Komm. Da geht doch was. Oh, was ist das? Pfosten. Brauchst du jetzt einfach nur eine Waffe oder was? Oh, wohn. Muss aber Griffkraft haben, Alter. Oh. 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 Habs aber geschafft. Oh nein. Oh, scheiße. Scheiße. Warte nochmal. Der Eimer. Der Eimer würde jetzt... Oh, was? Kenny? Kenny opfert sich. Kenny opfert sich. Kenny! Kenny! Komm schon. Riech. Ich hab dich, Junge. Schau sie! Geh, geh! Geh, geh! Geh, geh! Kannst du mich hören? Kenny ist runtergesprungen. Kenny, hier Kenny! Oh, warte mal. Ich muss hoch. Schnell! Ich muss schnell machen. Get Kenny! Oh, Schiss! Scheiße! Oh, 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 oh. Du musst ran, Mann! Geh! Wir finden einen Weg, dich zu holen! Geh! Oh, Scheiße. Warum? Mach ja doch nichts. Das überlebt er doch nicht lange, oder? Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 scheiße, nein! Kenny, nein! Sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine! Vielleicht ist er mitgerannt. Vielleicht ist er mitgerannt. Ja, ich glaub nicht dran, oder? Was, wenn er das tut? Wir wären da für dich. Nein! Kenny ist nicht tot. Kommt, Leute, habt Hoffnung, habt Selbstvertrauen. Glaubt an Kenny! Ja, aber ehrlich gesagt... Er hat ja auch nicht wirklich noch was Großes zu verlieren, so richtig, oder? Er kennt ihn. Makabe! Machabe! 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 Mach! 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 Es ist ein Zeitpunkt, aber ich will sicher, dass wir klar sind, bevor wir weitergehen. Was ist es? Jetzt mit Kenny, weg. Das bedeutet, Omid und ich müssen sicher bleiben. Für sie. Sie werden für sie großartig sein. Wir machen unser Bestes, du kennst das. Gut, danke. Whatever your best is, I'll trust you. Das ist all you can do. Well, at least it doesn't look like a death track. Who's going first? You're the lightest. Will ich mal diesen Fussel da weg machen? Alter, der hebt mich schon seit drei Folgen auf den Sack. Der Piefke, kann der sich mal die Haare kämpfen? Da! Selbst da! Ihr geht zuerst. Ich gehe zuerst. In case, irgendwas da passiert. Are you sure? Yeah. Yeah. Meine hat er auch. Oh Gott. Das hat echt Spaß. Das wäre was für mich. Oh, Alter. Wir sehen schon aus wie Mehltyp 405. Ja. Ah. Just go nice and slow. Was machen wir eigentlich, wenn wir Clementine gefunden haben? Na, wir übergeben es an Omid und an Krista. Und dann sollten wir uns fernhalten von der Gruppe, finde ich. Meinst du, Clementine versteht das? Sie musste verstehen. Das ist jetzt kein Ding der Freiwilligkeit mehr. Wir haben ja Armclin schon sehr viel zugemutet irgendwie. Aber das... Ja, aber das ist jetzt... Wenn er so gut... Fuck! Oh, bei mir! Nein, 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 nein! Oh, nein, 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 nein! Oh, Tier! Shit! Oh, are you okay? Fine. I'm kinda fucked here. What are you gonna do? Der Fussel! Ich spöre dir! Der Fussel! I'm going! I'm going for it! Going for it? What does that mean!? It means I'm already bitten! I just have to push my way through! What the fuck! Der Feet! That's meed outside a town! By the train! Are you nuts! It's the only way! Do you hear me. Yeah! By the trainland! Jason! See, we'll be there! Also, halten wir noch so lange durch? Äh, na vor allen Dingen, ich weiß ja, aber ab welchem Zeitpunkt musst du denn die fressen und ab wann nicht mehr? Also, wenn wir es jetzt wissen sind, heißt es ja nicht irgendwie, oder riechen wir jetzt schon nach Gammelfleisch. Das kann sein. Möglich, also vielleicht kann er sich ja schon so durchbewegen, ne? Oh yeah, it's a knife. Ja, nimm it. Take it. Oh, okay. Double weapon. Und jetzt? Scheiße! So bad, schnafft! Okay, also wir sind immer noch interessant für die Zombies. So, wer ist der Nächste? Wie ist der Nächste? Bam! In mein Gesicht! So, wo kommt der hier mal? Wer will was? Das ist Western-Mucke dabei irgendwie. Aber er kommt schon eigentlich recht easy durch, oder? Also... Und du, Kumpel, hier, siehst du aus die Bände. Oh, oh. Oh Gott, das will'n, Alter! Jetzt wird gemetzelt, ja, Mutti? Stevie am Buffet, ja. Ja, genau. Niemand stellt sich zwischen mich und drühe ein. Ach, Gott. Oh, ist aber trist. Also, ich seh das auch nicht so, dass wir die jetzt so ohne Weitritt wiederbekommen. Ich meine, okay, Mann, wir sind am Arsch. Ja, aber könnten wir die anderen, die jetzt Clementine entführt haben, könnten wir die jetzt auch infizieren mit unserem Zwischenstadium, sag ich jetzt mal? Naja, wenn, irgendwie, ich weiß nicht, nur wenn wir sagen, hey, das ist eine Brutsbrüderschaft hier machen. Vielleicht, dann würde es gehen, aber... Ja, oder mit der Glasscherbe, die wir gerade noch so schön voll unser eigenem Blut haben laufen lassen, so... Ja, das wäre effektiv auf jeden Fall, das würde, glaube ich, ich weiß ja nicht, ob das geht. So direkt, Blut, Blut, ja, glaube ich, ja, würde gehen. Also, da ist jemand dran, ja? Ja, war da, hast du was gehört? Ja, ganz leicht habe ich was gehört. Warst du doch gerade der so... ASMR? Nee. Jetzt mal, aber jetzt mal ohne Quatsch kurz, irgendwie ASMR, was ist denn das irgendwie? Da siehst du ihn mit dir denn so irgendwie... Ja. Was ist denn das? Was soll denn das bringen? Also, manche Leute wollen das sehen. Ich verstehe es auch nicht mit diesem... Aber hören, so würde es... Also, ja, hören dann im R anstelle von sehen. Mit ASMR kann ich auch nichts anfangen, das macht mich mega... Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, das wäre für mich genau das gleiche. Es ist dieses... Hallo, Sir? Ja, aber es ist ja noch nicht mal sprechen, das ist... Ich möchte jetzt auch Kenia in den Karten pissen, aber irgendwie das, was ich da gesehen habe, ich dachte... Ist die beknackt? Was macht denn die da für einen Scheiß? Irgendwie dann macht die da mit ihren Fingern so an den Mikro... Hello? Ja, also das Mikro auch voll aufgerissen, also da darfst du auch nix wirklich anders machen. Ja, ja, dieses... Ganz schlimm. Kannst du den nicht bringen, irgendwie, dann ist die da ein Chip oder irgendwas. Keine Ahnung, weiß ich, das war ein Quatsch. Ist doch Kokolores. Und, äh, um jetzt nochmal zurückzukommen, du bist sicher, dass hier jemand drin war? Ja, ich hab ganz hauchzart leichte Bewegungen dahinter gehört. So, ganz so, wirklich so. Also zurück nicht rinnen, oder was? Aber ich kann nicht weggehen, ich geh rinnen. Also, ich geh von raus, dass da... Ich geh rinnen, ich bin da drin. Benni, jetzt ist der Drops gelutscht. Die Banane ist jetzt geschält. Oh, das war zu gebunden. Ja, ja, das ist ne Falle. Stolperdraht, ja. Stolperdraht, ein bisschen offensichtlicher. Na, ich würde fast sagen... Achso, warte mal. Irgend das... Ich muss erst mal erzählen. Klimaanlage mal an. Ja? So. Uriniert Ofen. So, was passiert? Also, wenn du die Tür aufmachst, macht sich automatisch... Wo are you? Der Schrank auf. Okay. Was ist los? Wer bist denn du? Hallo? Wir bringen dich um. Wo ist sie? Ich hab dir bereits gesagt, sie ist gut. Aha. Du schaust horriblich. Ja, du gleich auch. Geh da. Da. Als ob die Kugel mir jetzt noch was ausmacht. Also, außer am Kopf. Ja, ja. Irgendwie muss der Klami jetzt erstmal rauskriegen. Lass mich raus! Wer ist da? Was ist da? Was ist ehren für einer? Was ist ehren für einer? Quiet please, sweetie. Deine Dinge sind da. Soll ich jetzt ausziehen? Spinnt der? Mach ich nicht. Ich hab jetzt gesagt, nimm die Flasche. Ich bin einfach cool. Ich bin einfach cool. Gut. Geh. Sitze. Oh, der ist so eklig. Will er ein Schwätzchen machen, oder was? Komm her, auf! Kennst du, wer ich bin? Nee. Das ist mir nicht egal. Nein. Ich hoffe. Ich weiß nichts über dich. Und ich sagte, das hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Du würdest nicht. Leute wie dich nicht. Jetzt denkst du, wer würde es für mich haben? Ein paar Wochen zurück. Da hätte es vielleicht ein Stationswagen in der Forrest. Full of all sorts of food. Water. Nein! Du musst, um zu überleben. Ja. Ups. Die macht die Karin hört. Hm. Einem Körner in den Wald. Einem... Villain. Ich bin nur ein... Vater. Ich treffe Little League. Alles war nur da für die Beobachtung. Wir waren starvend. Für die Beobachtung? Du weißt, was du von mir gehst? Ne? Ne? Also meine Antwort war halt, sie wäre die erste. Du musst starten, wer was von wer. Ich habe sie nicht von dir gehst. Ich habe sie von dir gehst. Du verstehst nicht das? Du bist ein Spinner, Alter. Nach dem Häschen bauen einen Anzug. Hast du schon... jemanden... den du interessiert? Ja, du bestimmt. Wie du aussiehst. Nicht habsichtlich. Nicht habsichtlich. Wenn du sie aufhörst, dann wäre sie ein Sociopath. Ich habe sie verletzt. sehr schlecht. Mein Vater Adam ist weg. Ich habe ihn auch nachher gebrannt. Ich habe ihn auch nachher, aber meine Frau hat gesagt, er ist zu jung. Ich habe ihn zu lernen. Ich habe ihn zu lernen. und er hat ihn gesagt, du bist ein Monster. Oh, kann ich noch verzichten? Bist du wärst? Wir waren alle raus, um ihn zu suchen. Wir haben ihn nie gefunden. Ich habe ihn... so schlecht. Dann hast du alle unsere Dinge genommen. Du hast uns verletzt. Ich hätte sie zurückgebracht, Lee, aber nicht nach dem. Und nun? Das ist jetzt... Ja, du hast das vermasselt. Das ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Wir haben eine Psycho noch... in Sicherheit wegen. Am Teil! Verkloppt, man! Wenn sie nicht weit sind, ich... sie... einen Tag später... in der Straße. Ich sehe dir wie ein Monster. Ja? Wie wir alle. Wir alle. Einige mehr als andere. Ich bin nicht wie sie. Bestimmt. Du hast eine kleine Mädchen in eine Däri, mit vollem kranker Menschen und lasst sie ihre Hände auf sie. Ich versuchte, einen Ort für sie zu finden. Du hast eine defensivere, griebende Frau verabschiedet. Alter, als wäre mir ja meine ernsten Entscheidungen vor... vor ihr halten. Du warst nicht da. Die Kleine, die sie tragen hat, waren meine Jungs. Du hast das von uns nicht mehr tragen. Deinen Junge kannst du doch eh nicht mehr tragen, also... Ja. Wir waren starven. Es war kalt. Also meine Familie starved in der kalt! Ja. So ist er halt nochmal. Survival of the fittest. Du hast das. Du bist ein Schroger. Du bist ein Schroger. Du bist ein Schroger. Du bist ein Schroger. Und ich werde dir so schlecht schmerzen. Du hast mir Clementine zurück. Ich würde sie selbst töten. Denn das wird passieren, wenn sie mit dir geht. Dann hat er jetzt sein Schicksal besiegelt. Nachdem ich Clementine auf der Radio hörte und wusste, wer du Leute waren, kam ich nach dir nur für Revenge. Aber je mehr ich hörte über die Dinge, die du getan hast und die Gefahr, die sie in. Unser Plan verändert. Lied, hör auf mich. Ich brauche, das zu hören, bevor was nächstes passiert. Ich kann sie vornehmen. Wir können eine Familie haben. Ich glaube, du wirst gar nicht wissen, wie alt sie ist. Sie ist acht. falsch. Sie ist neun. Aber... sie war sechs Tage vor. Ich weiß, wie ein Vater zu sein, du weißt. Ja und? Auf gar keinen Fall. Ja. 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 Ich bin schon bereit, wie ein irrer Q zu spammen. Ich glaube, das wird alles funktionieren. Was hast du? Was ist denn da in der Tasche drin? Ich bin mit dir. Ich wünschte, du hättest, dass du so schlecht bekommen hast, aber... es ist alles vorbei, nicht wahr? Nimm mit Beil. Sehr geil. Ah! Die fährt's nicht so gut. Kuck, kuck, kuck! Los! Los! Tu es! Nein, 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 nein! Eww! Wah! Das war nix. Hey, Hone. Ich glaube, das wird alles funktionieren. Ah! Ich bin auch glücklich. Ich wünschte, du hättest, dass du so schlecht bekommen hast, aber... Es ist alles vorbei, Hone. Es ist mein Vater. 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 Ich habe dich so gesehen. Ich vermisse dich, Hone. Ich vermisse dich so viel, Tess. Junge, ich glaube nicht, dass es die Asche ist. Ich glaube, er ist wirklich der Kopf. Sie ist nicht Lizzy, aber sie ist süß. Was? Sie würde nicht helfen, zu fliegen. I did it! I did it! Ha! So! Freundchen! Jetzt ist aber... Auf die Backenfutter! Nein! Bum! Bodycheck! In your face, in my car... Oh! 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 Oh, oh! Oh! Guck, 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 guck! Oh, ich hab's! Oh, ich hab's! Ah, ich hab's! Ah, ich hab's! Nein! Ah, ich hab's! Okay, ich hab's! Ah! Ah! Nein, bitch! Nein! Rund! Weg von mir! Ah! Guck mal, wie hat uns Clemmin den Arsch gerettet? Ja, und so wird das letzte bisschen Kindheit auflöten. Ah, fuck ja. Du musst schneller Coo drücken? Echt jetzt? Wirklich? Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Ah, ich... Du siehst schrecklich. Ja. Das hat er gesagt. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob wir einen Teil hätten da lassen können. Ich weiß. Ich bin jetzt. Ich weiß nicht. Es ist okay. So. Welche sind wir? Ja. So, guck mal. Warte mal. Bohnigtasche. Hm. Ja, das ist... Jesus. Ja, das ist mir doch... Ich weiß nicht. Oh Gott, sie weiß es auch noch schon. Ach du. So, was haben wir denn noch? Was ist das für eine Tür? Es ist nichts drin. Können wir gehen? Ja. Natürlich. Okay, der fuhr drauf. Hm. Na dann lass uns drüber gehen... Kann man noch was... hier... nee. Fremda. Also dem würde ich maximal noch wegen Munitionen durchsuchen, ob der irgendwie... Munition hat oder so, ne? Den würde ich jetzt erstmal jans hart teabacken für den Ding. Was der macht das? So, okay, kann man nicht... Kann man da rin? Nee. Dann würde ich sagen... Äh, was denn da? Naja, willst du vorne raus? Ja, natürlich. Vielleicht findet man da eine Waffe drin. Oh, okay, bitte. Okay. Geh mal. Da! Ja, da hat er keinen Bock auf uns, weil wir sind ja schon so verwest. Okay. Es... Es hat dich nicht beigtet. Ja, ich weiß es. Du musst es... Du bist in all dieser grossen Sachen. Ich musste ein paar von ihnen durchlaufen, um hier zu kommen. Ah, deine Theorie, ne? Das ist, wie wir von Savannah rauskommen. Naja, ist halt, ihr lebt der Praxis. Das ist jetzt keine Theorie von mir, ist ihr lebt der Praxis in der Serie. Okay. Machen die jetzt gerne mal auf. So, ne schöne Zombie-Maske. So. Hm, lass mich raten, der muss... Oh, no. Oh, no. Oh, doch. Wo ist das so? Okay. Oh, der muss so krass stinken, ey. Setz aber erst die Kapuze auf, Mausi. Oh, der hat auch gerade noch richtig schön geschrieben. Und eine Kette für Clementine. Wie ist es? Ein bisschen mehr. Ich will sicher sein. Oh, okay. Oh. Das ist was. Ekelhaft. Einfach nur eklig. Ich hoffe so. Und du missst etwas. Ich dachte, es war weg. No. Ich dachte, du war weg. Danke. Jetzt muss ich den Jungen abmelden. Ja. Anzeige ist raus. Stay right next to me. Very slowly. Don't look around. And don't panic. Now keep you safe. Oh, Gott. Und da sollen wir die Klinge jetzt durchkriegen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Feuer. Oh, Mann. Aber erst mal funktioniert es. Oh, hu, weh. Ne, die Frage ist, wann muss ich stehen bleiben? Wann nicht? Also, du wirst ja, Jungen schreibt auch gerade. Müsst du nur noch den Gang gut imitieren? Dann fallt ihr gar nicht mehr auf. Also, Sivi. Laufstil adaptieren. Leicht schleppender Gang. Okay, ja, die prallen schön aneinander ab. Find ich gut so. Na, komm, lasst mich doch... Nein, bleib doch nicht stehen, Clemm. Nein, bleib doch nicht stehen, Clemm. Bleib, bleib, bleib. Bleib, bleib. Oh, nein. Nein. Ihre Eltern? Oh, nein. Dem geht es nicht gut. Und jetzt, komm weg. Na klar, kippt ihr jetzt um, Alter. Ich... Krass aus, krass aus. Mann. Das hat bei Sean aufs The Dead auch geklappt, genau. Die Zombies zu imitieren. Wachst du! Bitte, nicht tot. Bitte, nein. Oh, Gott. Ich war so schade. Ich... Ich... Ich dachte, du liebst mich. Ich... 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 Ich sah meine Eltern. Ich sah meine Eltern. Komm her, sweetie. Sie sind tot. Sie sind tot. Sie sind wirklich tot. Sie sind tot. Oh, Gott. Nein, nein, das ist verrückt. Ich habe dich beschädigt. Wir sind sicher hier. Ich lockte uns in. Geh die Tür öffnen. Ich kann es nicht! Mach es! Das Problem ist, sie ist leider nicht sicher mit mir da drin. Es war nur ein bisschen öffn, als ich es gefunden habe. Ich habe es geöffnet, um uns sicher zu halten. Lass auf drei. Eins, zwei, drei! Sie? Clementine, honey? W-W-Wat happened? No, no, no! Das... Das ist nicht... Nein, 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 nein! Ja, es ist. Es ist nicht nur Zeit, du bist. Okay, ich versuche nicht zu sein. Ich denke, dass es ein Weg gibt, da oben. Was ist das? Das ist eine Geschichte, das noch nie vorbei. Gott. Jetzt ausgeraht wie der Joker, der Stift. Geh gehen. Wir sind fast da. Geh auf, Lee. Die Tür ist hier. Ich kann es nicht. Du musst. Ich kann es nicht. Das ist alles für mich hier. Bitte, bitte, versuchen Sie zu kommen. Komm, Stevie, komm. Komm, komm, Stevie. Ich kann es nicht. Du hast nicht viel Zeit. Du musst etwas machen. Du musst schnell machen. Wie? Wie? Du musst, wenn ich nicht schreitze. Du musst, wenn ich nicht schreitze. Du musst, wenn ich nicht schreitze. Dann, ich werde. Du wirst, was du musst. Du musst, wenn ich nicht schreitze. Ich kann es nicht schreitze. Ich kann es nicht schreitze. Ich kann es nicht schreitze. Es ist lockt. Es ist kein Problem. Es ist nur eine Schraubendreher. Ich kann es nicht schreitze. Ich kann es nicht schreitze. Es ist nur eine Schraubendreher. Es ist nicht España. Ich kann es nicht mehr schreitze. Ich kann es nicht mehr schreitzen. Es ist nicht mehr schreitze. Es ist nichts mehr. Und jetzt? Sollte sie nicht auch aufpassen, dass der Typ da nicht? Wirkst so, als wenn er irgendwo eingekallt ist oder so. 10 Sekunden. Keine Angst. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich schaue ihn an den Lager. Öffne ihn. Er ist Tratt. Das wird einfach, dann. Er hat die Tür. Wahrscheinlich an die Tür. Und alles, was du brauchst. Der Handkopf ist auf dem Boden. Geh sie weg. Okay, Nid. Oh, warte, jetzt nicht noch so ne Herz. Da ist ne Musik dazu, ey. Ich schaue die Handkopf auf mich. Und mich an das. Was? Warum? Es ist egal, was passiert. Er ist sicher, dann. Ich weiß nicht. Es mach es, lieb. Ich weiß nicht. Ich will nicht das machen. Du musst. Du musst. Du musst dich sicher sein. Du musst nur mit ihm. Du musst ihn mit ihm. Du bist da oben da. Du kannst dir was du von ihm. Die Tür. Und dann die Tür. Die Tür und die Tür. Du musst ihn nicht. Das ist das? Du musst dich schneller als er sein. Was soll ich erstes bekommen? Du musst dich auf den Weg gehen? Du musst ihn nicht. Du musst ihn nicht. Die Tür. Du musst ihn nicht. Die Tür. get him get him get him get him gots watch out the bat clam is the bat get him go 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 oh 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 i did it i got him Come here. Yeah, but you did this. Smart. Hey. You're strong, Clem. You... You can do anything. But I'm little. Doesn't mean nothing. You're gonna see bad stuff, but... It's okay. My parents... It's so horrible. I can't imagine, sweet pea. And now... You... Please... Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee... No. It's okay. It's okay. Clem, I was standing over Doc holding that gun. It was so hard. I'm sorry you're in that position now. I give anything for you not to be. But you just have to point it at me. Close your eyes and be thankful you never have to see me as one of them. You can do it. I know you can. Okay, Lee. I can do it. I... I can. I don't know if I can. Fine told me that Krista... They're outside of town. By the train. You remember how to get back there? Yes. Good. They'll take good care of you. Stay away from the cities. Definitely. They're just not worth the risk. And also... What? What is it? No. Don't worry. All right. You'll be okay. Oh, no. Oh, no. Oh, God. Das ist mal heftig. Ja. Und das war The Walking Dead. So, jetzt gucken wir mal. Es gibt noch was. Und, ob sie den Zug findet? Oh, bitte ey. Lass mal jetzt irgendwas Versöhnliches jetzt hier kommen, irgendwie. Können wir uns doch jetzt nicht mit so einem herzzerreißenden Moment zurücklassen. Ich dachte, sie ist bei Omid und dem anderen, der anderen hier. Christina? Christiane? 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 Christiane Bacca. Oh no. Was sieht sie? Das ist wie Leute. Die laufen eigentlich recht normal. Sieht das nicht wie Walker aus. Ja, aber schreien sollte sie trotzdem nicht. Sie wissen doch jetzt gerade nicht, was sie tun soll, oder? Echt jetzt, Alter? Echt? Die lassen uns jetzt hier mit so einem Hook zurück? Mit so einem Cliffhanger? Oh, come on! Oh, scheiße. Ja, gut. Okay, ihr Lieben. Das war The Walking Dead Season 1 irgendwie. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und helft dem Kanal auch zu wachsen. Wenn ihr Lust habt, irgendwie schaut euch ein bisschen durch den Kanal durch irgendwie. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Projekt. Und bis dahin, sagt Benni. Tschüss. Er geht jetzt auf deinen Reinjahorn gebaut. Achso, sorry. Ich sag tschüss. Ja. Ciao.